Ah, schön. Okay, gut. Das ist schon ein guter Plan. Hör mir doch Pferdereller. Wir sind eingefürchtet. Und alles, was wir nicht haben, Nils? Ah, scheiße, scheiße. Ah, nochmal passiert ein bisschen nicht. Ja, okay. Hier müssen halt die Spiele kommen. Natürlich haben sie drei Punkte geholt hinten, das ist gut. Aber es müssen vier kommen, wenn du wieder willst, ne? Na, fuck, ey. Das ist blöd. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, so, Aaron... Eigentlich fand ich eure Doppelaufstellung gar nicht schlecht. Und dann Aaron und Marcel und Doppel-Drei. Aber das muss halt kommen, ey. Das muss halt kommen. Scheiße. Ja, alles klar, danke. Ha, jo, natürlich. Natürlich. Ja, genau. Ich bete zu Gott. Ich hätte noch voll Bock, nicht vorhin zu zocken. Ja, natürlich. Ich hätte früher starten, weil die vier jetzt schon in den Führung gehen. Das wäre geil, auf jeden Fall. Also machen wir schön mit 9-3 Heimkick, das wäre super. Okay, alles klar. Hey, also wenn man am Sondergeweißer was spielt, die müssen alle fressen. Ja. Ja, wie sieht's aus? Sind wir startklar? Die 7 ist oben, wenn der 1 ist startklar. Du hast ja nicht schlecht gespielt, ne? 2 Punkte kohlen, doppelt und noch 1. Du hast hin und so raus. So, Achtung für die A und die A ab. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank an Sie zu Hause senden. Vielen Dank. 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 ... 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 soll in die Box hineingehen. Das geht auch relativ zügig. Karolos kommt in diesem Moment heran. Hier vorbereitet von Gerald Geisler. Einziges Pferd, was er langsteht am Wettmarkt. 35 Euro wird es wieder geben im Siegfalle für einen Euro Einsatz, wenn Karolos dieses Rennen hier gewinnen sollte. Wiesenthal ist startklar, genauso wie Quizzer. Und jetzt ging die gelbe Fahne nach oben und das neue Wellauftaktrennen ist gestartet an der 1600-Meter-Marke. Die Kandidaten, die formieren sich. Wer übernimmt die spitze Quizzer an der Außenseite mit Elegant Maximus mit Sassoon an der Innenseite und auch Sosima direkt um eine gute Position bemüht. Dahinter sehen wir Wiesenthal und mit Anschluss an der Innenseite Karolos. So ging es an der Geläufseinbindung mittlerweile vorbei in Richtung des Rastatter-Bogen, Sassoon an der Innenseite, außen begleitet von Elegant Maximus. Dahinter dann Quizzer an der Seite von Wiesenthal, innen die Favoritin Sosima und dann Karolos. Durch den Rastatter-Bogen geht es mittlerweile in durch in Richtung des langen Einlaufes. Sassoon führt mit Luca Deleuze, außen Elegant Maximus, Maxim Peschör, dann Sosima an der Innenseite mit Martin Seidel vor Quizzer, Micky Kadedou, dann ist es Wiesenthal mit Burjan Mosabaev und Sean Byrne im Sattel von Karolos nach wie vor am Ende des Feldes. So ging es am Boxendorf mittlerweile vorbei, so langsam in Richtung entscheidender Phase. Sassoon führt vor Elegant Maximus, vor Quizzer, vor Innen Sosima, vor Wiesenthal. Da hat sich überhaupt nichts getan. Und dann Karolos nach wie vor am Ende des Feldes. 450 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. Sassoon an der Spitze marschiert. Sassoon vor Elegant Maximus, vor Außen Quizzer. An der Innenseite greift Sosima an und ganz außen wird jetzt auch hier Wiesenthal in die Entscheidung gebracht von Burjan Mosabaev. Vorne ist es jetzt Quizzer, Quizzer mit Wiesenthal an der Außenseite, innen Sassoon und dann Sosima, die aktuell nicht wirklich zulegen kann. Wiesenthal vom fast letzten Platz geht nach vorne. Wiesenthal für das Gestüt Ravensberg, für Andreas Wöhler und für den Champion Burjan Mosabaev zum Auftakt hier erfolgreich gegen Quizzer, gegen Sassoon. Dann erst Sosima vor Elegant Maximus und Karolos. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, vorläufiger Einlauf, erstes Rennen des heutigen Tages, das neue Welle-Auftakt-Rennen. Siegreich war die 7, Wiesenthal, Burjan Mosabaev, zweites Pferd die 2, Quizzer, Miki Kadedu und drittes Pferd war die 5, Sassoon, Luca Delosier. Vorläufig heißt das zum Auftakt 7, 2 und die 5. Ja und hier auf Zielhöhe, da kommt er bereits zurück, der vorläufige Sieger im ersten Rennen des Tages, dem neue Welle-Auftakt-Rennen. Der Sieg geht nach Spexart, Herr Gütersloh, in den Stall von Andreas Wöhler. Er ist verantwortlich für den zweijährigen Muka Dramsohn Wiesenthal. Besitzer ist das Gestüt Ravensberg und der Sieg-Jockey ist Burjan Mosabaev. Wir wollen natürlich ganz, ganz herzlich gratulieren, lieber Burjan Mosabaev, gleichmals zweijährigen Rennen zum Auftakt gewonnen. Erstmal auch Gratulation zu gestern, da hast du die 100 vollgemacht und hast dann auch gleich noch ein paar nachgelegt und heute geht es so weiter, also bist gut drauf zurzeit. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ja, alles gut geht. Und aber mit diesem Fährt, ich habe richtig gut mit Dienstagrass gearbeitet und es ist sehr gut gemacht. Und dann bin ich am Anfang gerade abgenommen, keinen Platz und dann raus. Es ist egal, sowieso gewinnt. Also eine richtig starke Leistung. Dann lassen wir euch hier zwei Zweijährige, die freuen sich, wenn sie auch möglichst schnell vor die Waage kommen, jetzt mal Richtung Waage marschieren. Und liebes Publikum hier bei Baden Racing, jetzt sind wir endlich wieder ein paar mehr. Und jetzt versuchen wir es das erste Mal. Eher Applaus für die Sieger im ersten Rennen des Tages. Ja, man muss sagen, Marvin, das ist eine sehr starke Leistung gewesen. Von Wiesenthal, eine positive Überraschung eigentlich als Debutant gegen gestandene, fast gestandene Pferde. Ja, das war eine sehr beeindruckende Leistung. Burjan hat ihm auch ein wirklich tolles Rennen serviert, dort hinter der Spitzengruppe, hat sich eigentlich aus allem rausgehalten. Aber wie er dann im Einlauf angepackt hat, das hat mir richtig gut gefallen. Ein ähnliches Rennen hat ein gewisser Winterfuchs gewonnen vor zwei, drei Jahren und der wurde da ein richtig gutes Pferd. Und Wiesenthal, der hat ja nicht umsonst auch eine Nennung für das Derby bekommen im nächsten Jahr. Stammt aus einer sehr guten Mutter, die selber Gruppesiegerin war. Gucken wir uns das Rennen noch so ein bisschen an. Ein flottes Tempo vorgelegt, zunächst mal von Sassoon. Daneben Elegant Maximus, der sehr abbaute zum Schluss, eigentlich die eigentliche Enttäuschung in diesem Rennen war. Und man sieht Wiesenthal, wie gesagt, hinter der Spitze und eingangs der Zielgeraden muss Burjan ihn auch nach außen nehmen, weil er ja so richtig keine freie Bahn hat. Kieser läuft wieder sehr stark, deutlich verbessert. Und Zosimar, ich glaube, die hat nach drei Starts so ein bisschen, ist sie über den Berg, denke ich mir. Sie war ja, glaube ich, eine der Favoritinnen am Ende. So, eingangs der Zielgeraden. Man sieht Wiesenthal noch hinter der Spitze. Und Burjan Mozabaev muss ihn jetzt nach außen dirigieren. Das macht er sehr routiniert, dieses Pferd, das ja zum ersten Mal läuft. Ja, und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei, Kieser und Wiesenthal. Ja, die machen das beide außen unter sich aus. Und wenn man das auch sieht, was du gerade gesagt hast, wie routiniert er das schon macht, obwohl er noch nicht gelaufen ist, Burjan Mozabaev reitet ihn nur mit den Händen. Ich glaube, dass wir hier ein richtig, richtig gutes Pferd gesehen haben, auch im Hinblick auf das nächste Jahr. Ja, ganz bestimmt. Die beiden fechten das unter sich aus. Das, was tun, läuft ordentlich. Zosimar ist über den Berg und Elegant Maximus, der enttäuscht doch sehr stark. Am Ende wird Carolus Letzter der Debutant hier aus dem Geißler-Stall. Aber dieses Namen, Wiesenthal, den sollte man sich dick anstreichen für die kommende Saison. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in diesem Jahr nicht mehr läuft. Wie gesagt, Andreas Wöhler ist in Australien. Kieser läuft verbessert, gibt eine gute Vorstellung. Aber gegen Wiesenthal hat er keine Chance. Richtig gutes Pferd. Man sieht das auch schön von vorne hier, dass Burjan eigentlich nicht einmal die Hand vom Zügel nimmt und ihn nur mit den Händen reitet. Sehr schonend und trotzdem zu einem sehr sicheren Sieg kommt. Und jetzt greift er einmal zu dieser extrem kurzen Reitklappe. Aber das eigentlich nur, um ihn so ein bisschen zu korrigieren, weil er hängt so ein bisschen auf Kieser drauf. Interessantes Pferd. 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 Das war's für heute. Das geschütte Herr Hammensberg ist der glückliche Besitzer und natürlich auch über viele Jahre, Jahrzehnte jetzt schon, auch ein ganz toller Züchter. Herr Delius, Gratulation erst mal. Das war, wir haben jetzt gerade den Namenswetter gehört, Daniel Delius, durchaus eine Leistung. Da war man vielleicht jetzt ein bisschen überrascht, debütant. Sie waren vielleicht gar nicht überrascht, weil Sie wussten, was er kann? Ich war tatsächlich doch überrascht. Es sollte eigentlich ein Start zum Lernen sein. Ich wusste, dass es im Stall ein bisschen Meinung ist auf das Pferd, aber dass er sich so gut präsentiert und gleich gegen Pferde, die schon gelaufen sind und Leistung gezeigt haben, gewinnt, das konnte ich natürlich nicht erahnen. Und ich bin natürlich sehr glücklich und freue mich auf die weitere Karriere im nächsten Jahr. Also da sind wir natürlich auch gespannt. Noch dazu ein großartiger Trainer, mit dem Sie ja vis-à-vis quasi Haustür und Haustür so viel Erfolg haben in den letzten Jahrzehnten. Ihre Zucht habe ich vorhin mal angesprochen. Wie sieht die aktuell aus? Es sieht so aus, dass wir aus der Waldruhn-Lindie drei Mutterstuten haben und der Wiesenthal ja auch dazu gehört. Und wie man sieht, kommt da jedes Jahr über irgendeinen Sieger raus und wir sind da jedes Jahr immer sehr zufrieden damit. Dann darf ich Sie jetzt zur Siegerehrung bitten, denn Jutta Hofmeister steht schon bereit. Und wir freuen uns also jetzt über glückliche Gesichter. Das neue Welle-Auftakt-Rennen, meine Damen und Herren, 1600 Meter. Diese Prüfung hier für die Zweijährigen wird am Ende, Sie sehen es eingeblendet, eine leichte Beute von Wiesenthal. Der Programm Nummer 7 hier, das ist der Zweige Muka Drum aus der Wurfscheibe. Geschütter Ravensberg, Züchter und Besitzer Andreas Wöhler. Grüße nach Australien ist der Trainer. Und Burschein Musabaev, der Siegreiter, mit unserem Applaus. Gratulation. Und natürlich warten wir dann auch so langsam, aber sicher auf die Endquoten aus diesem ersten Rennen des heutigen Tages. Heute ist Wetten natürlich Pflicht. Hier gibt es auch noch mal das ein oder andere Foto für die Fotografen. Ich schaue mal so ein bisschen rüber zu Daniel Delius bei uns im Wettstudio, ob er schon Informationen hat, ob die Endquoten schon vorliegen und der endgültige Einlauf. Denn da sind wir natürlich gespannt, ob es da jetzt schon ein paar Informationen gibt. Ja, im Moment habe ich noch nichts vorliegen, aber die Grafik wird sicherlich gleich eingeblendet, denke ich mir, und mit dem endgültigen Einlauf und auch den Quoten. Und wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch mal bei Marco Schenk, der hier die Ehrenpreise überreicht hat für die Radio Karlsruhe GmbH und Co. KG. Wenn wir noch ein bisschen brauchen, dann würde ich vorschlagen, damit wir keine Zeit verlieren zum zweiten Rennen hin, stellen wir Ihnen jetzt noch mal an diesem 18. Oktober die Nachwuchsorganisation des deutschen Galopp-Rennsports vor. German Racing Next Generation für alle, die jung sind oder auch nicht mehr ganz so jung und einfach reinschnuppern wollen. Und wenn wir so ein bisschen gleich auch Vitamin B haben wollen bei uns im Sport, da fühlt man sich definitiv im ersten Moment super gut aufgehoben. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Uns begeistert das Grün des Rasens, das Tempo unserer Pferde und der Sieg eines unserer Rennpferde. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den ältesten organisierten Sport des Landes modern und für dich interessant zu machen. Wir stellen uns vor, wir sind German Racing Next Generation, der Nachwuchs im deutschen Galopp-Rennsport. Uns treibt eine Zukunftsvision an, in der der Galopp-Rennsport von Leuten wie dir und mir gefeiert und gelebt wird. Unser Ziel ist es, die Zukunft des Pferderennsportes zu sichern und mitzugestalten. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In vier konkreten Projekten setzen wir unsere Vision der Zukunft um. Mit unserem Rennstall Just for Turf machen wir den Traum eines eigenen Rennpferdes wahr. Unsere Mitglieder sind Teil einer Haltergemeinschaft. Gemeinsam sehen wir unsere Pferde zittern, starten und siegen. Unsere Idee der Zukunft setzt Strategie und Planung voraus. Wir analysieren den Ist-Zustand unseres Wahlsportes, stellen Prognosen auf und entwickeln innovative Konzepte zur Zukunft des deutschen Galopp-Rennsportes. Auf unseren nationalen und internationalen Turf-Events stehen Galopp-Fans, aktive Rennbahnen und Funktionäre Seite an Seite. Wir lieben nicht nur die Anspannung während eines Renntages, sondern mindestens genauso die gemeinsame Freude danach. Wir sind Teilnehmer internationaler Rennen, wie beispielsweise das Irish Champions Meeting in Dublin, das White Turf in St. Moritz oder Dubai und der World Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es geht darum, vernetzt zu sein und uns weiterzuentwickeln. Es liegt uns viel daran, unser Wissen weiterzugeben. Auf Rennbahnen in Deutschland treten wir als Wettschule auf, erklären das Wetten, teilen unsere Wetttipps und kommen mit jungen Leuten wie dir ins Gespräch. Natürlich ist der Galopp-Rennsport ehrgeizig und wir sind es auch. Unsere Pferde geben uns bei allem Wettbewerb, aber über alles. In unserem Projekt German Racing Next Chance geht es um die Zukunft von Rennpferden, die ihre aktive Laufbahn beenden. In einem Pilotprojekt mit dem Namen Angreifers Next Chance ist unser Rennpferdangreifer nach dem Ende seiner Laufbahn umgeschult worden. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir eine Basis für weitere Umschulungen. Die Vision und Freude an den Rennpferden vereinen viele Menschen mit und ohne Behinderung. Im Zuge des Projektes Galopp Handicap möchten wir den Menschen mit einer Behinderung wichtige Informationen zu den Besuchen auf den Pferderennbahnen in Deutschland geben. Haben Sie gewusst, dass es auch beim Pferderennen ein Handicap gibt? Diese Gemeinsamkeit hat uns zur Namensgebung von www.galopp-handicap.de inspiriert. Was macht uns aus? Wir wissen alles rund um das Rennen. Wir sind Networker und wir wissen zu entertainen. Als gemeinnütziger Verein zur Förderung der Zukunft des deutschen Galopp-Rennsports sind wir Teil eines erfolgreichen und starken Netzwerks im Sport und darüber hinaus. Unser besonderer Dank geht unseren Partnern. Über eine besonders enge Verbundenheit zu den Gestüten Röttgen und Gölzdorf sind wir sehr froh. Unsere Pferde schätzen wir unheimlich hoch und sehen einer starken Saison entgegen. Wir möchten Dich beeindrucken. Besuche uns auf www.gr-next-generation.com und tritt mit uns in Kontakt. Vielen Dank an die Next Generation und vom Vorstand ist Rikke Weber bei mir. Trainertochter darf man auch sagen zum Trainer Manfred Weber hier in Iffelsheim. Ihr habt wie viele Mitglieder, Rikke? Etwa 200 Mitglieder. Und es darf weiter wachsen. Wer darf sich denn jetzt alles bei Euch melden? Grundsätzlich jeder. Wir haben auch keine Altersbeschränkungen, weder nach unten noch nach oben. Und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Und es gibt dann auch eine WhatsApp-Gruppe, da wird man dann immer auf dem Laufenden gehalten. Es gibt einen eigenen Rennstall, den kann man zusätzlich noch dazu nehmen. Also wir sagen nochmal ganz kurz die Internetadresse. Wo kriege ich die Infos? www.gr-next-generation.com Wunderbar. Jetzt drücken wir die Daumen. Sie wird heute noch Pferde führen für den Papa. Und dann wollen wir mal hoffen, ob es da einen Heimsieg hier gibt. Hier kommt das zweite Rennen des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Und die Endquoten aus dem ersten, die reichen wir dann gleich nach. Sie sehen, die Pferde sind im Führring. Favorisiert ist die Programm Nummer 10. Und hier ist das Starterfeld. Preis der Parkwache. Fuchs seit vielen Jahren auch Partner hier in Iffezheim. Ein Ausgleich 1 sogar der Kategorie C. Wir reden über 12.000 Euro, über die 1.500 Meter. Und wir haben McQueen mit der Programm Nummer 1. Samina Mattoni. Wir haben die 2. Sugar Daddy. Wir haben Power Jack mit der 3. Da ist Alex Piech, der Partner. Anderer Starke auf der 4. Der Scormi Mister ist der Gast hier aus Hoppegarten, die 5. Dann haben wir Camerita mit der Programm Nummer 6. René Pichalek. Und dann hätten wir Trust Ahead mit der 7. Martin Seidl im Rennsattel. Luca Delosier sitzt auf der 8. Maya, der nächste Gast aus Hoppegarten. Die 9 ist Mr. Onyx mit Micky Cardedoux. Und Itman trägt die 10 mit Sibylle Vogt. Zwie B-Suite die 11 mit Josef Boyko. Viele interessante Kandidaten. Und Marvin, du hast ja mit Sicherheit schon wieder 2, 3 rausgesucht. Ja, ich musste den Ton gerade mal wieder anmachen, Thorsten, weil ich höre leider jede einzelne Regieanweisung hier oben. Ja, wir haben uns natürlich das Rennen mal ein bisschen angeschaut. Und zwar fangen wir unsere Vorstellung mal an mit der Programm Nummer 10, mit Itman. Ein absoluter Publikumsliebling natürlich hier in Iffezheim. Wird trainiert von Carmen Boczkay für den Stall am Bayrhein. Sibylle Vogt, die ja ein hervorragendes Jahr hat, die vor wenigen Tagen in Mülheim ein Listenrennen mit New Harzburg gewinnen konnte, sitzt im Sattel. 4,4. Das Einzige, was so ein bisschen ins Auge sticht, ist, dass der Bahnschnitt hier nicht sonderlich gut ist. Das ist vielleicht so ein kleiner Aspekt, der zur Vorsicht mahnt. Ansonsten nimmt man hier das logische Pferd. Ein Kandidat, welcher erstaunlich lang am Wettmarkt steht, ist die 7. Trust Ahead. Ebenfalls hier in Iffezheim vorbereitet. Allerdings von Lenny Hammerhansen für den Stall Maybe reitet Martin Seidel. Man geht mit ihm so ein bisschen in der Distanz nach oben. Man hat den Lyon Parelli zuletzt sehr, sehr überzeugend gewonnen. Das sah richtig gut aus. Und wenn die Distanz nicht zu weit wird, dann ist Trust Ahead, den wir hier groß im Bild sehen, mit Sicherheit ein ganz interessantes Pferd. Stark beachtet ist auch Call Me Mister für den Stall von Jan Korpers. Call Me Mister eigentlich ein Muster an Beständigkeit. Eine einzige Form, die vielleicht nicht aufregend war. Das war aber in einem Listenrennen. Dementsprechend ist das Ganze auch zu relativieren. Und Burjan Mosabaev hat die Auftaktprüfung bereits gewonnen. B-Suite ist ebenfalls noch stark gewettet. Steht bei 7,4. Pferd hatte lange nicht gewonnen, hat aber eine Vorliebe für weicheren Boden. Und den trifft B-Suite hier heute an. Vielleicht auch deshalb am Wettmarkt stark beachtet. Das ist die erste kurze Vorschau von hier oben. Ja, ich grätsche. Erstmal haben wir das Ergebnis. Ich sage das jetzt mal, Marvin, weil es mal gerade auf den Bildschirm kommt. Also zum ersten Rennen. Sieger die 7 Wiesentau. Zweiter war die 2 Kisser. Dritter die 5 Sasun. Vierte die 8 Zosima. Und fünfter die 1 Elegant Maximus. Und die Quoten dazu haben wir dann sicherlich auch gleich. Da sind sie. Sieg 5,70 Euro. Die Plätze 2,40 Euro. 1,90 Euro. 1,90 Euro. 24,90 Euro. Die Zweierwette. Und die Dreierwette. 148,60 Euro. Die ist alles für einen Grundeinsatz von einem Euro. Ja, zu diesem zweiten Rennen, Itman, bin ich eigentlich ganz bei dir. Diese schlechten Formen aus Iffezheim rühren, aber glaube ich zum Teil auch vom letzten Jahr her. Wo er einfach auch noch nicht so gut auf dem Posten war. Und diese Saison ist ja eigentlich sehr stark gelaufen. Und auch hier in Iffezheim, das war am 6. September, wo er Dritter war, ganz knapp geschlagen. Diese Sandbahnform sollte man vielleicht streichen in Lyon. Und ich glaube auch, dass er den Boden kann heute. Speed-Pferd kommt immer von hinten. Also ich finde ihn schon sehr interessant. Natürlich ist es der Favorit. 4,60 Euro. Auch so ein bisschen langweilig, so ein Pferd zu empfehlen. Ein Pferd, was sich immer mit ganz anderen herumgeschlagen hat, ist McQueen mit der Nummer 1. Ich glaube, der läuft zum ersten Mal seit ewigen Zeiten in Deutschland in einem Handicap. Immerhin war er Fünfter in der Goldened Peitsche. Und ist heute mit Amina Mattoni unterwegs. 5 Kilo Gewichtserlaubnis, eine talentierte Nachwuchsreiterin. Das ist so ein interessanter Außenseiter, den ich vielleicht noch erwähnen möchte hier in diesem Rennen. Degas, eigentlich auch früher mal ein Gruppe-Pferd gewesen, die Nummer 4. Aber der muss wirklich alles passend haben. Der kann lesen und schreiben. Muss genau auf den Punkt genau gebracht werden von hinten. Und hat mit anderer Starke natürlich einen Top-Jockey an Bord. Auch so ein interessanter Außenseiter. Also die 1 und die 4 sind so Pferde, die ich so ganz interessant finde, so als chancenreicher Außenseiter in diesem Rennen. Aber Itman ist für mich kein unlogischer Favorit hier, die mit der, mit Sibylle Vogt an Bord. 4,50 Euro im Moment die Quote. Vielen Dank, Daniel Delius, für die Informationen. Und dann wollen wir doch gleich mal die Trainerin auch zu Wort kommen lassen. Wenn Sie mich fragen, hat sie ihr Winner-Dress schon an, Carmen Boczkei? Es ist relativ früh noch am Tag. Gut geschlafen? Ja, kurz. Wie immer im Meeting. Jetzt würde mich interessieren, Itman ist favorisiert. Wir haben schon gerade ein bisschen was auch in der Analyse von Daniel gehört. Stimmt das alles so? Ja, in Deutschland hat er eigentlich nur gute Formen abgeliefert dieses Jahr. In Frankreich, da übt er noch. Letzter Start war auch eben Qualifikation, Handicap, liefen zum Teil auch sehr gute Pferde. Hat ein junger Reiter geritten, der wollte die Order vielleicht ein bisschen zu hart umsetzen. Kennt das Pferd nicht. Kurze Zielgerade, Sandbahn, da waren so ein paar Faktoren nicht so für ihn. Er ist ja ein bisschen speziell, aber Sibylle kennt ihn in und auswendig. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein Wort zum Boden verlieren. Das passt. Ja, er ist letztes Jahr im November sogar in München noch gelaufen auf tiefen Boden. Da hat er eine gute Leistung gezeigt. Vorteil ist, denke ich auch, dass er ein kleines Gewicht hat mit 53 Kilo. Und ein Wort noch zur Trainingszentralen Ifezyme. Da gab es jetzt unter der Woche die Nachricht, dass die Sandbahn erneuert wird. Verträge sind unterschrieben. Das ist für die Trainer sehr erfreulich. Ja, super. Also wir haben jetzt lange dafür gekämpft, dass hier was passiert. Es gibt eine tolle Sandbahn, sechs Meter breit, mit eigenem Bewässerungssystem. Die Firma, die es ausführt, ist aus Frankreich. Die macht nichts anderes. Macht für Franz Galo alle Bahnen, Rennbahnen, Sandbahnen etc. Und also wir freuen uns riesig, dass hier was vorwärts geht. Dann drücken wir jetzt erstmal Fett mir die Daumen und freuen uns natürlich, wenn die Trainingszentrale in Ifezyme immer weiter wächst. Der Aufgalopp ist erfolgt. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den Wettcheck und dann das Zerennen für Sie. Der Sportwelt TV Wettcheck Call Me Mister ist ein Muster an Beständigkeit. Er hat oft genug gezeigt, dass er seine Marke kann und zog sich auch in Listenrennen gut aus der Affäre. In Ifezyme war er bei seinem bislang einzigen Versuch platziert. Die Distanz passt. Call Me Mister sollte deshalb auch heute weit vorne zu finden sein. Ja, die Pferde für das zweite Redaktion. Rennenpreis der Parkwache Fuchs taucht schon ein langjähriger Partner von Baden Racing. Die Kreise sind bereits an der Startmarke für das zweite Rennen des Tages. Favorisiert ist mittlerweile doch sehr, sehr deutlich Call Me Mister bei 3,5 am Wettmarkt. Also da war sehr viel Geld unterwegs in den letzten Minuten. 4,7 im Siegfalle für Itman. 6,8 gibt es für Trust Ahead und 8,4 für B-Sweet. Und da hat man mir gerade mitgeteilt, vielen Dank für den Hinweis, dass das der letzte Starter von Hans-Jürgen Gröschel während seiner grandiosen und großartigen Trainerkarriere sein wird hier in Ifezyme. Und da drücken wir natürlich dann alle ganz, ganz besonders noch mal die Daumen für den Starter von Hans-Jürgen Gröschel. Also B-Sweet, sein letzter Starter, den er satteln wird hier in Ifezyme. Er wird ja im Januar dann den Stall an Janina Reze abgeben, sich in den Ruhestand begeben, Hans-Jürgen Gröschel. Und wie gesagt, vielleicht klappt es ja mit einem Erfolg hier in Ifezyme mit B-Sweet. Wir haben, glaube ich, noch den Sportwelt-TV-Wettshake für das zweite Rennen, Preis der Parkwache Fuchs. Und haben wir schon gemacht, höre ich gerade, wunderbar. Also können wir uns voll und ganz auf das Rennen konzentrieren. Drei Minuten noch. Wir gehen einfach von oben nach unten nochmal die Pferde durch. 14,9 im Siegfalle von McQueen. Für heimische Interessen am Start Sugar Daddy für den Torfklub Baden. 13,3 für den Ritt von Maxime Pescheur. 15,4 im Siegfalle für Powerjack. Alex Peach reitet für Bohemiel Nedo-Rostec. 12,9 gibt es für Degas, ein Kultpferd aus dem Stall von Henk Grewe. Ecki Saurin, der Besitzer und anderer Starke, der Stalljockey. Sitzt im Sattel über Call Me Mister, haben wir ja schon ausreichend gesprochen. Auch ein Cabarita steht lang. 48,5. René Picholek für Matthias Keller. 17,5 gibt es für einen Erfolg, wenn Maia als erstes über die Linie kommen sollte. Luca Delosier für Sarka Schütz. Dann haben wir bei 16 Euro glatt Mr. Onyx. Der fühlt sich hier pudelwohl in Iflsheim. Für Werner Glanz reitet Miki Kadedu. Und die anderen beiden Kandidaten noch, da haben wir schon ausreichend drüber gesprochen. Itman und B-Suite. Zwei Minuten noch bis zum Start. So langsam geht es los mit dem Einrücken in die Box. So langsam geht es los mit dem Einrücken in die Box. Und da werden sie sich schon auf eineuş miedo anziemend. Und da haben wir uns gegen die Linie kommen geboren. So langsam geht es los mit dem Einrücken in die Sünden zu setzen, bis zum einen einse ch KRISTOP-BSE. Und die Industrie in die observed in Richtung Eva von Stuttgart giving sappert. die Linie, die Hall Pasen in der Sünden gasoline Von diesen selv bringen. Und das ist втор midnight suspect. Und die Linie, die Ball macht einfach sein. Aber das ist die Linie zuerstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, die ersten Kandidaten sind bereits unter Status Order. Degas sehen wir noch außerhalb der Maschine, genauso wie Cabarita und Itman. Das sind also die letzten vier, fünf Kandidaten, die die Startposition noch beziehen müssen. Favorisiert bleibt Itman. 4,6 im Siegfalle für den Schützling von Carmen Boczkay. 4,6 im Siegfalle für den Schützling von Carmen Boczkay. Mr. Onyx kommt in diesem Moment heran. Cabarita soll folgen. Itman kam als vorletzter Kandidat heran und dementsprechend nur noch B-Sweet. B-Sweet kommt heran mit Josef Beukow im Sattel. Alles ist startklar für den Preis der Parkwache. Fuchs 1500 Meter in diesem Ausgleich eins. Die Boxentüren haben sich in diesem Moment geöffnet. Die Kandidaten sind alsamt eigentlich gut auf die Beine gekommen. Cormie Mister übernimmt direkt die Spitze mit Maya an der Innenseite. Ebenfalls um eine gute Position bemüht. An der Außenseite sehen wir Powerjack im Vorderfeld mit dabei. An der Innenseite McQueen. Dahinter ist es dann Trust Ahead vor Cabarita innen galoppierend. Außen Sugar Daddy. Dann ist es Mr. Onyx. Noch weiter zurück im Feld ist Degar. Vorletztes Pferd ist Itman. Und am Ende des Feldes da galoppiert zunächst einmal B-Sweet. So geht es die Gegenseite hinunter. Maya zeigt den Weg, führt vor Powerjack. Dann eine Dreiergruppe mit innen McQueen. An der Außenseite ist es Cormie Mister galoppierend, wo es durch den Bogen mittlerweile hindurch geht. An der Innenseite hat sich dann ein Kandidat verbessert. Cabarita ist das außen. Sugar Daddy im Fahrwasser von Trust Ahead. Und dahinter ist es dann auch Mr. Onyx. So geht es gleich in Richtung des Einlaufes. 450 Meter sind das noch. Und Maya marschiert an der Spitze vor Powerjack. Der lässt sich anfassen. Dann Cormie Mister. An der Innenseite McQueen. Trust Ahead sucht die Lücke. Dann macht Degar Boden gut. An der Seite von Sugar Daddy ganz außen. Maya ist aber immer noch vorne. Maya vor Powerjack, vor Cormie Mister. Vor außen Sugar Daddy und ganz an der Außenseite kommt jetzt B-Suite hier angerollt mit Josef Beuko ganz außen. B-Suite ist schon vorne. B-Suite gibt es den perfekten Abschluss hier in Iffelsheim für Hans-Jürgen Gröschel. B-Suite geht auf und davon. Diese Geschichten schreibt nur der Rennsport. B-Suite gewinnt für Hans-Jürgen Gröschel völlig souverän. Gegen Cormie Mister, gegen Mr. Onyx, gegen Trust Ahead, gegen Sugar Daddy. Dann Maya Powerjack. Mick Ittman fand nie ins Rennen. McQueen, Degar und Cabarita. Degar und Cabarita. Das war's water. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier gerade vor der Waage noch einmal die Rennwiederholung und der glückliche Trainer steht neben mir. Wenn Sie mich fragen, er sieht noch aus wie, ich würde sagen, höchstens 38. Also Trainer Gröschel, jetzt schon aufzuhören mit einem Ausgleich-1-Sieger, da geht doch noch eigentlich ein bisschen was. Ja, ich bin glücklich, dass die Geschichte so einen Text geschrieben hat und mir das schenkt, in meinem geliebten Iffezheim hier nochmal zu gewinnen. Man sieht natürlich auch die Rührung, aber der Trainer wird uns natürlich erhalten bleiben. Und wir freuen uns darauf, wenn er dann als Frührentner noch ganz oft hier zu Gast ist und natürlich auf den deutschen Rennbahnen mit seiner Pferde-Expertise. Trainer, es gab sowieso, das war geplant, eine Ehrung für so viele tolle Jahre hier in Iffezheim an der Oos. Und jetzt machen wir diese Ehrung quasi gleich zusammen mit der Siegerehrung. Was sind das für Emotionen, was sind das für Bilder, die jetzt nochmal hochkommen? Ja, ich bin 1955 das erste Mal in Baden gewesen. Ich habe die Geschichte dann durch die DDR ruhen lassen müssen. Und dann nach 1990 hat mir mein lieber Freund Hein Bollo gesagt, wenn du im Rennsport was werden willst, dann musst du in Baden-Baden gewinnen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe hier viele große und schöne Rennen gewonnen und bin gern hier. Definitiv. Wir alle erinnern uns natürlich an die fantastischen Bilder, auch mit Iquitos auf allerhöchster Ebene. Gibt es da ein Geheimrezept, vielleicht auch mal für die jungen Trainer, wie man hier gewinnen kann? Ach nein, man muss die Pferde schon vorbereiten, also frisch halten dafür. Nicht 14 Tage vorher mit Macht irgendwo ein Rennen erzwingen wollen und vor allen Dingen ausgeruhte Pferde herherbringen. Vielleicht noch ein Wort zu Be Sweet. Das war eine tolle Leistung. Ja, die Stute, die hat ja schon von jeher gute Leistungen gezeigt. Sie braucht einen speziellen Ritt und der von Josef war heute gut. Er hat dann schön warten können und ihr Spiel war schon immer gut. Wir sorgen jetzt für einen sehr emotionalen Abschied, versprochen. Es geht zur Siegerehrung und wir freuen uns auf tolle Bilder. Josef Bojko, der steht schon bereit. Ich gehe ein bisschen aus dem Bild und dann brauche ich Sie jetzt als Iffelsheimer Rennsportpublikum, damit wir das jetzt gemeinsam hier auch schaffen. Jutta Hofmeister von Baden Racing, sie steht schon bereit und sie ist natürlich nicht alleine, denn wir haben es ja auch gehört. Jochen Fuchs und sein Team von der Parkwaha Fuchs sind seit so vielen Jahren auch treuer Partner von Baden Racing und der Galopp-Rennbahn hier in Iffelsheim. Meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Sie haben es ja gehört. Viele, viele Jahrzehnte ist er hier mit seinen hocherfolgreichen Pferden an die Oost gekommen und heute mit seinem allerletzten Starter und das auch nochmal in einem sportlich so wertvollen Ausgleich 1 hat es erneut geklappt. Preis der Parkwache Fuchs, Ausgleich 1 über die 1500 Meter. Am Ende gewinnt die Programm Nummer 11, das ist B-Suite, die sechsjährige Adlerflugtochter aus der Beauty. Ulrike Lampe Dreyer ist die Besitzerin, zu Recht stolz an diesem Moment. Und wir sind stolz, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm jetzt feiern können. Der Trainer ist Hans-Jürgen Gröschl und der Siegreiter Josef Beuke und das ist der Applaus. Gratulation! Und ich muss natürlich auch gleich noch einmal, während jetzt Jutta Hofmeister hier auch noch das Siegerfoto, das Porträt überreichen wird, auch nochmal zu ihr kommen. Denn es ist natürlich auch für Baden Racing jetzt ein emotionaler Moment. Hier kommt noch einmal das Siegerporträt von B-Suite, die sich so locker und leicht hier gelöst hat. Jutta Hofmeister, ich komme einmal noch ganz kurz rauf, wenn ich darf. Das ist auch für Baden Racing jetzt ein emotionaler Moment, wenn der Altmeister hier nochmal richtig toll gezeigt hat, was er kann. Ja, das freut uns sehr, dass Herr Gröschl vielleicht an einem seiner letzten Renntage, ist es so, Herr Gröschl? Er sagt nichts, hier nochmal so erfolgreich ist, da freuen wir uns sehr. Und wir haben nachher mit ihm noch eine kleine Überraschung vor. Das verraten wir jetzt aber noch nicht. Also es gibt noch was, da strahlt er. Und jetzt passen wir mal auf, Herr Gröschl. Achtung, wir sind alle bereit, Hände aus den Hosentaschen. Ich will jetzt mal einen richtig, richtig großen deutschen Galoppapplaus für einen der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten in unserem Sport. Hans-Jürgen Gröschl. Applaus Und natürlich freuen wir uns dann jetzt gleich auch auf die Endquoten, werden selbstverständlich auch uns so ein bisschen einstimmen, auch schon auf das nächste Rennen, das uns gleich erwartet. Da steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Und wieder einmal werde ich so einen kleinen Blick rüberwerfen. Daniel, du machst mal einmal Daumen nach oben oder nach unten, ob die Endquoten schon vorliegen. Wenn sie noch nicht vorliegen, der Daumen geht nach unten. Wenn sie noch nicht vorliegen, dann stimme ich sie jetzt schon mal ein auf den Nachwuchsförderpreis der Mil-Mühlen-Stiftung. Es ist der dritte Lauf, ein Ausgleich 3, der uns gleich erwartet. Mil-Mühlen-Stiftung, Sie wissen, dazu gehört das einzigartig schöne Gestüt Röttgen. Und es gibt etwas Neues auf dem Gestüt Röttgen. Dort sind immer tolle Stallions zu Hause, also Deckhengste. Die Zukunft, wenn Sie so wollen, des deutschen Galopp-Rennsports. Und einer, der war schon mal da und kehrt jetzt wieder zurück. Er ist auch einer der sehr erfolgreichen Deckhengste in der jüngsten Vergangenheit gewesen. Ist mal kurz nach Frankreich. Aber jetzt macht er da weiter, wo er seine Karriere so richtig begonnen hat. Im Gestüt Röttgen und das ist Reliable Man. Das Gestüt Röttgen präsentiert Reliable, Gruppe 1-Sieger auf zwei Kontinenten, Dalakani-Zone und Bitzwinger von nicht weniger als 60 internationalen Gruppesiegern, darunter 25 Gruppe 1-Sieger. Reliable Man, französischer Derbysieger. Sein Vater, der großartige Dalakani, war ebenfalls Sieger im französischen Derby. Und auch dessen Vater, Darshan, triumphierte im begehrten französischen Dreijährigen-Klassiker. Darshan's Vater, Shirley Hayes, gelang der Derbysieg in England und im irischen Pendant. Und auch dessen Vater, Milreef, gewann das Epsom Derby. Damit vertritt Reliable Man fünf Generationen Derbysieger in seiner Vaterlinie. Das ist weltweit wohl einzigartig. Auch in seiner Mutterlinie findet man mit der zweiten Mutter Fair Salinia Champion Blut, die mit viel Kampfgeist ausgestattete Champion Stute avancierte zur dreifachen Oaks-Siegerin. Ihre vom Ausnahmevererber Sadlers-Welts stammende Tochter On Fair Stage ist die Mutter von Reliable Man sowie des aktuellen Gruppesiegers I'm Imposing. Nach zwei Siegen in Folge startete Reliable Man im Jockey-Club. Hier zeigte der von Alain de Royer de Pré trainierte Schimmel sein wahres Können, als er in diesem Klassiker mit seinem fantastischen Turn of Foot zum sicheren Sieg kam. Im Prix du Jockey-Club waren von insgesamt 15 geschlagenen Gegnern nicht weniger als zwölf Gruppesieger, darunter die Gruppe 1-Sieger Tin Horse, Roderick O'Connor, Carbamento und Cracker Jack King. Nach dem Derby belegte Reliable Man im von Méandre gewonnenen Grand Prix de Paris den dritten Platz. In dieser Gruppe 1-Prüfung schlug Reliable Man unter anderem den Irish Derby und Secretariat-Stake-Sieger Treasure Beach. Auf Méandre traf der Schimmelhengst danach im Caterpiniel und revanchierte sich mit einem sicheren Zwei-Längen-Sieg. Nach mehreren hervorragenden Gruppe 1-Platzierungen, darunter der vierte Platz in den King George und Queen Elizabeth Stakes, weniger als zwei Längen hinter den Champions Dane Dream, Nathaniel und St. Nicholas Abbey, ging es für Reliable Man nach Australien. Hier schlug er in den zur Gruppe 1 zählenden Queen Elizabeth Stakes den klassischen Sieger und insgesamt fünffachen Gruppe 1-Sieger It's a Dundeele, sowie fünf weitere Gruppe 1-Sieger. Diese Leistung machte ihn zum höchst eingestuften Pferd in Australien und brachte ihm das vierthöchste Rating weltweit in der Kategorie über 2000 bis 2200 Meter ein. So meine Damen und Herren, Nachwuchs für einen Preis der Mehlmühlen-Stiftung. Sie haben es gesehen, jetzt wieder mit Reliable Man im deckingsten Angebot für das Jahr 2021. Wir freuen uns jetzt aber erst mal auf den Nachwuchs im dritten Lauf. Heute gibt es ja auch noch das große Finale, ein Ausgleich 3, das Ganze über die 1800 Meter. Das ist Ihr Starterfeld und das wird groß. Das gibt natürlich dann auch mit Sicherheit interessante Quoten. Wir haben Griffone mit der Programm Nummer 1, wir haben Smoke on the Water mit der 2, Kingdom of Heaven ist die Programm Nummer 3, die 4 wäre Lady Vivian, die 5 Highland Dragon, die 6 Agent Excel, dann haben wir Simpsons mit der Programm Nummer 7, die 8 ist Diamantfee, dann haben wir Ferö Diliat, das ist die Programm Nummer 9, Seou mit der 10, Dantos mit der 11, Diorapid trägt die 12, Lovely Dream die 13 und All My Love trägt die Programm Nummer 14. Alle sind hier schon bei wirklich schönen, ich würde sagen schönsten äußeren Bedingungen hier im Führing und während unsere Nachwuchsreiterinnen und Reiter sich vorbereiten und nochmal die Order bekommen, hören wir jetzt Marvin Schritte, was er denkt, wer hier die besten Karten hat. Ich greitsche da mal dazwischen, ich glaube, dass wir den Richterspruch und auch die Quoten vorliegen haben, wir sollten das zweite Rennen vielleicht abschließen, wenn die Regie jetzt freundlicherweise die Grafik, ja, bei mir auf dem Schirm sind sie schon, die Quoten, aber egal. Den Richterspruch habe ich auch schon. Ja, dann versuche ich das mal vom Monitor hier zu machen, sag mal den Richterspruch. Genau, Sieger war die 11, B-Suite, zweites fährt die 5, Kormi Mr., drittes fährt die 9, Mr. Onyx, vierter war die 7, Trust Ahead und fünfter die 2, Sugar Daddy. So, die Quoten, das habe ich hier nämlich meine Wettstar-Seite aufgeschlagen, 8,50 Euro gab es auf Sieger, da sind sie auch auf dem Bildschirm wunderbar, Plätze, 2,30 Euro, 2,20 Euro, 5,50 Euro, die Zweierwette 40,90 Euro, Dreierwette 485,20 Euro und die Zwei-aus-Vierwette glatt 4 Euro. Also, ja, das waren die Quoten, damit haben wir das zweite Rennen abgeschlossen. Wir kommen zum dritten, das ist ja schon ganz interessant, Marvin, wenn man die Quoten sich anschaut, es sind eigentlich nur drei Pferde gewettet, ganz großer Unterschied, das sind nämlich die zwischen vielen, vielen Pferden, die hier mit sehr, sehr hohen Quoten unterwegs sind. Die 1, Griffone, die Nummer 10, das ist CEO und die Nummer 14, All My Love und alle anderen fallen dann schon unter die Kategorie krasse Außenseiter. Tja, fangen wir mal an mit Griffone, der ist noch ungeschlagen mit Scheuklappen, die hat man ihm mal aufgesetzt, der gute John Hillis, vor einigen Wochen in Düsseldorf, dann hat er gleich gewonnen, dann hat er anschließend hier gewonnen, immer mit Eli Pedroza, der ist in Katar im Moment, aber er hat mit Sean Byrne einen sehr, sehr talentierten, jungen Iren am Stall und der ist mit seiner 5-Kilo-Gewichtserlaubnis natürlich interessant und ich denke, dass auch Griffone gleich an die Spitze gehen wird. Wie gesagt, er ist noch ungeschlagen mit Scheuklappen, hat hier in Iffitzheim gewonnen, über 1800 Meter und mit diesem jungen Reiter, ich denke mir, Marvin, nochmal mit aller, aller ersten Chancen unterwegs. Ja, auf jeden Fall, du hast es ja gerade gesagt, Sean Byrne, der hat schon in den letzten Wochen richtig auf sich aufmerksam gemacht. Riesentalent, 5-Kilo-Erlaubnisreiter, der jetzt auch von anderen Trainern schon sehr oft gebucht wird. Startplatz 1 eigentlich optimal für Griffone. Ja, ich bin wirklich gespannt, 5,9 die Quote. Du hast es gerade schon angesprochen, Daniel, All My Love ist favorisiert, 2,9. Das ist schon eine Hausnummer in so einem vollen Feld, oder? Ja, Leon Wolf an Bord, 48 Kilo. Das ist natürlich unterstes Gewicht eigentlich. Er hat sogar noch ein Kilo mehr Gewicht, weil er natürlich auch sehr, sehr leicht ist, aber 48 Kilo kann er wohl nicht bringen. Stute ist in der Topform, sie hat in Hamburg gewonnen. Sie ist hier in Baden-Baden hinter Griffone Dritte gewesen. Gewichte sind natürlich so ein bisschen verändert jetzt, aber die letzte Form in Hoppegarten hinter einem völlig souveränen, sehr stark gesteigerten Wöhler-Pferd war auch gut genug. Und mit Leon Wolf sitzt natürlich einer der aktuell führenden deutschen Nachwuchsreiter an Bord. Sie geht gerade durchs Bild All My Love aus dem Stall von Sarka Schütz. Drei Euro ist natürlich sehr wenig. Ähnlich kurz steht die 10 CO. Aus dem Stall von Hans Blume fährt, ist dort noch nicht ganz so lange, so seit einigen Monaten und hat eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht. Hat in Hannover gewonnen, war in Dortmund Dritte, hat zuletzt sehr gut gelaufen in Düsseldorf. Und da sitzt ein junger Mann im Sattel, der aus Japan kommt und eigentlich bei Micky Fiege in München arbeitet. Aber auch er, Schuichi Teraci, hat schon Rennen gewonnen. 3,30 Euro, sehr kurze Quote. Aber das sind halt die Formfelder, die 1, die 10 und die 14. Man kommt nicht an ihnen vorbei. Ja, absolut. CEO hat sich ja in eine wirklich tolle Form gelaufen im Stall von Hans Albert Blume. Ja, bestreitet die Rennen eigentlich auch relativ gern von vorne. Muss man mal gucken. Nicht, dass sich Griffone und CEO dort vielleicht gegenseitig so ein bisschen in die Suppe spucken. Es gibt noch interessante andere Pferde. Kingdom of Heaven zum Beispiel aus dem Stall von Christian Peterschmidt ist hier während der großen Woche wirklich toll gelaufen. Das muss man sagen, als man Zweiter war zu Adaris. Auch davor, die Form in Mannheim war gut zu Fair Hurricane. Pferd ist wirklich interessant hier. Thorsten, du hast einen Gesprächspartner? Ja, und Olga Lasnowska, die muss auch gleich nochmal zu ihrem Pferd hinterher. Aber ich finde, das ist auch so ein Pferd, was ich ganz interessant finde. Der Agent Excel, nämlich mit der Programm Nummer 6, Amina Mattoni, sitzt gerade im Sattel. Olga, wenn ich so auf die letzten Leistungen schaue, da waren immer wieder wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Das Pferd hat mir gerade im Führing sehr gut gefallen. Ja, der hat keine Chance mit dem guten Gewicht. Und wenn der Boden nicht zu schwer ist, dann reicht mal keine Chance. Und mit Amina Mattoni, die hat auch schon gezeigt, dass er richtig schön vorwärts reiten kann. Ja, die Mattoni hat in der Arbeit geraten bei mir ein paar Mal und war sehr begeistert. Deswegen probieren wir das. Olga, dann jetzt Hals und Bein. Es geht Richtung Pferd jetzt gleich. Sie läuft schon, sie flitzt. Und für sie haben wir jetzt natürlich nochmal von den Kollegen von Sportwelt TV den Wettcheck. Und dann sind wieder Daniel und Marvin für Sie da. Der Sportwelt TV Wettcheck Theo läuft seit Wochen in Topform. In Düsseldorf sah er bereits wie der Sieger aus. Wie auch zuvor in Dortmund scheiterte er nur an einem Pferd mit Reserven. Die 5 Kilo Erlaubnis seines Reiters Shuichi Teraci sind ein weiteres Plus. Und so sollte Theo in diesem Rennen ganz weit vorne landen. So, die Pferde für das dritte Rennen des Tages, die betreten in diesem Moment das Geläuf. Wir absolvieren dann den Aufgalopp in Richtung der Startmarke 1.800 Meter. Hier die Distanz auf der Neuen Bahn, Nachwuchsförderpreis der Mähmühlen Stiftung, der dritte Wertungslauf. Über die Favoriten haben wir bereits gesprochen. Wir waren bei Kingdom of Heaven stehen geblieben. Auch den haben wir bereits erwähnt mit Larissa Bies. Ein Pferd, was auf diesem Boden mit Sicherheit sehr gut laufen wird, das ist Lady Vivian. Lady Vivian war zuletzt dritte in München zu Coriolan und zu All About Me. Man war zwar doch recht deutlich geschlagen, aber das waren schon andere Pferde. Gerade dieser Coriolan, von dem man immer eine gute Meinung hatte. Der war am Ende zwar zehn Dengen davor, aber ich glaube, solche Kaliber sind ja heute nicht am Start. Dementsprechend für 15,2 mit Sicherheit ein Pferd, was man nicht unterschätzen sollte. Und ein Muster an Beständigkeit ist natürlich auch Lovely Dream. Die Stute, die enttäuscht eigentlich nie. Einzig der Startplatz ganz außen fast. Startplatz 13 ist natürlich schon ein kleiner Nachteil. Da muss man gucken, wie der Rennverlauf sich entwickelt. Helen Böhler reitet für den Galopp-Club Bremen e.V. Da wird also hoch im Norden jetzt fleißig die Daumen gedrückt. Pavel Wovchenko ist der Trainer. Ja, Daniel, das sind so ein bisschen die gemeinten Pferde am Wettmarkt. Aus dieser Gruppe sollte auch der Sieger kommen, oder? Ja, ich führe dich ganz, ganz leise. Aber Herr Karnal, man kann auch mal beruhigen. Ja, offiziell sind noch zwei Minuten angezeigt. Wir haben ein volles Feld. Das heißt, es wird auch gleich in die Startbox hineingehen. Favorisiert bleibt All My Love mit Leon Wolf im Sattel, der ein wirklich tolles Jahr reitet und vielleicht hier für einen weiteren Sieger sorgen kann. Saka Schütz ist die Trainerin in Hoppegarten. Karin Briskorn, die Besitzerin, 3,3. Wie gesagt, die Quote aktuell am Wettmarkt, 3,7 für CEO für den Stall Nuri und 5,9 für Grifone mit Sean Byrne bei den letzten beiden Starts erfolgreich gewesen. Unter anderem hier während der großen Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Mann wird jetzt Abend Press eingeführt für untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und Starter Reif Steinmetz hat bereits den Hinweis gegeben an seine Mannschaft dort, an die Jockeys, dass es losgehen kann mit dem Einrücken in die Boxen. Start fast unterhalb des Iffezheim-Einblems an der 1800-Meter-Marke. Es geht auf der neuen Bahn zur Sache gleich. Griffone hat schon die Startposition bezogen. Als nächster Kandidat kommt Agent Axel heran. Dantos ist in diesem Moment startklar mit Lillymarie Engels an Bord. In diesem Moment kommt Diamant Fee heran. Aber wir sehen noch einige Pferde außerhalb der Maschine. Highland Dragon fehlt noch mit Fabio Marchalis. Auch Zeo muss noch einrücken, genauso wie Ferro Edelia. All my love, die Favoritin fehlt noch. Genauso wie Lovely Dream und auch Smoke on the Water. All my love. So, jetzt warten wir noch auf drei Kandidaten. A Lovely Dream. Dürer Pete. Und All My Love. Ceo ist in der Zwischenzeit eingerückt. Lovely Dream kommt heran. Das heißt, Dürer Pete als letzter Kandidat für Nachwuchsförderpreis der Mehrmühlenstiftung. Der dritte Wertungslauf. 1.800 Meter auf der neuen Bahn. Alles ist startklar. Gelbe Fahne ging nach oben. Und die Boxentür auf für unser drittes Rennen. Diamant Fee ist nicht sonderlich gut auf die Beine gekommen. Das Feld formiert sich zunächst einmal. Wer übernimmt die Spitzenposition? Griffona an der Innenseite führt vor Ferroé de Lía in zweiter Position. Dahinter sortieren sie sich alle zunächst einmal ein. Wer ist dort um eine gute Lage bemüht? Ganz außen ist es sofort Dantos und auch Lovely Dream heute sehr offensiv vorgetragen. Schon in vierter Position. Jetzt sortieren wir das Ganze mal, wo es an der Geläufseinmündung mittlerweile vorbeigeht. Griffona an der Innenseite führt also vor. Dantos in zweiter Position. Dahinter hat Kingdom of Heaven die Position verbessert. An der Seite von Ferroé de Lía. Außen Dürer Pete. Dann Lovely Dream. Dann sehen wir Ceo im Mittelfeld. Aktuell siebter, achter. For Smoke on the Water. Dahinter Agent Axel. An der Innenseite Lady Vivian. Dann ist es Highland Dragon. For All My Love. Simpsons und Diamant Face zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es aus dem Rastatterbogen mittlerweile hinaus. Den langen Einlauf nun also hinunter. Und Griffona zeigt nach wie vor den Weg. Führt hier mit Sean Byrne. Das fällt an vor Dantos. Dahinter Lovely Dream. Ferroé de Lía. Dann außen Dürer Pete. Dann hat sich in den Ceo verbessert. Und dann klappt schon eine kleine Lücke auf. Von drei, von vier, von fünf Längen bis zu Kingdom of Heaven. Außen macht sich dann All My Love auf die Verfolgung dort mit Leon Wolf. Der will nicht zu weit weg sein, wo es jetzt in den Einlauf hineingeht. Und die letzten 450 Meter anstehen. Vorne ist es sofort hier. Dantos geht nach vorne. Dantos for Lovely Dream for Dürer Pete. An der Außenseite All My Love. Da wird es ein wenig eng für Kingdom of Heaven. Und ganz an der Außenseite kommt jetzt hier Agent Axel. Angerollt. Wer ist denn nun vorne? All My Love ist vorne. All My Love for Agent Axel. An der Außenseite innen Dantos. Und dann schießt hier Simpsons jetzt hindurch. Simpsons an der Innenseite. Agent Axel und All My Love. All My Love Agent Axel und Simpsons. Simpsons All My Love und Agent Axel. Kopf an Kopf ging es über die Linie. Vielleicht All My Love in der Mitte gegen Agent Axel und Simpsons. Aber das muss unser Zielrichter auseinanderklamüsern. Grandioses Finale hier im dritten Rennennachwuchsförderpreis der Memuen Stiftung. All My Love, Agent Axel oder Simpsons. Wer hat gewonnen? Das ist die Frage. Ja, auch in der Wiederholung ist das nicht zu entschlüsseln, wer gewonnen hat. Jetzt warten wir einfach mal darauf, was unser Zielrichter sagt, wer gewonnen hat. Ja, auch in der Butt. Ja. Ja. Ja und Sie merken ja, wie eng es war, denn unser Zielrichter hat es immer noch nicht auseinander schlüsseln können. Wer gewonnen hat? All my love, Simpsons oder Agent Axel. Die Jockeys, die Reiter haben sich nach Überqueren der Ziellinie angeschauten. Ja, Sie, Ismail, Leon Wolf und Amina Mattoni. Und so recht wusste selber keiner, wer gewonnen hat. Ich kann Ihnen das alles erzählen, weil ich immer noch keinen vorläufigen Einlauf habe. Und wir wollen uns natürlich auch nicht festlegen. Vielleicht ist es schön, wenn die drei möglichen Sieger noch auf dem Geläuf bleiben. Thorsten macht sich nämlich schon auf den Weg zu euch. Und sobald wir einen vorläufigen Einlauf haben, werden wir diesen natürlich auch umgehend mitteilen. Aber eines hat dieses Rennen doch auf jeden Fall gezeigt, was für tollen Nachwuchs wir in Deutschland haben. Geht ihr alle mal einmal brav. Denn das war ein wirklich, wirklich tolles Finale. Ja, Sie schauen sich alle an, Thorsten, oder? Sie wissen auch nicht, wer gewonnen hat. Jetzt kommt unser Zielrichter. Jetzt schlüsseln wir es gleich auf. Hier wird schon gefläht. Amina Mattoni sagt gerade, bitte, bitte, bitte. Soll ich es auflösen? Wir machen es mal nicht so spannend. Alle schreien hier schon ja. Sieger ist die 14. All my love, Leon Wolf. Zweites Pferd, die sechs, Agent Axel, Amina Mattoni. Drittes Pferd, die sieben, Simpsons, Niasi, Ismail und vierter, die elf, Dantos. So, Thorsten, jetzt bist du dran. Jetzt darf ich, aber kriegen wir mal bitte für alle unsere drei Reiter hier mal einen Applaus. Das haben sie alle drei Spitzen gemacht. Toller Endkampf. Und Leon, dir darf ich jetzt also gratulieren. Ihr hattet wirklich alle keine Ahnung, gell, nach dem Zieldurchlauf? Ja gut, ich wusste es selber nicht. Wir waren alle auf einer Linie und es ist so schwer, selber zu entschlüsseln. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass wir es doch geschafft haben. Nachwuchsförderpreis ist natürlich auch immer was Besonderes. Da geht es auch dann um eine große Ehrung im kommenden Januar auf Gestüt Röttgen. Nimm uns mal bitte mit durchs Rennen, während Scharker jetzt gerade schon getanzt kommt. Gut, sie ist leider nicht so abgesprungen, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Aber dann hat sie mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass wir nach dem Boden, peu a peu, Boden gut gemacht haben. Und dann hat es, wie gesagt, gereicht. Und die Kamera, jetzt gibt es nochmal einmal abschlagen. Die Kamera kann man einmal vielleicht noch das Gesicht von Leon Wolf so ein bisschen einfangen, weil der hat sich richtig eingebuddelt hier am heutigen Tag. Und jetzt nur die Vorschläge. Wenn unser Siegreichsgespann hier jetzt gleich Richtung Waage geht, dann wird es nochmal laut. Herzlichen Glückwunsch unseren Siegern! Ja, so muss das sein, schön spannend. Jetzt gucken wir uns das Rennen aber nochmal an. Griffone, wie erwartet, an der Spitze. Aber er hat eigentlich nie Ruhe bekommen, weil sich nämlich Dantos da gleich neben ihn gelegt hat und ihn ständig gedrückt hat. Und dann hat auch Griffone so ein bisschen die Laune verloren, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Der konnte nicht so ruhig und entspannt galoppieren vorne, wie eigentlich bei den letzten Starts. Dantos hat das Pensum super abgespult. Am Ende Vierter gewesen. Ich glaube, da ist man mit Sicherheit sehr zufrieden. Ja, und wie du es gerade sagtest, auch die am Ende dann im Vorderfeld platzierten Pferde, die sehen wir jetzt quasi noch gar nicht. All My Love ist da drittletztes Pferd, Agent Axel viertletztes Pferd und Simpsons sogar am Ende des Feldes. Ja, das ist ein relativ schnelles Rennen. Das war auch zu erwarten. Das spielt natürlich auch den Speedpferden in die Karten. Man muss sagen, dass der Boden im Moment absolut top ist auch. Im Moment von hinten kommt man noch gut ins Rennen rein. Ja, gucken wir uns das vorne nochmal an. Grefone, da ist gleich Feierabend. Dantos und auch Lovely Dream, die beiden Wovchenko-Pferde, die ja doch immer zuverlässig nach vorne laufen. Laufen auch wieder gut, aber es reicht nicht so ganz. Wir gucken mal nach hinten. Ganz außen macht jetzt Leon Wolf peu à peu Boden gut. Daneben ist Agent Axel und Simpsons im Moment drittletzter. Genau, das sind die Pferde, die sich nachher im Endkampf engagieren. Ganz links taucht jetzt All My Love schon mal in guter Haltung auf. Simpsons jetzt in der Mitte und Agent Axel kommt jetzt ganz links. All My Love scheint eigentlich souverän nach Hause zu kommen. War vielleicht einen Tick zu früh vorne. Jetzt schießt ihn Simpsons durchs Feld und Agent Axel, also diesmal konnte man eigentlich fast mit bloßem Auge sehen, wer gewonnen hat. Das war schon zu vermuten, dass Leon Wolf ihn so nach Hause schickt. Agent Axel hat vielleicht sogar schon mal den Kopf vorne, aber Leon Wolf findet dann nochmal so den extra Galoppsprung und gewinnt dieses Rennen. Mit 48 Kilo war das schon nicht ein gutes Ding, aber sie musste schon eine gute Chance haben, die Stute mit diesem leichten Gewicht. Ja, von CEO wenig zu sehen. Ja, ach so, den haben wir noch gar nicht beachtet. Eigentlich, der ist jetzt Sechster, Siebter oder so, der läuft doch etwas blass, muss ich sagen. Griffone hast du ja gesagt, war relativ schnell dann auch geschlagen. Ja, und Agent Axel hat die letzte Form komplett auf den Kopf gestellt. Vor einer Woche in München war überhaupt nichts von ihm zu sehen und heute ein starker Lauf. Er hat in Belgien gewonnen im September, in München war der Boden natürlich auch relativ schwer, deutlich schwerer als heute hier in Ifitzheim. Ist aber sehr schwach gelaufen, heute vielleicht auch durch die weiche Hand von Amina Mattoni hat das dann heute geklappt. Und Simson, der ist gut genug und muss das halt auch nur mal wieder zeigen. So ganz unwahrscheinlich war das alles nicht. Wir sehen das nochmal von vorne und die beiden entscheidenden Pferde, oder die erste und zweite, kommen ganz links im Bild. Knapper Sieg von All My Love unter Leon Wolf, der das hier prima gemacht hat, aber es war knapp genug. So, meine Damen und Herren, wir sehen gerade nochmal hier bei uns auf dem Bildschirm auch diesen mehr als packenden Einlauf. Brise, wie wir sagen, Herr Brieskorn ist bei uns, natürlich auch Scharke Schütz, die Siegtrainerin. Und wir sehen auch schon, dass Leon Wolf bereits steht. Das heißt, Scharke, wir machen jetzt erst Siegerehrung und dann machen wir Siegerinterview, damit dann alle auch gleich wieder weitermachen können. Also freuen wir uns. Großer Bahnhof, wir können mal einmal schwenken. Also im Vergleich zu dem, was sonst ist, natürlich nicht. Aber vergleichen wir das mit dem bisherigen Meeting, dann freuen wir uns natürlich, dass Sie alle hier da sind. Und ich bitte euch jetzt mal einmal zur Siegerehrung, denn dann will ich natürlich auch von Scharke Schütz hören, wie sie diesen Endkampf miterlebt hat. Frank Dorf ist da, zusammen mit Kai Schirrmann. Kai Schirrmann, Chef der Deutschen Jockey-Schule in Köln. Und Frank Dorf ist natürlich der Gestütsleiter des Gestüts Röttgen im Besitz der Mehlmühlenstiftung. Und ja, das war wirklich packend. Das erlebt man auch nicht alle Tage, meine Damen und Herren. Nachwuchs war der Preis der Mehlmühlenstiftung. Dritter Lauf, dieser Ausgleich 3 über die 1800 Meter. Am Ende schnellstes Pferd. Die Programmnummer 14, das ist All My Love. Das war wirklich eine hauchdünne Entscheidung. Die fähige Authorized-Tochter aus der All About Love setzt sich hier durch, nach ohnehin schon guten Vorleistungen. Fabrice Korn ist die Besitzerin. Der eigene Mann nimmt jetzt gleich die EM-Preise entgegen. Scharker-Schütz in Hoppegarten ist die Siegtrainerin. Und Leon Wolf, den jungen Mann kennen Sie. Das ist der Siegreiter. Gratulation. So, jetzt gibt es auch noch mal ganz kurz Mund-Nasen-Schutz runter. Und Sie dürfen noch mal klatschen, dann ist das Lächeln noch ein bisschen breiter. Schauen Sie mal, damit alle so lächeln wie Scharker. Auf geht's. Gut, Gratulation. Frank Dorf und Scharker-Schütz, die dürfen gerne ganz kurz noch bei mir bleiben. Frank Dorf, darf ruhig da bleiben. Er muss satteln, höre ich gerade. Er soll noch mal ganz kurz entschuldigt. Scharker, Gratulation. Es gibt natürlich auch einen schönen Ehrenpreis. Wie hast du dieses Finale erlebt? Kurz vor Infarkt. Nee, ich wusste das auch nicht. Erst wo ich hier noch mal die Wiederholung gesehen habe, habe ich gesagt, ich habe gewonnen. Also meiner Meinung nach hat er gewonnen. Aber das war wirklich sehr, sehr eng. Und wie gesagt, Nachwuchs ist da. Aber großen Lob von Leon. Leon musste unterwegs entscheiden. Der Rennverlauf war anders, als wir abgesprochen haben, weil das anders gelaufen wurde. Mano hatte Nerven behalten. Und ich war wirklich begeistert von dem. Der wollte sich quasi etwas entschuldigen, was er da sagt. Nein, dafür sitzt du drauf. Du musst entscheiden, wenn eine Frau anders ist, was du daraus machst. Und das ist dir gelungen. Auch wenn er nicht gewonnen hätte, hat er hervorragend geritten. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Einen endgültigen Einlauf. Und freuen Sie sich schon mal auf die Dreier-Wettquote, die ich gerade gesehen habe. Die hat es in sich. Siegreich war die 14, All my love. Zweites fährt die 6, Agent Axel. Drittes fährt die 7, Simpsons. Vierter die 11, Dantos. Und fünfter die 13, Lovely Dream. Und jetzt anschnallen und festhalten. Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. 4,20 Euro. Die Siegquote, das war ja noch normal. 2 Euro Platz. 6,90 Euro. 6,90 Euro. 149,80 Euro. Die Zweier-Wette. Und die Dreier-Wette ist erstaunlicherweise getroffen worden. Wahrscheinlich doch nur von irgendeinem oder zwei Glücklichen. 18.232,90 Euro für einen Euro Grundeinsatz. Und die Zwei-Aus-Vier-Wette, 52,30 Euro. Das wird heute vielleicht noch häufiger der Fall sein. Denn wir haben wirklich eine Menge spannender Handicaps mit vielen, vielen Pferden im Laufe des Nachmittags. Aber jetzt kommen wir gleich erst mal zum Auktionsrennen. Und das gucken wir uns ja auch mal aus dem Viering an. Dieses Rennen jetzt natürlich gleich ganz genau ansehen. Dieses 200.000er, dank der BBRG. Und Frank Briskorn ist bei mir. Ich habe gerade schon gesagt, die Ehefrau ist natürlich die Mutter. Und ich kann noch mal gratulieren. Das ist ein toller Treffer gewesen. Ja, danke. Es ist immer schön in Baden-Baden zu gewinnen. Immer eine besondere Atmosphäre. Leider ein bisschen wie die Zuschauer. Aber im Siegestaube war es trotzdem schön. Brise, du hast auch Pferde auf der Auktion gehabt. Die letzten beiden Tage. Sales & Racing Festival bei der BBRG. Was verkauft? Ja, habe ein Jährlingshengst von Isfahan aus St. Angel verkauft. Sollte eigentlich nicht verkauft werden. Kamen ganz nette Leute. Und dann kam das Geschäft zustande. Ich denke, für beide Seiten zufriedenstellend. Und hoffe natürlich, dass sie viel Glück mit dem Pferd haben. Es gibt auch immer wieder tolle Chancen, dort an herausragende Pferde zu kommen. Ich glaube, das weißt du auch natürlich sehr genau über die Jahrzehnte. Ja, es sind immer so Erfahrungswerte. Jeder, der sich ein Pferd kauft oder anschafft, legt auf andere Prämissen Wert. Der eine mag Schimmel, der eine Füchse, der eine braune, der eine lang, kurz. Es ist eben immer wieder das Grundprinzip, die drei Gs im Rennsport. Geld, Geduld und Glück. Und es ist wie beim Pferde aussuchen, beim Rennen aussuchen. Kommt immer wieder das Glück. Muss dabei sein, sonst geht es nicht. Dann weiter Hals- und Weinbriese. Und wir freuen uns natürlich, wenn die Brieskornfarben auch jetzt in dieser Saison vielleicht hier und da noch vorne mit dabei sind. Auch wenn die Saison jetzt langsam zu Ende geht. Es gibt ja noch Chancen. Und jetzt gleich eine Riesenchance für Sie. Denn dieses BWAG-Auktionsrennen ist natürlich auch zum Wetten ein absolutes Highlight-Rennen. Nicht nur für diejenigen, die daran jetzt beteiligt sind. Wir sehen gerade schon die Live-Bilder hier aus dem Führing. Und hier kommt Ihr Starterfeld. Ferdinand Leisten Memorial, das BWAG-Auktionsrennen der Kategorie C. Über 1.400 Meter. Und es geht um sage und schreibe 200.000 Euro. 100.000 Euro für den Sieger. Ist es die 1, der Prinz. Ist es Arribon mit der 2, Augustinus die 3, Flitsch mit der 4, Miki Kadedu. Sagamor auch ganz stark mit anderer Starke. Die 5, Slash Hammer mit Alex Peach vielleicht. Die 6, Touch Moon trägt die 7 mit natürlich auch wieder hier den Chancen für das Quartier von Sascha Smirczek. Dann haben wir Affenso. Das ist die Programm Nummer 8 mit Maxime Pescher. Blue Horizon. Das ist auch wieder aus dem Quartier von Sascha Smirczek. Hier eine Möglichkeit. Die Programm Nummer 9. Ein Domstürmer. Das klingt ja eigentlich nach Köln. Wird aber in Hannover bei BOMEL Niederostek trainiert. Trägt die 10. Die 11 ist Flamingo Hollow. Jasmin Almreder-Mülleim die Trainerin. K.H. Hat Clemente Covra an Bord. Die 12. Lambo. Die 13 mit Wladimir Panov. Dann hätten wir den Champion an Bord. Der Programm Nummer 14. Principe. Das ist Burjamo Zabayev. Josef Beukow. Der hat heute schon gewonnen. Der ist mit Skipjou. Der 15 unterwegs. Und Ariadne trägt die 16 mit Martin Seidel. Favorisiert. Da sehen Sie, ist die Programm Nummer 14. Die Jockeys sitzen jetzt auf. Und ich rufe das erste Mal jetzt für dieses Highlight-Rennen. Marvin Schritte. Ja, vielen Dank, Thorsten. Du sagst es gerade. Erstes Highlight-Rennen des heutigen Tages. Ferdinand Leisten Memorial. BBAG-Auktionsrennen. Eines der wertvollsten Rennen, was es in Deutschland überhaupt gibt. 200.000 Euro gibt es hier zu verdienen. Und dementsprechend haben wir natürlich ein Pickepacke-volles Feld mit 16 Kandidaten. Im Prinzip ist Favorit. Die Programm Nummer 14 für den Stall von Andreas Wöhler ist die Wahl von Stalljockey Burjan Mosabayev. Und das ist natürlich ein Hinweis. Das Pferd gab ein wirklich tolles Lebensdebüt in Berlin. Hoppegarten war dabei nur minimal hinter Sagamor. Sagamor zählt auch heute zu den Gegnern. Aber Principe hat vielleicht auch die bessere Startbox mit Startplatz 14. Sagamor muss das Rennen relativ weit außen aufnehmen aus Startbox 14. Ja, ein Pferd, was noch ungeschlagen ist, ist die 1. Das ist der Prinz in den Farben von Erika Oebricht. Axel Kleinkor ist in Mülheim an der Ruhrs. Der Trainer Steffen Hellin wurde heute für den Ritt verpflichtet. Adrie de Vries, der ständige Jockey von der Prinz, der hat sich schon auf den Weg nach Dubai gemacht und ist dementsprechend heute hier natürlich nicht verfügbar. Ja, der Prinz, Startbox 13 natürlich auch alles andere als optimal. Er hat aber zweimal wirklich in toller Manier gewonnen. Über wen sprechen wir noch? Über KH. Denn KH haben wir hier in Iffezheim bereits Siegen sehen. Und zwar war das im Auktionsrennen während der großen Woche. Gleich beim Lebensdebüt hat die Stute dort gewonnen, hat das danach auch bestätigt in einem weiteren gut besetzten Rennen. Also warum nicht auch KH? Aber Startbox 16 natürlich alles andere als von Vorteil. Ein interessantes Pferd, Zagamor, haben wir eben schon erwähnt, wird stark gewettet, hat Principe bereits geschlagen beim Debüt in Hoppegarten und zählt natürlich auch hier zu den gemeinten Pferden. Daniel, du bist, glaube ich, im Führing und hast dir die Zweijährigen mal etwas genauer angeschaut. So, jetzt funktioniert es, Daniel. Ja, man muss wirklich sagen, Principe ist auch hier im Führing eine der herausragenden Erscheinungen. Ich bin so ein bisschen Fan von ihm. Ich habe ihn schon auf der Poppel gesehen im letzten Jahr als Jährling. Ich habe ihn dann auch auktioniert und er war ja nicht so ganz preiswert. Aber ein toll aussehendes Pferd. Ich habe sehr viel Meinung auf ihn, muss ich ehrlich gestehen. Dieses Pferd, das ein Kilo günstiger steht als Zagamor beim letzten Mal, der aber auch einen guten Eindruck macht hier im Führing, wie überhaupt die Kandidaten durch die Bank eigentlich trotz dieser relativ späten Jahreszeit noch klasse aussehen. Da ist ja schon mal der eine oder andere mit etwas längeren Haaren, mit einem etwas dickeren Fell. Aber das sehe ich eigentlich hier nicht. Es gibt so ein paar auch interessante Erscheinungen. Die zwei Aribo zum Beispiel, ein wirklich auffälliger Fuchs, macht einen sehr guten Eindruck hier im Führing. Ob er gut genug ist unter Vinzi Schirken. Wir werden das gleich noch mal so ein bisschen auftröseln. Aber das ist jetzt mal so ein erster Eindruck aus dem Führing. Pferde gehen jetzt raus zum Rennen. Wir haben noch so etwa sechs, sieben Minuten. Und wir hören uns gleich noch mal aus dem Wettstudio. Ja, danke, Daniel. Und Sascha Smitschek ist gerade noch hier bei uns. Den wollen wir jetzt natürlich, während die Pferde gerade den Führing verlassen, auch noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Sascha, jetzt hat Daniel gerade gesagt, alle Pferde sehen im Grunde richtig gut aus. Das heißt, was rechnest du dir jetzt aus? Ja, für Touchwood ist es natürlich mit dem Kilo-Sieg-Aufgewicht nicht ganz so einfach. Die jungen Pferde können natürlich auch mal schnell in der Form ein bisschen umkippen. Meiner fängt schon so ein bisschen an mit dem Winterhaar, aber er ist sehr gut auf dem Posten. Die letzte Form war leider nicht ganz so gut, aber danach war er auch entschuldigt. Also wir wagen das jetzt einfach mal. Und Blue Horizon, der sieht noch sehr gut aus im Lack. Und der hat ein sehr gutes Debüt gemacht in Compiègne auf schwerer Bahn. Also weicher Boden kommt ihm auf jeden Fall entgegen. Und das ist jetzt der zweite Lebensstart. Und ja, wir hoffen, dass wir ein Stück vom Kuchen abkriegen. Das sind Kuchen angesprochen. Der ist riesig. Also auch für die Aktiven natürlich was Gewaltiges, so ein 200.000er. Auf jeden Fall. Also da können wir dankbar sein, dass wir solche Rennen noch hier haben. Wir drücken jetzt die Daumen natürlich allen, die hieran beteiligt sind. Dankeschön auch nochmal an die Bahnbadener Auktionsgesellschaft, die das Ganze möglich macht. Hier kommt nochmal unser Wettcheck und dann ist Marvin wieder dran. Der Sportwelt-TV-Wettcheck Principiel gab in Hoppegarten ein gutes Debüt, als er als zweiter nur hauchdünn an Sagamore scheiterte. Gegen diesen steht er im Vergleich zu damals nun aber ein Kilo günstiger und kann deshalb den Spieß vielleicht umdrehen. Principiel ist deshalb unser Tipp im Ferdinand-Leisten-Memorial. Ja Marvin, da haben wir dann zwei Pferde gesehen, die hier ganz mit Sicherheit für das Finish in Frage kommen. Über der Prinz haben wir noch nicht geredet. Das ist die Nummer 1, steht bei 4,50 Euro. Das war ein sehr unauffälliges Pferd auf der Auktion, war auch sehr preiswert, das muss man so sagen. Aber die Ulbrichts, die Besitzer, die haben da das richtige Pferd ausgesucht und der hat zweimal gewonnen in Düsseldorf, beide Male. Hat natürlich Höchstgewicht heute zu tragen, es ist nicht ganz einfach. Startbox 13 ist auch nicht ganz optimal vielleicht, aber er hat, ja, verkehrt gemacht hat er ja eigentlich noch nichts. Nein, er hat noch gar nichts verkehrt gemacht und du hast es gesagt, in Düsseldorf hat er bei beiden Starts gewonnen und Didi Ulbricht hat er auch direkt nach dem zweiten Start gesagt, wir verkaufen dieses Pferd nicht. Und das ist ja in heutigen Zeiten immer auch ein Statement, was wir gern hören, wenn solch tolle Pferde hier bei uns in Deutschland bleiben. Ich finde die Quote aber dennoch sehr, sehr kurz, 3,3. Das stimmt, 3,3, das ist für mich auch nicht unbedingt der Grund, jetzt zum Wettschalter zu laufen. Ja, wir gucken noch mal ein bisschen durchs Feld. Er hat drei Pferde hinter sich gelassen in Düsseldorf, die auch laufen, Augustinus an der Spitze, aber die Reiterwahl von Andra Starke signalisiert ja schon, dass er zumindest Sagamor als das stärkere Pferd aus dem Grevestall einschätzt. Augustinus sicherlich ein Pferd auch für die Platzierung, der in diesen Rennen jetzt schon zweimal zweiter war. Und das muss man ja auch mal erwähnen, es gibt noch für das siebplatzierte Pferd 10.000 Euro, beziehungsweise für den Besitzer. Also deshalb natürlich auch diese vielen Starter. Augustinus ist sicherlich ein Kandidat für ein Platzgeld hier in diesem Rennen, die Nummer 3. Tja, dann gucken wir mal ein bisschen durchs Feld. Die Nummer 8, das ist Afonso, steht bei 19,20 Euro. Er war in Dortmund zuletzt nur von einem Pferd namens Best of Lips geschlagen und der hat ja nun vor einer Woche den Winterfavoriten gewonnen und zwar im bedeutendem Stil. Also nur Best of Lips war schneller als Afonso in Dortmund unlängst. Sicherlich auch ein Pferd, mit dem man hier auf einem vorderen Platz rechnen kann. Die Nummer 8, ein interessanter Außenseiter, wie ich meine. Was gibt es denn noch so für Pferde, Marvin, aus deiner Sicht, die hier nach vorne laufen können, mal abgesehen von den Favoriten? Ja, Afonso finde ich absolut interessant aufgrund der Form zu Best of Lips. Mir hat ein Pferd in Hannover sehr gut gefallen, der richtig lang steht und das ist Kipio. Der unterlag in Hannover nur Danelo, mit dem man ja lange auch einen Start im Winterfavorit plante. Man hat ihn dann rausgenommen. Aber die Art und Weise, wie der dort gelaufen ist, fand ich wirklich gut. Hat zum Schluss toll angepackt. Der steht bei 31 Euro, hat eine gute Startposition. Wie fandest du das Laufen in Hannover? Absolut in Ordnung. Der viertplatzierte Nio-Kritin-Town hat zwar anschließend nicht gewonnen, aber nichtsdestotrotz, Kipio konnte nicht mehr als Zweiter werden in diesem Rennen. Auch eher ein Pferd, das hier unter die Ersten kommen kann. Ganz sicherlich. Wir haben ein Pferd, das zum allerersten Mal läuft. Flamingo Hollow, die Nummer 11 aus dem Stall von Jasmin Almräder. Aber es ist ein sehr gutes Pferd. Man hört positive Dinge von ihm aus dem Training. Natürlich ist das heute so ein Sprung ins kalte Wasser für ihn. Er hat auch eine relativ ungünstige Startmunger, die Nummer 15 ziemlich weit außen. Aber wenn er heute nach vorne läuft, wäre das schon eine positive Überraschung. Das ist vielleicht eher ein Pferd für nächstes Jahr. KH, die steht im Moment bei 7,20 Euro. Die Stute, die zur Überraschung auch ihres Trainers oder zur positiven Überraschung ihres Trainers hier gleich das BBAG Auktionsrennen für Stuten gewonnen hat. Über 1200 Meter, zuletzt 1400 Meter in Dortmund. Sie hatte keine Chance gegen Mahler, aber die Form durchaus bestätigt. Und die drittplatzierte Siljana hat inzwischen gewonnen. Also das war gar kein ganz verkehrtes Rennen. Diese Auktionsrennen sind ja manchmal etwas schwer zu bewerten, gerade für die für Stuten. Und KH hat diesen Sieg bestätigt, hat das unterstrichen und gehört auch hier in die engere Wahl. Gucken wir doch mal auf den Toto. Vier Euro auf der Prinz. Wir waren uns einig, dass das eigentlich eine relativ niedrige Quote ist. Vier Euro dreißig für die Vierzehn für Prinz IP. Wenn man die Quoten anschaut, sind diese acht Euro oder sieben Euro siebzig, die es auf Sagamor gibt, die sind eigentlich nicht ganz uninteressant. Ja, hat noch nichts falsch gemacht. Ein Start, ein Sieg gegen Principe in Hoppegarten. Die beiden waren ja auch sehr, sehr deutlich vor dem Rest. Du hast Flamingo Hollow angesprochen. Man denkt sich aber was dabei, dass man hier direkt beim Lebensdebüt in dieses Rennen geht. Pferd hat herausragend gearbeitet. Vielleicht ist das noch so ein Außenseiter, wenn die fehlende Rennerfahrung nicht zu groß, als Nachteil zu bewerten ist. Mich stört so ein bisschen die Startbox, muss ich gestehen. Die Vierzehn ist schon ziemlich weit außen. Bei routinierten Pferden ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber man sieht, es könnte auch im Laufe des Nachmittags, wenn die Jockeys vielleicht mehr zur Außenseite tendieren, in der Zielgeraden durchaus kein Nachteil sein. Aber in diesem Rennen bin ich ein bisschen skeptisch. Und so ein bisschen Erfahrung braucht man ja eigentlich auch. Aber klar, Flamingo Hollow, wenn man eine Dreierwette spielt, sollte man ihn schon mit hineinnehmen. Ja, wir haben drei Pferde von Holger Renz. Flitsch, Micky Kadedu trägt die rote Kappe. Maxim Pescheur mit Aff und Zoo die rot-grüne Kappe. Und Sibylle Vogt im Sattel von Domstürmerin trägt eine weiße Kappe, damit sie diese Pferde natürlich auch unterscheiden können. Volles Feld, es geht um 200.000 Euro, meine Damen und Herren. Im Pferde in Leisten-Memorial dem BBAG-Auktionsrennen. Großer Dank natürlich auch von dieser Stelle an Klaus Ollenberger und Carola Ortlieb von der BBAG-Auktion. Jetzt freuen wir uns auf dieses Rennen. Denn es geht gleich los. K.H. kam in diesem Moment heran, hat hier schon ein Auktionsrennen gewonnen. Und dann warten wir nur noch auf drei Kandidaten. Auf Ari Bo. Er hat ein Rennen in Mülheim gewonnen. Auf Sagamore und auf Flamingo Hollow. Flamingo Hollow ist startklar. Dementsprechend Ari Bo und Vincent Schürgen. Als letzte Kandidaten für das Ferdinand Leisten-Memorial. Ist alles startklar. Gelbe Fahne ging nach oben. Und die Boxentür auf für das erste sportliche Highlight des heutigen Tages. Das Feld formiert sich. Sie sind alle samt gut auf die Beine gekommen. Wer hat die Spitze? An der Innenseite Scipio. Ari Bo ist direkt in vorderster Linie mit dabei. Ari Aten hat sich am Start um unzählige Längen versäumt. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist normalerweise nicht mehr aufzuholen. So, jetzt gucken wir mal, wer ist denn tatsächlich jetzt vorne. Ari Bo mit an der Außenseite Sagamore mit Scipio. An der Innenseite ist sofort Flitsch mit dabei. Dann sehen wir auch die Farben von Touchmoon im erweiterten Vorderfeld. Kaha hat keine Lage gefunden an der Seite dort von Lambo. So geht es bereits durch den Schlussbogen hindurch. Und Ari Bo zeigt den Weg, führt vor Flitsch, vor Scipio dann in dritter Position. Das Feld ist weit auseinandergezogen. Das heißt eigentlich, es gibt richtig viel Tempo. Sagamore außen. An der Innenseite hat sich dann still und heimlich hier Sledgehammer verbessert. So geht es gleich schon in die Zielgerade hinein. Wir kommen gar nicht dazu, alle Kandidaten zu besprechen. Denn Ari Bo ist zunächst einmal zweieinhalb, drei Längen vorne. Jetzt fächert das Feld natürlich auf über die gesamte Breite der Bahn. Wer ist denn vorne? Wer greift an? Kaha außen, der Prinz. Jetzt kommt Flamingo, Hollow, Sagamore zwischen den Pferden ist auch mit dabei. Sagamore mit Kaha an der Außenseite, mit Ari Bo in der Bahnmitte. Und Lambo läuft ein Riesenrennen. Immer noch Ari Bo. Principe ganz an der Innenseite, kommt angeflogen dort mit Sledgehammer. Principe vom fast letzten Platz. Haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Und gewinnt überlegen das Auktionsrennen. Principe für Andreas Wöhler und Burjan Mosabai. Gegen Sledgehammer mit einem Riesenlauf. Dann war es Lambo auf Platz drei. Und dann war es eng zwischen Domstürmer und zwischen Sagamore bis hin zu Flitsch. Und ja, Ariadne hat leider alle Chancen bereits am Start liegen lassen. Principe also gewinnt für Klaus Alofs und die Stiftung Gestüt-Fährhof. Für Andreas Wöhler und für den Champion für Burjan Mosabai. Das Ferdinand-Leisten-Memorial. Das Ferdinand-Leisten-Memorial. Angebot bis zum nächsten Zimmer. Tschüss nennt den Gerät oder Bind. Das Ferdinand-Leisten-Memorial. Angebot bis zum nächsten Zimmer. Sch combattet sein. An vom Norden bis zum nächsten Bike. Der Berhe. Untertitelung. BR 2018 Ja, den Sieger, den sehen wir bereits auf den Plätzen dahinter. Da war es wieder etwas eng. Da müssen wir noch warten, was unser Zielrichter sagt. Bevor wir den vorläufigen Einlauf haben, meine Damen und Herren, dürfen Sie diesen mehr als beeindruckenden Sieger feiern im Ferdinand Leisten Memorial, dem BBAG-Auktionsrennen. Der Sieg geht einmal mehr in den Stall von Andreas Wöhler. Er ist verantwortlich für den zweijährigen Free Eagle Zone Principe im Besitz von Klaus Alofs und der Stiftung Gestüt-Fährhof. Und es ist der zweite Tageserfolg für den designierten Champion des Jahres 2020, für Burjan Mozabaev. Und wir gratulieren natürlich sehr herzlich. Das Pferd hat 125.000 Euro auf der Auktion gekostet. Züchter hier, Stiftung Gestüt-Fährhof, wir haben es gehört. Und da ist man natürlich stolz. Stefan Ullrich habe ich gerade schon gesehen, Simon Stokes auch, die zum Gratulieren kommen. Und Burjan, jetzt gratuliere ich erst mal dir. Du wusstest ziemlich genau, was du hast, oder? Weil du hast lang gewartet. Nein, das ist meine Ferdinand grün. Das ist ein Start, das ist zu wenig für dich. Und ich habe das Tempo richtig gut. Ich unterwegs hatte, nicht so viel mehr. Aber super, alles gepasst. In dem Zielgeraden, ich denke, wir werden noch nicht alle rausgehen. Aber Gott sei Dank für uns, alle raus. Ich habe mehr Platz und dann die Mascher zu Hause. Ich muss danken für alle, die unsere. Burjan, erzähl uns ein bisschen was noch ganz kurz. Was ist das für ein Pferd? Ja, ich denke, es ist ein richtig gutes Pferd für nächstes Jahr. Und heute genauso gemacht. Und ja, alles gepasst. Ich bin glücklich. Er strahlt. Yvonne am Vierzigel strahlt auch. Denn wir senden jetzt natürlich diese tollen Bilder Richtung Australien. Wir haben es gehört. Der Trainer, er ist gerade in der Quarantäne dort, sitzt in einem Hotelzimmer, wo ich mich frage, wie schafft der Mann es eigentlich, dass er dann nicht raucht? Aber das sind Fragen, die müssen wir ein andermal klären. Jetzt lassen wir erst einmal den Sieger im Ferdinand Leist Memorial 2020, diesen 200.000er BWAG-Auktionsrennen hochleben. Ihr Applaus für das Siegergespann. Siegergespann. Ja, und wir haben natürlich noch den vorläufigen Einlauf. Das hat auch wieder ein bisschen länger gedauert, weil es so eng war auf den Plätzen. Der vorläufige Einlauf zur Vervollständigung. Siegreich die 14. Prinsipe Burjan Morsabaev. Zweites Pferd war die 6. Sledgehammer Alex Piech. Drittes Pferd nach Auswertung der Zielfotografie. Die 13. Lambo Wladimir Panow. Und viertes Pferd war die 5. Zagamor, anderer starke Vorläufig heißt das somit. 14, 6, 13 und die 5. Daniel, und jetzt haben wir schon die Wiederholung. Und das war eine beeindruckende Vorstellung, oder? Ja, ich hatte ihn natürlich auch immer so ein bisschen im Auge, weil ich habe ihn auch gewettet, muss ich gestehen. Im Prinzip hier ist es ja doch mein Tipp gewesen. Ich glaube, 3,70 Euro zahlt er am Ende des Tages nur. Ganz interessant, dass jetzt die Jockeys doch anfangen, nach außen zu gehen in der Zielgeraden. Das ist mit jungen Pferden oft nicht so ganz einfach, weil sie dann doch so ein bisschen die Orientierung verlieren. Und wir werden uns das gleich nochmal angucken. Aribo führt. Zagamor gleich im Vordertreffen. Sledgehammer, der ein starkes Rennen läuft. 5. 6. Da innen. Ja, und Lambo, das ist die ganz große Überraschung hier im Vordertreffen gewesen. Das fährt aus dem Stall von Mirek Rodeck, der beim ersten Start hier ein Fünfter war in einem gut besetzten Rennen, aber sich deutlich gesteigert hat. Aribo noch vorne. Man sieht jetzt Principe so an 12. Stelle ungefähr. Ziemlich weit hinten noch. Ja, ziemlich weit hinten. Du hast es gerade gesagt, hier sehen wir es jetzt. Sie schwärmen alle auf. Aber Bourjan bleibt ganz innen fast mit Principe. Und auch Alex Peach mit Sledgehammer wählt eigentlich eher eine innerste Spur. Und die beiden sind dann am Ende vorne. Ganz links sieht man der Prinz. Genau. Der ist direkt an den Rails, kommt da aber nicht so richtig weiter. Sagamor kommt auch außen in seinem Fahrwasser. Es ist KH. Sagamor zieht gut durch. Aber der Boden ist in der Mitte einfach noch sehr gut. Das muss man sehen. Und es ist ein sehr souveräner Sieg von Principe. Es war ein toller Jährling vor einem Jahr, muss ich sagen. Also war ja auch nicht ganz preiswert auf der Auktion. Er gewinnt sehr, sehr souverän. Man muss diese Rennen, kann man immer nicht so ganz leicht einschätzen. Aber ich glaube, dass wir doch ein überdurchschnittlich gutes Pferd hier gesehen haben mit Principe. Der, ich gucke hier gerade mal rein, ganz interessant, keine Nennung hat für das deutsche Derby im kommenden Jahr. Weil er auch nicht unbedingt gezogen ist, wie ein 2400 Meter Pferd. Also da konzentriert man sich vielleicht dann doch auf die 2000 Meter Rennen. Also eine Derby-Nennung hat dieser Principe, wenn ich das hier gerade der Sportwelt entnehme, eigentlich nicht bekommen. Er hat noch eine Auktion, eine Nennung interessanterweise für das Grand Criterium in Mailand, das ja in diesem Jahr noch stattfindet. Das ist aber in sieben Tagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Andreas Wöhler aus seiner Quarantäne in Australien jetzt die Order gibt, dass er in Italien läuft. Das glaube ich eher nicht. Also ich denke mir, dass man mit ihm Schluss macht. Vielleicht geht man noch mit ihm nach München. Der eine Besitzer sitzt im Fußballstadion. Klaus Allofs Düsseldorf spielt in 20 Minuten gegen Regensburg. Und der andere, Andreas Jakobs, ist auf dem Fährhof. Und Andreas Wöhler raucht jetzt seine erste Zigarette unter der Dusche. Was man so hört, egal. Principe gewinnt sehr leicht. Stetschämmer läuft klasse. Gegenüber den letzten Starts, ja, wer ist noch zum Vordertreffen noch zu sagen? Lambo haben wir schon geredet. KH. Arribour hat auch langen Stand gehalten, ne? Von der Spitze aus, auch wenn er am Ende dann vielleicht Achter, Neunter war. Der hat mir im Führring sehr gut gefallen, dieser Arribour. Er läuft nicht schlecht. Aber es war natürlich ein aufwändiger Rennverlauf. Er muss doch ganz schön viel tun. Domstürmer, das ist auch so ein Pferd, was du immer so ein bisschen verfolgt hast. Wieder ein richtig guter Ansatz. Ja, der sieht immer klasse aus, dieses Pferd. Da muss ich gestehen. Und trifft es natürlich immer schwer an, diese ganzen Rennen. Dabei läuft er jetzt. Man sieht ihn sehr gut mit seiner großen weißen Blässe. Er wird dann, ja, fünfter, sechster, glaube ich. Fünfter. Ja, tolles Pferd, Principe. Wir sind gespannt auf seine weitere Karriere. Aber, ich habe es schon gesagt, im deutschen Derby ist er interessanterweise nicht genannt. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, Siegerehrung im BBRG-Auktions-Rennen, dem Ferdinand Leisten Memorial 2020. Ich habe gerade eben Simon Stokes hier von der Stiftung gestüttet. Wir haben noch sagen, wo kam er denn daher? Ein toller Sieger hier. Die Programm-Nummer 14, Principe, in diesem 200.000er-Rennen. Über die 1.400 Meter. Es siegt also die Programm-Nummer 14, Principe, aus der Zucht. Und das muss man sagen, der Hocherfolger in Stiftung gestüttt Fährhof. Dieser zweige Free Eagle aus der Paraisa im Besitz von Klaus Alofs und der Stiftung gestüttt Fährhof. Der Trainer ist gerade in Australien, Andreas Wöhler. Liebe Grüße dahin. Und der Siegreiter, wieder einmal ein Top-Ritt. Burjan Muzabaev. Und die Ehrenpreise werden hier bereicht. Natürlich von Jutta Hofmeister zusammen mit Klaus Eulenberger und Carola Ortlieb von der BBRG. Wir haben gestern und vorgestern ja die Herbstauktion erlebt, Sales & Racing Festival, das ja jetzt gerade stattfindet, hier zusammen mit Baden Racing. Und die Termine dann hoffentlich fürs neue Jahr, da gibt es ja dann, so wollen wir hoffen, eine Frühjahrsauktion, werden dann unter bbrg-sales.de bekannt gegeben. Es gibt immer drei Auktionen. Früher dann die Jährlingsauktion, die wahrscheinlich wichtigste. Und dann Sales & Racing Festival eben im Herbst. So, der Nachwuchs macht sich auch schon richtig gut. Und jetzt, meine Damen und Herren, ein absolutes Highlight-Rennen. Ein tolles Pferd, was wir gesehen haben, mit einer großartigen Leistung. Ihr Applaus. Und jetzt, meine Damen und Herren, ein absolutes Highlight-Rennen. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, dann auch noch mal vor dem Waagegebäude kurz zu verweilen. Denn Jutta Hofmeister hat es vorhin angekündigt, es war heute der letzte Starter für eine Trainerlegende, der Ende des Jahres seinen Rennstahl an Janina Rehse auf der neuen Bult in Hannover übergeben wird. Hans-Jürgen Gröschel, sein letzter Starter, B-Suite, die Stute, die Adlerflugtochter, die Sechsjährige. Sie hat heute ihm noch mal einen Sieg geschenkt. Und Baden Racing hat er ohnehin geplant, ihn für seine herausragenden Leistungen, für seinen Pferdesachverstand hier zu ehren. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, Jutta Hofmeister, wenn wir das jetzt gemeinsam machen. Lieber Hans-Jürgen Gröschel, vielen, vielen Dank für eine unglaubliche Zeit, unglaubliche Erfolge, fantastische Pferde, die hier an der Oos Ehre eingelegt haben für die neue Bult und für einen der erfolgreichsten Trainer der Geschichte von Deutscher Galopp, Hans-Jürgen Gröschel. Und wir sehen natürlich auch noch, dass hier ein paar persönliche Worte gesprochen werden zwischen Jutta Hofmeister und Hans-Jürgen Gröschel. Er wird uns erhalten bleiben als Unruheständler. Er wird natürlich bei Janina Rehse auch sein Fachwissen immer wieder einfließen lassen. Und wir freuen uns darüber. Er wird uns nicht verloren gehen, dieser tolle Pferdemann, Hans-Jürgen Gröschel. Sie dürfen gerne noch einmal klatschen, dann lächelt er noch mal. Und dann kommen wir zum endgültigen Einlauf mit Marvin Schritte. Ja, vielen Dank, Thorsten. Wir haben den endgültigen Einlauf. Siegreich die 14, Principe, zweites Pferd die 6, Leccema, drittes Pferd die 13, Lambo. Vierter war die 5, Sagamore und fünfter die 10, Domstürmer. Ja, gucken wir mal auf die Quoten. Sieg 3,70 Euro, also der Favorit hat gewonnen. Aber es gibt natürlich schöne Platz- und so weiter-Quoten. 2,20 Euro, 6 Euro, 8,40 Euro, 53,40 Euro die Zweierwette. Und 29.000, nee, 2.979,90 Euro die Dreierwette für einen Grundeinsatz. 2 aus 4, 4,30 Euro. So, ein großartiges Rennen, dieses 200.000er, dieses Auktionsrennen für den Antleisten Memorial. Und Simon Stokes, ich hatte jetzt nicht Gelegenheit zu gratulieren vor der Siegerjährung. Das machen wir jetzt. Er natürlich eine, man kann schon sagen, Legende bei der Stiftung Gestüt Fährhof. Klaus Allofs dürfte sich auch gefreut haben als Mitbesitzer. Hat er denn schon angerufen? Ja, wir haben schon telefoniert, er hat sich sehr gefreut. Natürlich, Fußball kommt vor heute, aber er hat es live gesehen und freut sich riesig. Simon, du hast dir das Rennen vorhin auch mal angesehen und hast gesagt, Mensch, wo kommt er denn her? Also das war schon auch beeindruckend. Ja, also der Plan war das nicht, dass er so weit hinten ist. Das war aber ein sehr schnelles Rennen. Und es war sehr beeindruckend, wie er jetzt so von hinten nach vorne gekommen ist, ja. Schöner Erfolg auch für die eigene Zuchtstiftung Gestüt Fährhof. Da läuft es in diesem Jahr wieder richtig rund. Ja, das hat erst mal schleppend angefangen, aber das war wieder ein sehr schönes Erfolgserlebnis heute. Jetzt hat Daniel Dillus gerade gesagt, Pferd hat überhaupt keine Nennung für das Deutsche Derby. Wie sind denn die Pläne? Ja, dann gewinnen die anderen Rennen natürlich, ne? Dann lacht er und wir würden natürlich die Daumen, dass das auch gelingt, weiter Hals und Bein. Und bevor wir zum nächsten Rennen kommen, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eins sagen, 2021 geht es hier natürlich auch wieder mit fantastischem Galopprennen weiter. Und Marvin Schritte, der ist nicht nur ein toller Kommentator, wenn es ums englische Vollblut geht, sondern der Mann, der kann auch Maskottchen. Sehen Sie selbst. Zählen dann runter von drei bis eins, dann geht es los mit dem Maskottchenrennen. Also drei, zwei, eins und ab geht die wilde Fahrt unserer 25 Maskottchen. Und jetzt sind Sie natürlich gefragt, Ihr Lieblingsmaskottchen hier anzufeuern. Wer ist denn überhaupt vorne? Das sind 25 Stück, meine Damen und Herren, die sich hier streiten. Ganz in der Seite ist ein Löwe vorne. Und das sieht zunächst einmal gut aus. Aber da gibt es natürlich jetzt noch ein Hindernis. Das wurde bewältigt und der Sieger, den sehe ich hier gar nicht auf meinem Plakat. Auf jeden Fall hat der überlegen gewonnen. Ferdi von Ferdinand hat sich riesig geschlagen als Zweiter. Und alle haben hier wirklich einen tollen Job gemacht. Da schauen sich noch ein paar um. Die springen über die Hindernisse. Oh, 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 Scotty, Scotty, Scotty. Das haben wir nochmal nachverhandelt. Das war nicht so gut, aber der Rest klettert über das Hindernis im Maskottchenrennen. Jetzt warten wir den Letzten. Wer ist denn das? Welli von Neue Welle Radio. Jetzt geht es aber noch rund mit einem Schlussbord hier. Ja, und wer hat gewonnen? Ich habe das Foto nicht auf meinem Papier. Es könnte Hebi gewesen sein. Wenn du Hebi bist, heb einmal den Arm. Ich weiß es nicht, ich meine Herren. Ich habe das Foto hier nicht. Ich habe es von fast. Nein, Lilo hat gewonnen. Oder? Lilo? Bist du Lilo als Sieger? Jawohl, er jubelt. Also, Lilo von der Löwenapotheke hat das diesjährige Maskottchenrennen gewonnen. Eine tolle Sache. Gleich Siegerehrung und Eis für die Kinder, glaube ich, im Abseiterring mit meinem Kollegen Alexander Franke. Alexander Franke wird Sie natürlich nachher dann auch nach dem sechsten Rennen hier begrüßen und durch den restlichen Renntag führen. Und Sie haben es ja mitbekommen, es ist hier eben auch an normalen Renntagen ein absolutes Familienfest. Das gilt für den deutschen Galopp. Überall in Deutschland, egal auf welcher Rennbahn Sie sind, es ist immer etwas für die ganze Familie. Jetzt kommen wir zum fünften Rennen des heutigen Tages. Pferdewetten.de, Gorilla Millions Cup. Und da, ganz wichtig für Sie, geht es um die Dreierwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. Ein Ausgleich 3, der ansteht. Und das über die 1.200 Meter, die gerade Bahn. Startaufstellung schon drin. Die 8 ist favorisiert. Wir haben Daring Match mit der 1. Wir haben Charlie's Dreamer mit der 2. Wir haben Expediate, die Programm Nummer 3. Wir haben Cody Beach mit der 4. Roelicking trägt die 5. Mark of Excellence die 6. Tyler Durden hat die 7. Latino, wie gesagt, mit der 8. Betsy Cute die 9. Dann haben wir Sir Theodor mit der 10. Awarded mit der 11. Und Alicia mit der Programm Nummer 12. Und jetzt rufen wir doch mal den Mann, der wie kein zweiter Maskottchen kann. Und das ist Marvin Schröder. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ja, das Maskottchenrennen hier eigentlich immer Kult in Baden-Waden. Das konnte ja dieses Jahr leider nicht stattfinden. Aber im nächsten Jahr bin ich guter Dinge, dass wir wieder ein Maskottchenrennen haben. Ja, Pferdewetten.de, Gorilla Millions Cup. Steht an auf der geraden Bahn. Garantieauszahlung in der Dreierwette. 10.000 Euro. Rennen wird auf der geraden Bahn entschieden. Die Sprinter also hier am Ablauf. Wir fangen unsere Vorstellung mal an mit Cody Beach. Cody Beach hat hier während der großen Woche gewinnen können. Nach Auswertung der Zielfotografie. Letzte Form in Köln vielleicht nicht ganz so aufregend. Aber man hat auch nicht die Spitze bekommen an diesem Tag gegen Zirkuskind, gegen einen Trainingsgefährten. Heute auf der geraden Bahn kann das schon wieder ganz anders aussehen. 4,7 die aktuelle Quote. Ja, ein Pferd, was sehr lang erstaunlicherweise am Wettmarkt steht, ist Charlie's Dreamer. Startplatz 11 vielleicht nicht ganz günstig. Philipp Berg ist der Trainer. Miguel Lopez, der ständige Reiter, sitzt heute wieder im Sattel von Charlie's Dreamer, die zuletzt ein Sprintrennen über 800 Meter in Dortmund gewinnen konnte. Roller King ist eines von drei Pferden aus dem Stall von Frank Fuhrmann. hat sich angekündigt vor vier Tagen auf dem Raffelberg in Mülheim an der Ruhr. Lief dort ein wirklich gutes Rennen. Man war nicht weit geschlagen. Kurze Pause, sollte kein Hindernis darstellen. Ja, favorisiert ist ein anderes Pferd und das ist Latino. Latino hat hier während der großen Woche gewonnen. Ein Array und Sohn für den Stall von Ralf Rohn. Stall Colonia, die Besitzer, Micky Kadedu, sitzt natürlich wieder im Sattel. Vielleicht könnte die Distanz ein Tick zu kurz sein. 1200 Meter auf der geraden Bahn. Da muss schon vieles passen. Der Rennverlauf muss sich so entwickeln. Latino eigentlich immer so ein Kandidat, der so ein bisschen aus der Reserve geritten wird. Und da muss man dann sehen, ob sich auf den letzten Metern die entscheidende Tür öffnet und Latino dort durchstoßen kann. 3,5, dementsprechend schon eine niedrige Quote. Und ein Pferd noch für die längere Quote ist awarded, denn der war in Dortmund Zweiter zu Charlie's Dreamer. Machte noch viel Boden gut. Heute weitere Distanz könnte dem entgegenkommen. Ja, dann grätsche ich mal gleich dazwischen und gebe so meine unmaßgebliche Meinung, tue ich die jetzt mal kund. Erwortet ist natürlich 3,5 Kilo Mehrgewicht. Das ist, 3,5 Kilo ist schon eine Macht, weil Robin Hedens, das ist ein talentierter Nachwuchsreiter, ich habe eben, als ich auf die Rennbahn gegangen bin, mit ihm zusammen eingeschickt. Und der ist schon relativ groß, der ist nicht wesentlich kleiner als ich, der wird schon ein bisschen Gewichtsprobleme bekommen auf Dauer, der gute Robin Hedens. Also das Gewicht kann er nicht, was hier gefordert wird von Aborted. 3,5 Kilo Mehrgewicht, das stört mich schon so ein bisschen. Ja, Marvin, du hast es schon gesagt, Latino, die Distanz vielleicht einen Tick zu kurz. Und für Cody Beach und auch für Charlie's Dreamer sind diese 1200 Meter auf weicher Bahn auch schon die absolute Grenze. Cody Beach hat ja zwar hier gewonnen, aber da war der Boden doch noch nicht ganz so weich wie heute. 1.200 Meter zuletzt in Köln, vielleicht 100 Meter zu weit. Und Charlie's Dreamer, da sind auch die 1.200 Meter schon die absolute Grenze. Wir sehen Sie hier die Stute, die ja so viele Rennen für Philipp Berg gewonnen hat, neun Stück, 800-Meter-Siegerin in Dortmund und heute 1.200 Meter in Baden-Baden. Ich bin nicht so ganz sicher. Der Bahnschnitt ist auch nicht so prickelnd von ihr. Zweimal hier gelaufen, hat nicht so viel gerissen. Tja, wer hat denn eigentlich noch eine Chance? Also es bietet sich eigentlich nicht so richtig einer an, wo man sagt, jetzt fülle ich den Wettschein aus und renne sofort zum Schalter. Aber wir haben den Spezialisten für die Pferde mit für die kurzen Distanzen am Mikrofon bei Thorsten und er deckt schon ein Viertel des Feldes ab mit seinen Pferden. Das ist nämlich Frank Fuhrmann. Das stimmt und deswegen müssen wir ihn natürlich auch zu Wort kommen lassen. Lieber Frank Fuhrmann, mit der Sonnenbrille, Sie sehen, es ist ein sonniger Tag, es ist ein schöner Herbsttag und wir starten mal ganz kurz mit Cody Beach, der 4 und Josef Beukow. Ja, Cody Beach hat für mich erste Chance. Der ist wirklich vorige Woche in Köln 100 Meter weit, auf weichere Bahn noch. Also ich denke, der ist für jeden Fall dabei. Okay, und dann haben wir natürlich auch Roelicking und da ist Sibylle Vogt im Rennsattel und der gelingt zurzeit fast alles. Ja, ich hoffe auch, dass die auch ein, zwei weiter sind, aber mal gucken, ob die anderen uns das so lassen. Und für den Stahl-Blue-Sky haben wir natürlich auch noch die dreieige Lord of England hier mit 2,50 und halb. Das ist La Alicia, ist die Postkarte hier, also oder Briefmarke. Was können wir denn da erwarten? Ja, die hat uns bis jetzt immer noch so ein bisschen enttäuscht. Sonst war das immer noch so weit, 1200 haben wir gedacht, das ist okay. Aber letzte Woche ist das auch in den Hosenjagen. Mit CQ trägt natürlich auch noch 15,5, also die hat sogar noch ein bisschen weniger mit Helen Böhler. Wen, glaubst du denn, musst du am meisten fürchten hier? Ach, fürchten müssen wir alle, aber ich denke mal schon, dass wir mit Roelicking und Cody Beat schon 1, 2, 3 sind beide. Das ist eine klare Aussage. Dankeschön, Frank Fuhrmann und für diejenigen, die sich fragen, wird jetzt eigentlich die Programme Nummer 2, Charlies Dreamer, von der Mama von Philipp Berg geführt, weil das ist immer das Erfolgserhaltnis, wann immer sie das tut, gewinnt die Equiano-Tochter. Und ja, sie ist am Vierzügel, das also nochmal ganz kurz von uns. Und wir schauen nochmal schnell auf die Kollegen von Sportwelt TV, was die denken. Und dann freuen wir uns auf Marvin Schritte und das Rennen. Wetten nicht vergessen, wir haben ein Jackpot in dieser Dreierwette mit Garantieauszahlung in Höhe von 10.000 Euro, in Höhe von 4.889,16 Euro. Kodi Beach ist ein sehr schnelles Pferd, für das zuletzt in Köln auf weichem Boden die 1.300 Meter zu weit wurden. Über die heutige Distanz hat der Fuhrmann-Schützling bei der großen Woche überzeugt, als er einmal Erster und einmal Zweiter war. Kodi Beach ist unser Tipp im fünften Rennen des Tages. Kodi Beach ist unser Tipp im Fünften Rennen des Tages. Ja, es sind noch sechs Minuten angezeigt auf dem Display und wir wollen das gerade nochmal wiederholen. Und das unterstreichen, was Thorsten gesagt hat, 10.000 Euro Garantieauszahlung in der Dreierwette plus einem Jackpot von 4.800 Euro. Es lohnt sich also, die Dreierwette zu spielen. Ist natürlich schwer genug, unverändert Favorit im Latino. Zwei andere Pferde habe ich mir noch angeschaut. Expediate, eine sehr anständige Form hier in Ifitzheim. Das war am 11. September, da war er Vierter über 1.400 Meter, ist anschließend in Köln auf etwas, ebenfalls über 1.400 Meter wieder schwächer gelaufen. Und dann noch Sir Theodore, das ist eigentlich ein ganz zuverlässiges Pferd. Die Nummer 10 aus dem Stall von Stefan Richter, läuft aber dem ersten Sieg dieses Jahr noch hinterher und läuft immer so ins Mittelfeld oder ins vordere Mittelfeld. Die letzten Formen auch nicht so ganz prickelnd hier in Baden-Baden, da war er deutlich hinter Kodi Beach. Tja, eine Dreierwette, klar, Frank Fuhrmann hat, den wir eben gehört haben, hat nicht ganz Unrecht mit Rollicking und mit Kodi Beach hat er schon zwei heiße Eisen im Feuer. Ich glaube auch, dass vielleicht Kodi Beach das Bankpferd ist für die Dreierwette. Wenn Sie vielleicht eine Wette spielen, ihn 1, 2, 3 und dann 3, 4 Pferde drunter setzen, dann ist es vielleicht nicht ganz uninteressant. Oder Marvin, hast du noch irgendwelche, in den letzten zwei Minuten, irgendwelche aufregenden Erkenntnisse gewonnen? Nein, leider überhaupt nicht. Du hast Sir Theodoro noch angesprochen, ist auch so, ja, so ein ähnlicher Fall wie Latino. Ich glaube, dass da vieles mit dem Rennverlauf passen muss auf dieser Distanz. Kodi Beach, wenn er die Außenrates kriegen sollte, mit Sicherheit das Bankpferd normalerweise für die Dreierwette. Aber mir hat dieser Rollicking eigentlich in Mülheim sehr gut gefallen. Die kurze Pause, das macht bei den Pferden von Frank Fuhrmann nichts. Vielleicht ist das sogar der größte Gegner aus dem eigenen Stall. 15 Mal ist die Studie in diesem Jahr immerhin schon gelaufen und wie gesagt, sie läuft jetzt innerhalb von sieben Tagen das dritte Mal. In Köln war sie völlig ohne Chance, in Mülheim ist sie besser gelaufen, ja, Elfter, Dritter, Erste oder Erste. Ja, ich bin da nicht so ganz, ich finde das alles nicht so ganz aufregend. Nach alter Klasse muss man auch Mark of Excellence eigentlich beachten, oder? Ja, der war bei Hans Blume, glaube ich, im Training, kann das sein? Ja, und dann in Frankreich mal, war er auch mal. Und jetzt bei Selina El, also tja, nach alter Klasse. Aber oft sind solche Pferde, wenn sie dann in einen kleinen Stall kommen, geht der Knopf vielleicht auch so ein bisschen auf. Alex Piet schreitet oft die Pferde von Selina El, hat einige Erfolge mit ihnen gehabt, die Nummer 6 Mark of Excellence. In einem etwas undurchsichtigen Rennen, in dem wir auch nicht so richtig weiterkommen, ist es vielleicht ein nicht ganz uninteressanter Außenseitertipp. 19 Euro ist ja noch eine sehr lukrative Quote, aber in 5 Minuten wissen wir mehr. Ja, und die Pferde, die sind jetzt auch allsamt eigentlich schon an der Startmarke eingetroffen. Hier sehen wir Latino und Cody Beach, fehlen noch gute 50 Meter in etwa. 3 Minuten sind angezeigt, arbeiten Sie Ihre Wetten aus, geben Sie sie rechtzeitig ab. Wir lassen Sie einmal kurz in Ruhe und dann geht es gleich los mit dem 5. Rennen. Wir machen noch die 24% Unternehmen hinzu, damit es wir sehen, wie wir mehr mit einemount In representative haben, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, es geht in die Box hinein. Für Pferdewetten.de Gorilla Millions Cup steht an. Auf der geraden Bahn 1200 Meter. Favorisiert bleibt Latino für den Stall Colonia und für Miki Kadedu bei 4,6 zu haben am Wettmarkt. Tyler Durden ist schon startklar, genauso wie Awarded, Daring Match und auch Roller King. Roller King wie in der Sportwelt abgedruckt mit dem ersten Dress des Stalles Blue Sky. Und Maxim Pesceur trägt eine hellblaue Kappe im Sattel von La Alicia, damit Sie die beiden so ein bisschen unterscheiden können. So, jetzt kommen die letzten Kandidaten bereits heran. Charlie Streamer fehlt noch und einer hat sich noch versteckt, dort hinter der Startbox. Expediate, haben ja auch zwei Pferde von Christel Lenas dabei. Expediate, Stefan Hellin mit der blauen Kappe und Robin Hedens. Der Reiter von Awarded trägt eine weiße Kappe. Expediate kommt ganz innen heran. Ist mittlerweile unter Starters Order. Das heißt, wir warten auf zwei Kandidaten, auf Charlie Streamer und Cody Beach, der Startklar. Charlie Streamer als letzte Kandidatin für Pferdewetten.de Gorilla Millions Cup. Ist der Start erfolgt an der 1200 Meter Marke. La Alicia an der Außenseite noch weiter außen. Tyler Durden und Awarded gleich um eine gute Lage bemüht. Dann sehen wir in der Bahnmitte Latino, rechts weiter im Bild ist Cody Beach. Ganz rechts sehen wir dann auch Charlie Streamer. Wer ist optisch in Front? Awarded mit Cody Beach, mit Charlie Streamer rechts. Dann sehen wir Sir Theodore vor Daring Match. La Alicia dann Latino an der Seite von Betsy Coet. Dahinter Rolla King. Dann Tyler Durden vor Expediate und Mark of Excellence. Zunächst einmal letztes Pferd. So geht es gleich um den Knick in die Zielgerade hinein. Innen ist Charlie Streamer optisch in Front. Vor Cody Beach außen. Dann Sir Theodore. Dann Betsy Coet. Awarded Daring Match. Latino. Und dann der Rest, der muss erstmal fliegen, um da überhaupt hinzukommen. Denn Cody Beach außen ist wieder vorne. Cody Beach vor Charlie Streamer. Bleibt jetzt an der Innenseite so ein bisschen stecken. Sir Theodore hat die Lücke gefunden. Genauso wie Betsy Coet. Vorne ist es jetzt Sir Theodore. Sir Theodore mit außen. Cody Beach mit Betsy Coet. Charlie Streamer kämpft trotzdem tapfer weiter. Immer noch Sir Theodore. Rolla King kommt aus den Wolken angeflogen. Aber Sir Theodore hat einen Traumrennverlauf. Und gewinnt mit Vladi Panov für Stefan Richter. Gegen Betsy Coet. Gegen Rolla King. Charlie Streamer. Daring Match. Und dann die Gruppe mit dem Rest bis hin zu La Alicia. Die Gruppe mit dem Rest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber der Sieger, der war früh hochgezogen Sert Theodore für den Stall TSF, die haben übrigens eines der besten Pferde, was es gibt, über weite Distanzen Prinzess Zoe verkauft und ist mittlerweile Gruppe 1 Sieger Ja, das ist nicht ganz richtig. Sie hatten das Pferd nur gepachtet. Ah, okay. Sie haben es nicht verkauft. Das war das Gestüt Hünihof und die hat das Pferd gepachtet. Und das war im letzten Jahr, ist das Pferd nur unter der Stall TSF gelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und Stefan liebt ja Interviews. Also wenn Sie uns seit Mai verfolgen, Stefan kann gar nicht oft genug Interviews geben. Vor allen Dingen Siegerinterviews, das sind die schönsten. Das sind die schönsten von allen, ja. Dann lass uns mal jetzt über diesen Rennverlauf kurz nochmal sprechen. Also, Ladi hat gesagt, er hat natürlich ein sehr, sehr gutes Pferd unter sich gehabt. Und ich habe gesehen, du hast früh aufsitzen lassen und bist dann relativ zeitig schon weg. Was war der Hintergrund? Nö, das hat ja damit jetzt nichts zu tun. Das Pferd hat ja heute erstmal mal ein bisschen elastischen Boden, was er eigentlich braucht. Hat er immer zu fest den Boden angetroffen. Ist er jetzt so ein bisschen im GA runtergekommen. Und heute hat da der Rennverlauf aufgepasst. Alles gut. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, Stefan? Training in Dresden natürlich auch gute Bedingungen. Wird es denn jetzt noch viele Starter dieses Jahr geben? Ein paar Renntage haben wir noch? Oder steht irgendwann jetzt auch mal Winterurlaub an? Ach nee, es gibt ja bis Dezember noch Rennen. Und ich denke mal, so lange werden wir auch noch weitermachen. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wann Vladimir Panov zu uns kommt. Und dann machen wir natürlich auch gleich die Siegerehrung. Und freuen uns über diesen sehr, sehr schönen Treffer. Und ich hoffe inständig, dass Sie die Dreierwette getroffen haben mit der 10.000 Euro Garantieauszahlung. Das wird ja nicht das einzige Wetthighlight des heutigen Tages sein. Denn Sie wissen, wir haben noch die Garantieauszahlung in Höhe von 60.000 Euro. Im neunten Rennen des heutigen Tages. In der Viererwette des Jahres. Und da bin ich sicher, da unten sehen Sie es auch noch mal eingeblendet. Wetten, dass 2.0 die Mega-Viererwette im neunten Rennen. 60.000 Euro Garantieauszahlung. Wir haben jetzt das fünfte. Wir kommen auch gleich zum Highlight-Rennen Nummer zwei des heutigen Tages. Den Preis der Winterkönigin. Und dann verrinnen die Minuten. Also machen Sie sich jetzt schon mal Gedanken darüber, wen Sie in diese Mega-Viererwette reinpacken. Wenn es um 60.000 Euro geht. Da ist ganz Deutschland gefragt und vielleicht auch weit darüber hinaus. Und gleich also hier die Siegerehrung. Ich hoffe, es kann nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Vladimir Panov, der ist natürlich heute auch im Stress. Wie viele andere Top-Jockeys auch, weil es viele Einsätze gibt. Große Starterfelder. Und einige unserer Spitzenjockeys sind ja mittlerweile auch schon ins Ausland. Das heißt, da ergibt sich dann natürlich noch der ein oder andere Ritt für die Jockeys, die heute hier in Baden-Baden sind. Gleich also die Siegerehrung hier vor dem Waagegebäude bei wirklich perfekten äußeren Bedingungen. Und dann freuen wir uns auf das Highlight-Rennen des Tages. Preis der Winterkönigin 2020. Aber zuvor wollen wir natürlich erst mal die Sieger ehren hier im fünften Rennen. Pferdewetten.de, Grube der Millionskampf. Vielen Dank an dieser Stelle auch am Pferdewetten.de für die Übernahme des Patronats. Und an dieser Stelle nutzen wir noch mal ganz kurz die Chance, dass wir Ihnen mit auf den Weg geben. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, dass überall auf dem Gelände heute Mund- und Nasenschutzpflicht besteht. Das heißt, bitte daran denken. Das sehen die Covid-19-Hygienevorschriften so vor. Und die Ortspolizei hat uns gerade auch noch mal darüber informiert, dass wir das vielleicht noch mal ganz dezent anmerken. Aber ich weiß, viele von Ihnen setzen es ohnehin schon um. Aber vielleicht hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr daran denken. Mund- und Nasenschutz natürlich auch heute hier an diesem letzten Tag der Saison in Iffezheim. So, es ist abgeläutet. Das heißt, wir hoffen, dass jetzt gleich der siegreiche Jockey hier zu uns kommt. Stefan Richter, der führt hier fast schon eine Viertelstunde trocken. Muss er nachher nicht mehr so lang. Und dann können wir hoffentlich in wenigen Augenblicken auch zur Siegerehrung schreiten. Dann gibt es den endgültigen Einlauf und die Endquoten. Und dann freuen wir uns, wenn dann der Preis der Winterkönigin ansteht. Wenn in der Zwischenzeit vielleicht schon die Endquoten vorliegen, ich weiß es nicht, Daniel und Marvin, dann können wir vielleicht in den endgültigen Einlauf und die Endquoten kurz vorziehen. Ja, das müsste der Fall sein, denke ich mir. Ja, der endgültige Richterspruch liegt hier oben. Tja, dann lies den mal vor. Und ich habe aber Quoten. Siegreich war die Zehn, Sir Theodore Zweites fährt die Neun, Betsy Code, Dritter die Fünf, Roller King, Vierter die Zwei, Charlie Streamer und Fünfter die Eins, Daring Match. So, jetzt wird das hier angezeigt, Ergebnisse und Quoten, wenn das mal so funktioniert. Auf jeden Fall gibt es auf Sieg 9,30 Euro. Tja, das ist hier auf meinem Wettstamp meldet, Ergebnisse und Quoten, aber sie sind noch nicht da. Also 9,30 Euro gibt es auf Sieg und alles andere wird gleich kommen. Wahrscheinlich dauert das so ein bisschen, weil es ja einen Jackpot einzuspeisen gilt bei der Dreierwette und das könnte so ein bisschen im Moment das Problem sein. Also wir werden das gleich nachholen. Ich werde gleich mal in Führing eilen. Wegen des Preises der Winterkönigin, da schaut man sich die Pferde ja doch nochmal im Führing an. Also die Quoten werden nachgereicht, das kann einen Moment dauern. Erstmal die Siegerehrung. Pferdewetten.de, Gorilla Millions Cup, die Dreierwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. Sascha van Trel von Pferdewetten.de lässt hier natürlich liebe Grüße ausrichten und natürlich Gratulation ans siegreiche Gespann. Stellvertretend wird hier Jutta Hofmeister die Ehrenpreise jetzt gerade hier überreichen. An die Zehn an Sir Theodor, das ist der siebenjährige Akanos der Key Rose für den Stahl TSF. Trainiert in Dresden von Stefan Richter und der Siegreiter, Wladimir Bonhoff. Sie dürfen klatschen, zumindest die wenigen, die da sind. Auf geht's. Ein schöner Treffer und Wladimir hat jetzt natürlich richtig was zu tragen, auch noch für den Trainer, der ja häufig seine Pferde hier auch selber führt. Bis die Endquoten vorliegen, bis sie das grafisch auch aufgearbeitet haben, werden wir Ihnen jetzt natürlich nochmal mit auf den Weg geben, wer denn die Siegerinnen im Preis der Winterkönigin der vergangenen drei Jahre gewesen sind. Klangvolle Namen. Und dann schauen wir mal, wer wird denn die Winterkönigin, die sich hier 2020 krönt. Alles ist startklar. Für Ittling im Preis der Winterkönigin haben sich die Boxentüren geöffnet. 1.600 Meter die Distanz. Angelita kam überhaupt nicht gut auf die Beine. Erfolgt zunächst einmal klar und deutlich hinter den restlichen Kandidatinnen. Wir sehen die Favoritin Rock My Love direkt an der Spitze mit Bützje. Rock My Love, Rock My Love vor Suada. Die Gefahr kommt aus dem eigenen Stall. Angelita nach dem schlechten Start ist schnellstes Pferd vor Cabarita und Dina. Rock My Love aber marschiert weiter vor Suada. Die bleibt dran, versucht das Blatt nochmal zu wenden. Rock My Love vor Suada an der Innenseite. Die kommt ein wenig näher heran, aber Rock My Love hat ausreichend Reserve und sie ist die Winterkönigin 2017. Rock My Love vor Suada. Angelita lief ein sensationelles Rennen. Dann Dina, dann Cabarita, Bützje, Barista. Alles ist startklar. Für den Preis der Winterkönigin 2018. 1.600 Meter und der Start in diesem Moment ist erfolgt. An der Innenseite Best on Stage ist gleich gut auf die Beine gekommen. Wyominger Jasmin ist um eine vorderste Position bemüht und auch Ivanka direkt hier im Vorderfeld auszumachen. An der Innenseite Ivanka. Jetzt kommt Whispering Angel. Akribi ist vorne. Whispering Angel an der Innenseite fliegt heran. Akribi, Whispering Angel. Whispering Angel und Akribi. Whispering Angel und Martin Seidel gewinnen die Winterkönigin. Für Helmut von Fink. Akribi ist zweiter, Ivanka dritte. Dann Wish You Well, Apadana flog auf den letzten Metern heran. Dann erst Peace of Paris und der Rest bis hin zu Angel for All. Gelbe Fahne ging nach oben. Für den Preis der Winterkönigin ist gestartet an der 1.600 Meter Mark. Ja und Tickle Me Green erwischte gleich den besten Start an der Innenseite. Führt vor Tabera in zweiter Position. Dann sehen wir außen direkt Flamingo Girl und auch Schwesterherz um eine gute Position bemüht. Tickle Me Green geht spielend leicht nach vorne. Tickle Me Green dann stehen nun hier außen Tabera kämpft. Innen kommt Ocean Fantasy jetzt angeflogen. Tickle Me Green Ocean Fantasy greift an an der Innenseite. Ocean Fantasy, Ocean Fantasy, die Salm ringen am besten aus außen. Tickle Me Green Ocean Fantasy, Tickle Me Green Ocean Fantasy oder Tickle Me Green. Kopf an Kopf ging es über die Linie. Ich glaube, Micky freut sich zurecht und er hat gewonnen mit Ocean Fantasy. Klangvolle Namen der Vergangenheit. Jetzt schauen wir mal, wer sich hier krönt für das Jahr 2020. Preis der Winterkönigin, es ist angerichtet. Wir reden über 105.000 Euro Preisgeld. Wir reden über 1.600 Meter. Und es gibt eine Nichtstarterin hier in diesem Highlight-Rennen. Das ist die Programm Nummer 9. Wie bitte streichen. Wir haben mit dabei im Preis der Winterkönigin 2020 Amazing Grace mit Bojan Mosebaev, der sich in den Rennsattel schwingen wird. Wir haben Gonamira, die Programm Nummer 2 mit Micky Kadedu hier. Dann hätten wir Marla, die Programm Nummer 3. Eine Chance für Maxime Pescheur. Luca Delosier wird die 4-Nier-Lady steuern. Dann haben wir Noble Heidi, die Programm Nummer 5 mit Andra Starke angereist aus Köln. November mit der Programm Nummer 6. Sibylle Vogt wird hier reiten. Dann Piches mit der Programm Nummer 7. Sicherlich auch hoch beachtet. Clement Lecovre im Rennsattel. Andi Helfenbein versucht es mit Rennes d'Amour, der Programm Nummer 8 in diesem Rennen. Wir machen einen Sprung zur Programm Nummer 10. Das ist Sheila mit Martin Seidel. Und Theodora ist die Programm Nummer 11 mit Alex Pich. Tolle Stuten, die hier im Ring sind. Und es wundert mich nicht, dass wirklich jeder einzelne Besucher, der heute hier auf der Bahn ist, jetzt am Führing steht und sich vielleicht die zukünftigen Stars hier ansieht. Sie sind es schon jetzt in diesem Moment, die Teilnehmerinnen im Preis der Winterkönigin 2020. Und Marvin, du hast mit Sicherheit auch die eine oder andere Information noch für uns, wer aus deiner Sicht hier besonders interessant ist. Ja, Thorsten, du sagst es. Vielen lieben Dank. Preis der Winterkönigin, der Königslauf, also der zweijährigen Stuten steht an. Ein wirklich tolles Feld, was hier zusammengekommen ist. Erstklassige Ladies, die wir sehen werden. Favorisiert ist die Stute, die wir hier groß im Bild sehen. Das ist Noble Heidi. Die kennen wir in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Denn sie hat drei Starts absolviert. Das war allerdings immer in unserem Nachbarland, in Frankreich. Und dort konnte sie gleich beim Debüt in wirklich toller Manier gewinnen. Danach in Clairefontaine gab es zwar nur einen dritten Platz, da war man etwas enttäuscht. Aber der Boden war an diesem Tag auch sehr kaputt. Und der Rennverlauf entwickelte sich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und wer den letzten Sieg von Noble Heidi in Chanty gesehen hat, der war mit Sicherheit auch schwer beeindruckt. Denn das war eine tolle Vorstellung. Heute also der erste Start in Deutschland in den Farben von Manfred Schmelzer. 2,9 gibt es im Siegfalle für Noble Heidi. Und ich glaube, Daniel, du bist schon im Führing. Höre ich das richtig? Ich bin schon wieder aus dem Führing raus, weil das mit dem Mikro immer so ein bisschen schwierig war. Ja, zwei Pferde haben mir besonders imponiert. Zwei Stuten, das ist eben diese Noble Heidi, die klasse aussieht, muss ich wirklich sagen. Zu den Formen hast du eben schon ein bisschen was erzählt. Das zweite Pferd, was mir sehr gut gefallen hat, war die Nummer 1, Amazing Grace. Das ist eine imponierende Stute, die zweimal gelaufen ist. Sie hat noch nicht gewonnen. Sie war in Frankreich in einem gut besetzten Rennen Zweite. Und war dann Zweite zu Peaches in einem Listenrennen in Köln. Ja, ich fand, dass die da auch noch so ein bisschen grün war, so ein bisschen unreif war. Heute ist zum ersten Mal Borsheim und Zabaev im Sattel. Marco Casamento ist ja bereits in Katar. Peaches ist sicherlich die Gegnerin. Sie trug damals auch zwei Kilo mehr. Heute ist es also etwas ungünstiger für Amazing Grace. Aber ich habe den Eindruck, dass Amazing Grace vielleicht nach hinten raus das etwas steigerungsfähige Pferd ist. Aber diese beiden, die dieses Listenrennen unter sich ausgemacht haben, die haben sicherlich schon wieder gute Chancen. Das denke ich mir schon in diesem Rennen. Also hat mir gut gefallen, diese Fuchsstute von Protektionist, dem Sieger im Melbourne Cup Amazing Grace mit Borsha Mozaev. Ja, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen durchs Feld, Marvin, zusammen. Marla, die Nummer zwei Gunnar Mira, ist Außenseiterin. Marla, die ist zweimal gelaufen, hat zweimal gewonnen. Zuletzt das Auktionsrennen in Dortmund gegen Kaha und Siliana. Sie hat aber in Hannover zuvor Peaches, November und Theodora geschlagen, die heute auch alle dabei sind. Also man trifft sich ja öfter im Leben. Und Marla, klar, diese Auktionsrennen sind immer etwas schwierig zu bewerten. Und Kaha hat auch nicht unbedingt eine super Leistung gezeigt vor einer Stunde. Aber Marla hat sehr, sehr leicht gewonnen in Dortmund. Maxim Pecheur wieder an Bord, der bei den anderen beiden Ritten auch geritten hat. Oder bei den anderen beiden Starts auch geritten hat. Sie hat sehr leicht gewonnen, sehr überzeugend gewonnen. Und scheint auch nach hinten raus auch noch weiter steigerungsfähig zu sein. Und Markus Klug wird uns jetzt zu ihr auch Näheres sagen. Markus Klug bei uns hier im Führing. Und er hat sich gerade noch mit seinen zwei Jockeys hier besprochen. Die ersten Jockeys sitzen auch schon auf. Markus, wenn einer weiß, wie man den Preis der Winterkönigin gewinnt, dann doch du in der jüngsten Vergangenheit. Das hat sehr, sehr oft geklappt. Jetzt hat Daniel gerade über Marla gesprochen. Welche Chancen siehst du heute? Ja, die Chancen sind da. Es ist natürlich ein sehr schwer zu durchschauen, das Rennen. Wenn die Pferde dann aus unterschiedlichen Rennen jetzt gegeneinander kommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier die allererste Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Aber die Chancen sind da. Die Jahreszeit ist viel möglich. Auch das Jahr, sie hat in Dortmund leicht gewonnen. Herr Delius hat schon richtig gesagt, die Auktionsrennen sind manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber sie konnte nicht mehr als leicht gewinnen. Schieler ist gut gelaufen im Zukunftsrennen. War, glaube ich, eine Dreiviertellänge hinter Rendamur. Ja, vielleicht sind sie 1600 ein bisschen weit. Ich denke mal, beide Pferde sind mit Chancen unterwegs, aber nicht mit Topchancen. So ist meine Einschätzung. Dann drücken wir jetzt die Daumen. Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Das war schon in der Vergangenheit so, dass es oft ganz, ganz enge Einläufe gab. Und wir freuen uns drauf, auf diesen Preis der Winterkönigin 2020. Die Pferde, sie haben jetzt den Führing verlassen. Und das heißt für sie, jetzt wird sie die Wetten platzieren. Das ist natürlich Wettenpflicht hier auf der Bahn und auch zu Hause. Und für sie jetzt nochmal ganz kurz der Wettcheck vor diesem Highlight-Rennen. Der Sportwelt-TV-Wettcheck Meine Damen und Herren, ganz kurz der Ruf hier nach Herrn Hettens und Frau Steudle. Beide bitte mal einmal in der Waage melden. Hettens und Frau Steudle bitte in der Waage melden. Die Pferde galoppieren auf, Marvin. Ja, und wir sind Ihnen noch die endgültigen Quoten für das fünfte Rennen schuldig. Denn den endgültigen Einlauf, den haben wir Ihnen bereits vorgelesen. Jetzt haben wir die Starterliste eingeblendet. Nee, das war der Einlauf vom ersten bis zum zwölften Platz diesmal. Ah, okay. So sind Sie nämlich ins Ziel gekommen. Aber jetzt haben wir auch, glaube ich, die Quoten, Marvin. Ich lese das mal vor, wenn das jetzt... Ja, haben wir es, genau. 9,30 Euro gab es auf Sieg für Theodoro. 2,70 Euro, 4,20 Euro, 2,20 Euro, die Platzquoten. 196,40 Euro, die Zweierwette. 873,70 Euro, die Dreierwette. Die ist alles für einen Grundeinsatz von einem Euro. Und zwei aus vier, 7,50 Euro. So, jetzt Winterkönigin. Ja, über Renda Moore haben wir eigentlich noch nicht so viel gesprochen. Das ist die zweite Favoritin dieses Rennens. Die Auenquellerin, wieder mit Andreas Helfenbein im Sattel. Sie hat hier, Sie erinnern sich, in einem Wimpernschlag-Finish das Zukunftsrennen gewonnen gegen Juanito und Schieler. Wobei man sagen muss, dass Juanito etwas enttäuschend gelaufen ist, unlängst im Preis des Winterfavoriten. Und so ganz, dass es nicht bestätigt hat. Aber Renda Moore konnte halt nicht mehr als gewinnen. Und sie ist eine nicht unlogische Favoritin jetzt sogar. Drei Euro nur noch auf Sieg für diese Stute aus dem Stall von Marcel Weiß, der ja ein hervorragendes Jahr hat. Ganz sicherlich nochmal mit guten Chancen unterwegs. Ja, mit Sicherheit. Sie hat ja das Zukunftsrennen gewonnen, wie du gesagt hast. So richtig aufgewertet wurde es nicht durch Juanito. Und was in den letzten Tagen interessant war, dass die Quote von Renda Moore auch bei den Online-Buchmachern, Racebets, Pferdewetten, doch deutlich nach oben gegangen ist. Also das spricht eigentlich nicht unbedingt dafür, dass die Nachfrage bei den Wettern so groß ist aktuell bei Renda Moore, auch wenn sie heute Favoritin ist. Vielleicht ist das ein Hinweis. Gewettet werden im Moment sowieso nur zwei Pferde, die 5 und die 8. Alles andere steht 8 Euro und länger. Dritte Favoritin im Moment Peaches, dann kommt Amazing Grace. Und ja, von den anderen Pferden Marla steht erstaunlich gut. Ich denke, das ist zum Beispiel eine ganz interessante Quote, 11,40 Euro für eine ungeschlagene Stute, auch wenn Markus Klug hier nicht unbedingt allererste Chancen attestiert. Ja, ganz unten haben wir noch Theodora. Das ist eine Stute aus dem Stall von Waldemar Higst, eine von zwei Stuten hier in diesem Rennen. Die vierte war in Hannover hinter drei Gegnerinnen von heute. Sie hat dann in Düsseldorf über 1700 Meter gewonnen. Die Distanz war deutlich passender für sie als in Hannover, wo es zu kurz war. Heute geht es über 1600 Meter. Das ist auf weicher Bahn sicherlich absolut passend für sie. Doch, durchaus ein Pferd, was man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, der Besitzer, das Gestüt Wiesengrund, das immer nur eine Handvoll Pferde im Training hat, hat diesen Preis der Winterkönigin vor sieben Jahren schon einmal gewonnen mit Diamond Dove. Also für ein so kleines Gestüt eine durchaus respektable Ausbeute. So, wir haben noch sechs Minuten bis zum Start für dieses Rennen. Also noch genügend Zeit, Ihre Wetten hier für dieses Rennen, dieses absolute Highlight des heutigen Tages abzugeben. Das war's für dieses Rennen. Das war's für dieses Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Seite von Sheila, von Near Lady, dann ist es Rain D'Amour. Dahinter Theodora zwischen den Pferden Peaches und letztes Pferd ist zunächst einmal Amazing Grace. Das Tempo ist gut, was dort vorgelegt wird. November führt vor Mala in zweiter Position. Dann ist es Noble Heidi an der Seite von Gona Mira. Sheila an der Innenseite, dahinter dann die Farben von Near Lady, Rain D'Amour. Dann Peaches, Amazing Grace und dann Theodora. Es geht in Richtung der Zielgeraden. Gute 600 Meter noch in der Winterkönigin und November marschiert. November marschiert an der Spitze. Ich kann Ihnen sagen, Rain D'Amour ist restlos geschlagen, fällt hier komplett aus dem Rennen. Vorne geht die Post aber ab. November ist vorne, außen Mala und ganz außen sichert sich anderer Starke jetzt die Außenrails. Dort mit Noble Heidi. Aber immer noch ist November vorne mit Sibylle Vogt. November, Noble Heidi muss umboxiert werden an die Innenseite. Immer noch marschiert November vorne. November, Noble Heidi mit einer letzten Attacke mit ihrer ganzen Klasse. Noble Heidi an der Innenseite, außen November. Und jetzt kommt Amazing Grace. Noble Heidi für Manfred Schmelzer. Gewinnt die Winterkönigin gegen November mit einem sensationellen Lauf. Dann Amazing Grace trotz dieses Rennverlaufes. Dann Near Lady. Dann war es Peaches vom Maler Theodora, Sheila. Und letzte war Gona Mira. Und Vorsicht auf dem Geläuf bitte, Vorsicht bitte. Da kann etwas nicht in Ordnung sein. Rain D'Amour. Wir sehen uns beim grace des Rennverlaufes. changer Untertitelung. BR 2018 Vorläufiger Einlauf, sechstes Rennen des Tages, Preis der Winterkönigin, Europa, Gruppe 3. Siegreich war die 5, Nobel Heidi mit anderer Starke. Zweites Pferd, die 6, November, Sibylle Vogt, drittes Pferd, die 1, Amazing Grace, Burjan Mosabaev und viertes Pferd war die 3, Maler Maxim Peschör. Vorläufig heißt das, somit in der Winterkönigin 2020, 5, 6, 1 und die 3. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt sind Sie gleich gefragt. Hier sehen wir Sie, die Winterkönigin, der 1. Start in diesem Jahr in Deutschland. Sie war schon 3-mal in Frankreich am Ablauf, konnte dort bereits 2 Rennen gewinnen. Und hier also bei Ihrem Deutschland-Einstand gewinnt sie direkt den Preis der Winterkönigin. Die 2-jährige Intello-Tochter, Nobel Heidi, im Besitz von Herrn Manfred Schmelzer. Herr Henk Rewe im Weidenpescher Park in Köln ist der Trainer. Und der Siegjockey, Gratulation, Andras Starke. Und der Applaus brandet hier auf, völlig zu Recht. Und da sehen wir auch die Siegerdecke, Siegerin der Preis der Winterkönigin 2020. Und ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Renate am Fürzügel, die Zeit haben wir. Andras hat gerade gesagt, ich freue mich so für die Stute. Was ist der Hintergrund, Andras? Gratuliere dir. Nein, sie macht natürlich, sie hat ganz hervorragende Formen auch. Ich habe es einmal geschafft, mit ihr Dritter zu werden in Claire Fontaine. Aber nein, sie benimmt sich ja auch wie ein besonderes Pferd. Und sie hat sehr gut gearbeitet. Und ja, so ein Rennen muss auch erst mal gewonnen werden. Und es war sehr schnell gelaufen. Ich wollte eigentlich gleich mit vorne oder zweiter Stelle gehen. Habe dann aber schon am Knick etwas anfangen müssen zu reiten. Und wie sie dann zurückgekämpft hat, das ist halt einfach enorm. Und sobald sie vorne ist, schaut sie ins Publikum. Die Ohren gehen nach vorne und das machen nur besondere Pferde. Allerdings. Und dann hört man auch an der Stimme von Andras, dass er genau das so empfindet. Wir gratulieren euch sehr, sehr herzlich. Nobel Heidi gewinnt hier mit einem der Allerbesten. Er ist im Grunde der beste deutsche Jockey der Geschichte. Renate und er, Sie herzen sich nochmal. Herzlichen Glückwunsch der Winterkönigin Nobel Heidi. Und meine Damen und Herren, an dieser Stelle schon der Hinweis, die Siegerehrung gleich mit Alexander Franke. Und Sie denken mir dran, neuntes Rennen, die Viererwette mit 60.000 Euro Garantieauszahlung. Aber jetzt Marvin, das kannst du. Stimmung pur mit dieser tollen Stute und Andrasch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein grandioses Rennen gesehen von Nobel Heidi von November, die lange wie die Siegerin aussah. Aber mit ihrer ganzen Klasse. Es war schon früh das Ziel, die Winterkönigin. Und das Schöne ist doch, wenn ein Plan aufgeht, dann hat man alles richtig gemacht. Meine Damen und Herren, feiern Sie die Winterkönigin 2020. Nobel Heidi für Besitzermann Fried Schmelzer, für Henk Grewe und für Andrasch Starke. Ja, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Sehr schnell gelaufenes Rennen, sagt der Andrasch. Und dafür war die Gute November zuständig, die von Silvia der Vogt gleich nach vorne geschickt wird. Total andere Taktik als zuletzt, als sie von letzten Platz gekommen ist, oder versuchte vom letzten Platz zu kommen im Zukunftsrennen. Auch davor ist sie ein bisschen aus der Reserve geritten worden. Also man hat sie sehr umgestellt und gar nicht erfolglos. Ja, es war ein Riesenlauf, den November hier gezeigt hat. Sie hat ja in Hannover damals schon wirklich beeindruckend gewonnen. Und Sibylle Vogt hat das Tempo auch super eingeteilt, muss man sagen. Mahler wollte mal so ein bisschen drücken an der Außenseite, aber Sibylle hat sich da überhaupt nicht beeindrucken lassen und hat wirklich Tollstand gehalten. Ja, wird da auch gleich nach außen buxiert. Sieht sogar lange aus, als ob sie gewinnt. Denn Andrasch Starke muss erstmal um sie herum kurven. Wir sehen Amazing Grace. Hier ein Riesenrennen läuft. Große Steherin ist ganz am linken Bildrand noch. Das ist so ein, ich möchte mal fast sagen, ein Diana-Pferd für nächstes Jahr. Kommt noch sehr gut ins Bild und wird Dritte. Und hier fällt Renda Moore bereits aus dem Rennen. Ich hatte Gelegenheit eben gerade mit kurz mit Andreas Helfenbein zu sprechen. Er weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Die Beine scheinen in Ordnung zu sein, auch innerlich alles okay. Also das war irgendwas, der muss man auf die Spur gehen. Aber er ist völlig ratlos, was mit diesem Pferd heute passiert ist. Jetzt gucken wir nach vorne. November sieht im Moment sogar noch wie die Siegerin aus. Aber jetzt kommt Noble Heidi und gewinnt wirklich im Stil einer sehr guten Stute. Und von hinten rauscht noch Amazing Grace rein. Und November hält sich lange Stand, läuft ein klasse Rennen von der Spitze aus. Deutlich verbessert gegenüber dem letzten Laufen. Darin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Alexander Franke. Vielen Dank. 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 für den Mal. Aber er hat dann doch noch Reserven genug, um die Stute nach vorne zu bringen. Boden war glaube ich auch heute ideal. Ja, der Boden war perfekt. Muss man auch dem Rennverein ein großes Kompliment machen. Der Boden ist in tollen Zustand. Und den Boden für einen Rennverkehr herzurichten. Da muss man auch sehr dankbar für sein. Ja, denke ich auch. Ja, das ist es noch? Wir wollen noch zwei, drei andere Sätze machen. Es gibt ja noch ein paar interessante Pferde im Stall. DiCaprio war gerade knapp geschlagen 2. in Berlin. Läuft er im großen Preis von Bayern? Ja, so ist der Plan. Bis jetzt ist alles tipptopp mit ihm. Und ich hoffe, dass bis dahin noch viel regnet und dann haben wir eine erste Chance. Ja, das Wetter wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so warm werden wie im Sommer. Da ist schon sicherlich die Prognose ganz günstig für DiCaprio. Was gibt es noch von anderen Cracks zu sagen im Stall? Ja, nächste Woche haben wir noch ein interessantes Programm. Wonderful Moon in dem Gruppe 3 Rennen über 2000 Meter Hannover. Und Sunny Queen wird über dem Stutenrennen Hannover auch nachgenannt über 2002. Ach so, das ist Grupperennen, da gibt es eine Nachnennung von Sunny Queen. Genau. Heute Abend geht es noch nach Deauville in Frankreich, in die Normandie. Hochrisikogebiet, Herr Greve. Ist denn das das Richtige? Aber da fängt morgen eine Auktion an. Ja, ich fahre jetzt gleich direkt los, sind auch sieben Kilometer von hier. Ist ein bisschen Tour noch, aber ich werde, wenn ich zurückkomme, direkt einen Corona-Test machen und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wie lange bleibt ihr da? Noch nicht ganz entschieden. Also die ersten drei Tage sind sehr interessant. Der vierte, fünfte Tag glaube ich eher nicht, aber das wird in kurzfristigen entschieden. Das heißt, als Trainer geht man dann hin und kauft Pferde, berät die Besitzer, die auch Ecki Sauren ist, glaube ich, auch da und kommt dann mit einem Transporter voller Pferde nach Hause. Wäre schön, wenn er voll ist, ja. Wie viel habt ihr gekauft die letzten beiden Tage hier in Iffesheim? Knapp zehn Stück. Zehn Stück? Ja. Oh, Donnerwetter. Also es geht weiter im Stall von Henk-Grewe. Das Championat, wie viele Punkte bist du vorne im Moment? Ich glaube zehn. Also es könnte Hicken hauen? Ich glaube es. Ist das ein Ziel, wenn man dann Ende November sagt, naja, es kommt noch ein Kollege, der ein bisschen gefährlich, kommt mir ein bisschen gefährlich ran? Ja, klar. Also wir wollen natürlich schon Champion werden. Ist immer schön. Ich hatte gehofft, dass wir uns früh genug, weit genug absetzen können, dass wir nicht auf der Samtbahn dann noch ein Duell mit Herrn Klug machen. Okay. Vielen Dank, Henk-Grewe. Gute Fahrt, ob du willst. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich nächsten Sonntag wieder. Die großen Rennen ist er dann auch vertreten. Es geht mit Alexander Fanke im Führing weiter. Die Nummer eins ist Classic Mind mit René Pichulek. Die Nummer zwei Minotaurus, Baujan Mosabayev im Sattel. Die Nummer drei ist Little Sam mit Miguel Lopez. Die vier ist Auen Sensi mit Jean Byrne. Die Nummer fünf Biteria mit Andra Starke. Die sechs Irresistible Light mit Eva Maria Geisler. Die sieben und die acht kommen nicht an den Start. Die waren auf der Auktion und wurden zurückgezogen. Und die Nummer neun, das ist Red Star mit Martin Seidel im Sattel. Ja, wir kommen also zum siebten Rennen des Tages, dem Preis der Glücksspirale. Klar und deutlich favorisiert ist Minotaurus für den Stall von Peter Schürgen. Besitzersgestüt Burg Eberstein. Pferd ist elfmal schon gelaufen und immer noch sieglos. Zum Teil in sehr ansprechenden Aufgaben. Zuletzt in Frankreich am Start gewesen. Dort hat man sich als Vierter sehr anständig aus der Affäre gezogen. Davor in der Schweiz im Derby ebenfalls gegen gute Pferde. Also so einfach wie heute hat man es noch nie angetroffen. Und dementsprechend sollte Minotaurus hier eigentlich dieses Rennen gewinnen können. Größte Gegnerin ist womöglich Biteria. Die ist ein Muster an Beständigkeit. Sie sah in Köln zuletzt wie eine mögliche Siegerin aus. Wurde auf den letzten Metern und dann allerdings noch abgefangen. Auch sie wartet noch auf den ersten vollen Erfolg. Sieben Starts. Leider hat es noch nicht ganz gereicht. Dann haben wir bei 11,80 Euro ein Pferd, was hier in Iffitzheim eigentlich immer anständig läuft. Das ist Auenzenzi. Womöglich fast sogar das Pferd für den zweiten, dritten Platz in der Dreierwette. Sean Byrne nimmt nicht die ganze Gewichtserlaubnis in Anspruch. Anderthalb Kilo Mehrgewicht. Aber mit 53 Kilo steht das Pferd hier schon interessant im Rennen. Und ein Pferd, was wir noch erwähnen müssen, ist Classic Mind. Hat einen Ansatz gezeigt in München. Man war dabei zwar sehr deutlich geschlagen und ist seitdem auch nicht mehr gelaufen. Aber das Pferd hat hier schon mal positiv überrascht. Beziehungsweise in Köln natürlich gegen Sean und gegen Palimero. Also so ganz uninteressant ist er nicht. Daniel, ein vermeintbar kleineres Rennen. Minotaurus heute der erste Sieg? Ja, normalerweise muss er dieses Rennen gewinnen können. Wie gesagt, Vierter im Schweizer Derby. Das ist natürlich auch alles nicht so ganz aufregend. Aber auch die letzte Form, das war gut genug. So weit geschlagen vom dritten Platz war er nicht. Bytheria, ich weiß nicht, für mich ist die Distanz auch ein Tick zu weit. Ich denke, dass sie vielleicht auch mal über 1400 Meter laufen könnte. Weil sie liegt immer eigentlich gut im Rennen. Immer weit vorne mit dabei. Aber so ganz reicht es nicht. Klar, auf dem Papier ist es die Gegnerin von Minotaurus. Das dritte Pferd, schwierig zu sagen, Classic Mind. Was ist mit ihm? Das ist die Nummer eins aus dem Stall von Lenny Hammer Hansen. Ein, zwei nette Formen waren schon dabei. Aber auch zuletzt sehr weit geschlagen. Und der kann, Sandy Franke hat aber allerdings den Trainer gerade da, wo wir über dieses Pferd sprechen. Und der kann vielleicht noch etwas mehr dazu sagen. Lenny Hammer Hansen steht gerade bei uns. Trainer von Classic Mind. Turf Club Baden. Wenn man sich den Reiter mal so angeschaut hat, René Pichulek. Der sah so ein bisschen aus wie so ein Formel-1-Fahrer. Mit Werbung hier und Werbung dort. BBAG-Werbung habe ich gesehen. Und Baden Racing-Werbung ist mit drauf. Wie kommt es denn dazu, dass da auf einmal ein Reiter mit so viel Sponsorship hier in den Ring kommt? Das ist eine Idee von Herrn Jensen. Weil der auch Yvesheim sehr mag. Und er hat ja seine Rennstelle hier seit über 30 Jahren. Und er unterstützt die Rennbahn und auch BBAG auch schon. Da kauft er auch seine Pferde. Und dann fand er es toll, wenn diese zwei Namen von diesen zwei Gesellschaften hier dann auf seinen Rennfarben stehen, wo er auch zu Hause ist. Passt ja auch ganz gut zum Turf Club Baden. Finde ich ein sehr interessantes Pferd, haben wir auch schon gehört. Ist hier ja auch schon mal gut gelaufen. Aber ich habe gesehen, es ist eine kleine Pause da. Ist seit Juni nicht mehr gelaufen. Warum das? Ja, wir haben den kastriert. Das ist der erste Start als Wallach heute. Weil das Problem ist, er kann sich sehr aufregen und sich verpullen. Und so hat er zum Schluss dann keine Kraft mehr. Weil das Pullerei halt, wenn er so gängig ist, dann kostet das so viel Kraft unterwegs. Und die Form aus Köln, wo der Dritte war hinter Palimera, das war neun Längen geschlagen. Aber das Pferd war, ich glaube, Fünfter in Mühlens Rennen. Hat jetzt gerade gewonnen. Und wenn er die Form zeigt, dann hat er eine sehr, sehr gute Chance. Der darf halt, der muss ruhig bleiben im Rennen. Und deswegen hat er auch Ohrenstöpsel. Das sind also jetzt die Maßnahmen, die ihr getroffen habt. Ist das dann so, dass man bei so einem ersten Start nach so einer Kastration wirklich dann auch nochmal so ein bisschen aufpassen muss, ob man den überhaupt jetzt gleich mal wetten kann oder nicht? Oder sagt man, wenn es ausgeheilt ist und er es gut verkraftet hat, dann kann man eigentlich gleich schon mal optimistisch ins Rennen gehen? Ja, der hat lange genug Pause gekriegt. Also manche Pferde überstehen die Kastration sehr gut. Und die können dann schon nach fünf, sechs Wochen laufen. Aber ich habe aufgrund seines schwaches Nervenkostüms auch mehr Zeit gegeben. Und er macht einen sehr guten Eindruck in der Arbeit. Der war ruhig, der war trocken, hat nicht geschwitzt. Also ich hoffe, dass er sich nicht verpultet im Rennen. Dann zeigt er, was er kann. Also wir haben gelernt, sich nicht in der Nähe von Lennart Hamer Hansen zu arg aufregen. Sonst wird man von ihm kastriert. Dankeschön, Lenny, heiß und wein dafür. Wir drücken natürlich dem Turfclub Baden die Daumen wie allen anderen Kandidaten. Und jetzt wollen wir gemeinsam mal schauen, was denn der Sportwelt-TV-Wettcheck so sagt, wer in diesem Rennen vielleicht ganz vorne sein könnte. Bitteschön. Der Sportwelt-TV-Wettcheck. Minotauros war bereits in Grupperennen unterwegs und hat auch in Frankreich in besserer Gesellschaft schon ordentliche Leistungen abgeliefert. Eine solch einfache Aufgabe wie diese hat der Hengst bislang wohl noch nie angetroffen. Minotauros ist für uns deshalb das zu schlagende Pferd im siebten Rennen des Tages. Ja, die Pferde sind am Start bereits eingetroffen. Daniel, wir haben die chancenreichsten Kandidaten eigentlich schon besprochen. Wie findest du die Chancen von Auenzenzi? Tja. Eine Form war ganz nett. Da war sie anderthalb Längen oder ein Dreiviertel Länge hinter Bytheria. In Frankreich lief sie wieder schwächer. Gut, das ist etwas schwierig einzustufen, immer diese Form. Also das ist eigentlich ein Pferd so für den dritten Platz in diesem Rennen. Also wenn man eine Dreierwette spielt, dann sollte man sie mit auf den Schein nehmen. Denn die anderen Pferde haben es doch schwer. Also Little Sam, denke ich mir, im Handicap ist er dann interessant, wenn er eine Marke bekommt. Irresistible Light, auch ein Pferd, was zuletzt gar nicht so schlecht lief in Cluny. Da liefen relativ viele Pferde, elf sogar. Da war sie dritte, war weit geschlagen. Klar, sie ist nur in Frankreich gelaufen. Letzte Form in Deutschland resultiert aus dem Juno. Da war sie letzte in München. Schwierig einzustufen, aber so ganz kann ich eigentlich nicht an sie glauben. Und ganz unten haben wir Red Star aus dem Stall von Erika Medert. Ja gut, das ist vielleicht ein Pferd, das ich verbessern kann. Sie ist seit Mai nicht gelaufen. Ein Start, der war unauffällig. Da war sie weit geschlagen in Köln. Und in einem relativ qualitativ etwas übersichtlich besetzten Rennen kann auch sie nach vorne laufen. Aber Minotaurus und Bytheria, das sind schon die logischen Pferde hier für die Zweierwette in diesem Rennen. Ja, die Pferde sind am Start mittlerweile eingetroffen für unser siebtes Rennen. Es wird dort auch jeden Augenblick losgehen. Startzeit haben wir erreicht, 14.30 Uhr. Wir wollen ja auch versuchen, pünktlich zu bleiben. Bei 13 Rennen, die wir heute hier haben in Iffezheim. Minotaurus also für das Gestüt Burg Eberstein. Bleibt Favorit bei 1,6. Das war's. Das war's. so zwei pferde noch außerhalb der maschine red star und büteria red star kommt heran mit martin seidel für erika meda die ja zusammen eine wirklich fantastische saison erleben zehn rennen glaube ich haben sie schon gemeinsam gewonnen ja red star macht da einige schwierigkeiten am start studia bis jetzt einmal gelaufen in ihrer somit noch jungen karriere zwar vor einigen monaten in köln ja viel arbeit für die erfahrene startmannschaft hier in iffelsheim jetzt hat es geklappt mit red star und dementsprechend büteria als letzte kandidatin für den preis der glücksspirale für den stall grafenberg so und jetzt geht ein sprenger los so können wir natürlich keinen rennen starten aha das war nur ein kurzes aufflackern so und jetzt wollen wir warten auf büteria die kommt heran mit anderer starke ist startklar für den preis der glücksspirale 1800 meter auf der neuen bahn gelbe fahne ging nach oben und der start ist in diesem moment erfolgt für unser siebtes rennen die verbliebenen sieben kandidaten sind auf der reise und minotaurus der favorit der prüfung der will sich auf gar nichts einlassen übernimmt hier direkt die spitze führt also vor irresistible light an der außen seite büteria dann sehen wir little sam vor red star an der innen seite classic mind und onsen sie zunächst einmal in hinteren regionen auszuheben machen bei nicht allzu schneller fahrt geht es die gegenseite hinunter gerade an der geläufseinmündung der alten bahn vorbei minotaurus und burjan mozabaev zeigen den weg führen vor büteria an der innenseite classic mind dort sehr eifrig in den händen von renne pikulik dann ist es auen sensi sean bern außen davon little sam miguel lopez noch weiter außen irresistible light mit eva maria geißler und letztes pferd ist mittlerweile red star martin seite aus dem bogen geht es hinaus den langen einlauf hinunter minotaurus hat nach wie vor das sagen führt vor büteria classic mind dann little sam irresistible light ganz innen versucht auen sensi die position zu verbessern an der seite von red star vorne hat burjan mozabaev mal eingang höher geschaltet und sofort hat minotaurus zweieinhalb längen vorteil vor büteria also die beiden gemeinten pferde laut wettmarkt sind eins zwei dahinter classic mind red star dann auen sensi little sam und dann irresistible light an die außen raids geht es minotaurus ist turm hoch überlegen 300 meter vor der linie können wir das schon sagen denn da kommt kein pferd nur ansatzweise in die nähe und heute also beim zwölften karriere start gibt es den ersten vollen erfolg für das gestüt burg eberstein für peter schürgen und burjan mozabaev der kann sich zum foto hinsetzen minotaurus kantert in diesem rennen gewinn turm hoch überlegen gegen auen sensi und classic mind büteria am ende nur vierte vor red star little sam und irresistible light vorläufig ein auf siebtes rennen des tages preis der glücksspirale siegreich war die zwei minotaurus burjan mozabaev zweites pferd war die vier auen sensi schon bern und drittes pferd die eins classic meinte renne pichulek vorläufig heißt das zwei vier und die eins ja und hier auf zielhöhe kommt er zurück der vorläufige sieger im siebten rennen des tages den preis der glücksspirale der sieg geht nach köln weidenpesch in den stall von peter schürgen er ist verantwortlich für den dreijährigen tiberius cesar sohn minotaurus besitzer das gestüt burg eberstein und es war der dritte tages erfolg und ich glaube er hat selten so einen leichten sieger geritten burjan mozabaev gratuliere dritter tagestreffer jetzt haben wir auch mal die ehre noch das sieger interview zu machen das war ja aber eigentlich eine relativ leichte angelegenheit ganz ganz klarer favorit und am ende habt ihr dann auch wirklich ganz ganz leicht gewonnen ja vielen dank aber ich kann nicht viel sagen das ist die ferde alle alleine gemacht und ich mache passagiere und vielen dank und für alle ja den winzig schürgen müssen wir eigentlich an der stelle auch mal interviewen er führt er jetzt hier den sieger minotaurus aber er ist ihn ja auch schon geritten im schweizer derby war das in frauenfeld ähm ich meine das ist für dich ja auch ein ganz besonderes rennen ist zwar nicht das deutsche derby aber im schweizer derby mit so einem pferd aufzukreuzen ist doch auch mal irgendwie für dich eine besondere erfahrung gewesen genau jedes derby ist was besonderes und wenn man die chance kriegt da zu reiten ist immer was tolles und ja wir waren vierter das ja auch ein ganz gutes ergebnis das ist ja das rennen war ein bisschen langsam gelaufen deswegen ja hätte es vielleicht auch ein bisschen besser enden können aber juckt es da nicht mal so ein bisschen auch in den fingern dass man sagt okay dann hätte ich den jetzt auch gerne hier in baden baden geritten ja natürlich würde man den auch hier gerne reiten aber ich sage wenn ein bürger muzzabaya frei ist dann kann man da auch verzichten muss man die chance auf jeden fall nutzen wir können mal gemeinsam in richtung siegerehrungspodest schon mal laufen wenn sie du hast heute auch noch einen ritt über den wollen wir auch noch reden wenn wir dich schon mal am mikro haben äh ich glaube das ist race for fame äh ja genau im zwölften rennen im amateur rennen reite ich noch race for fame für sechers mürzek ähm ja der war letztes mal zweiter ist gut gelaufen und ich hoffe dass wir heute wieder vorne mitmischen können hals und bein dafür und wir sehen uns gleich bei der siegerehrung gratulation bauschal mosabayev und an den stall aster blüte die ganz bestimmten rennfarben ein dream sehen wir hier das sollte man der auch mal erwähnen also auch herzlichen glückwunsch an die familie volz ja hier sehen wir die rennwiederholung daniel minotaurus er stand schon über dem feld und so hat er am ende auch gewonnen ja analyse fällt kurz und knapp aus ähm das war ein sag ich mal übersichtlich qualitativ übersichtlich besetztes sieglosenrennen das das beste pferd gewonnen hat der ist franzose das heißt also aufhandreich prämienberechtigt und ich denke mir dass er dort auch wieder demnächst an den start gehen wird dieses pferd hier das die den dream farben trägt dieser minotaurus ja dahinter und sind sie zweite ein bisschen überraschend ich habe aber kurz mit sascha smacek gesprochen und er sagte eben auch das ist einfach zu weit für peteria die zweite favoritin aber er hat gesagt ich habe einfach kein anderes rennen gewonnen handicap ist auch schwer genug deshalb ist sie heute noch mal hier gelaufen aber sie wird auf kürzeren distanzen demnächst an den start gehen ja vorne spult minotaurus sein pensum brav ab classic meint hat sich gesteigert präsentiert ja der trainer war ja nicht ganz unoptimistisch vorher und ist ordentlich gelaufen und wird sicherlich auch mal ein kleines rennen gewinnen können das gilt auch für au und sensi aber der andere der sieger der lebte oder lebt halt in einer anderen liga das muss man so sehen gewinnt dann sehr leicht deshalb muss man hier gar nicht so ganz groß analysieren das war ein leichter sich und heiko volz ist sicherlich sehr zufrieden als besitzer des stalles wo über stein ich habe eben gesagt das waren die den dream farben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Heiko Volz steht neben mir. Er ist Besitzer und auch Züchter von Minotaurus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, mal ein paar Worte zum Sieg. Wie hast du es empfunden? War ja für alle Leute jetzt eher so eine Standardaufgabe, weil man gesagt hat, er ist eh ganz klarer Favorit, aber jedes Rennen muss erst gewonnen werden. Ja, das sind wir genauso, weil er hat ja schon öfters in seiner Karriere Stand da vorm Sieg, beziehungsweise man hat schon gedacht, er ist drin und wird dann doch nochmal wieder überholt und so. Also das war richtig gut, dass er heute jetzt mal gewonnen hat. Und ich frage mich bei euch ja immer, wenn in euren Farben ein Pferd läuft, kann man sich über so in Anführungsstrichen kleinere Siege überhaupt noch freuen? Wenn man mal eine Dane Dream selber im Stall hatte, das beste Pferd der Welt, Briedelagte Triumph gewonnen, alle Rennen, die es überhaupt nur gibt. Besser geht es ja gar nicht. Also ist da nicht irgendwann mal einfach so alles erreicht? Nee, das ist immer noch schön. Gerade hier jetzt in Baden-Baden zu gewinnen, wirklich, jeder Sieg ist toll. Wirklich. Und dann, also ich würde sagen, dass das, okay, Briedelagte jetzt bei Dane Dream, das war noch eine andere Liga, aber so für hier, mir freut es mich, ich bin gerne hier. Das freut uns, wir sind alle gerne hier. Wie geht es Dane Dream denn? Was hast du da so für aktuellste Informationen? Da habe ich jetzt auch nicht mehr so arg viel Informationen. Die wurde ja damals verkauft nach Beendigung der Karriere und hat jetzt mehrere Fohle, hat sie gebracht. Aber bisher war halt noch nicht der große Kracher dabei. Also es war, leider hat sie sich bisher noch nicht so vererbt, wie man eigentlich gedacht hat und gehofft hat. Aber die Lorbergen hingen halt eben auch schon immer bei ihr hoch, muss man ja auch sagen. Minotaurus ist übrigens aus der Tante von Dane Dream. Also, prominente Verwandtschaft. Dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Siegerehrung. Gratulation nochmal an Heiko Volz. Und ja, ich sehe schon, es stehen schon fast alle bereit. Insofern freuen wir uns jetzt auf die Bilder rund um den Preis der Glücksspirale. Minotaurus hier, also nicht nur in den Farben von Dane Dream, sondern auch mit Dane Dream verwandt. Das ist also insofern ja auch wieder was ganz Besonderes, wo sich der Kreis dann schließt. Ja, wir gratulieren ganz recht herzlich der Familie Volz, dem Gestüt, wo Minotaurus ja am Ende dann auch aufgezogen wurde. Und die Ehrenpreise werden jetzt übergeben von der Geschäftsführerin von Baden Racing, von Jutta Hofmeister im Sattel. Da saß Baujan Mosabaev mit der goldenen Armbinde, also der Mann, der uneinholbar vorne liegt, was seine Siege angeht. Über 100 Siege sind es ja mittlerweile jetzt auch schon. Und der Stall Asterblüte als Trainingsquartier verantwortlich. Trainer Peter Schirgen in Köln, Weidenpesch. Ehrenpreise sind jetzt dann auch gleich alle übergeben. Natürlich schauen wir uns auch noch mal das schöne Siegerfoto an von Minotaurus als siegreichem Pferd. Und das geht an den Nachwuchs. Und jetzt einen großen Applaus für das siegreiche Team um Minotaurus. Gratulation! So, ich denke, dass wir auch den Richterspruch haben. Und die Quoten für dieses Rennen. Sieger die zwei Minotaurus, zweiter die vier Auenzenzi, dritter die eins Classic Mind, vierter die fünf Byteria und fünfte war die Nummer neun Red Star. Das sieht quotentechnisch dann so aus. Sieg 1,30 Euro, Plätze 1,20 Euro, 1,80 Euro, 2,10 Euro. Die Zweierwette 2 vor 4, 5,80 Euro. Und die Dreierwette 2,41 Euro, 32 Euro, 20 Euro. Dies alles wie immer für einen Grundeinsatz von einem Euro. Jetzt auf dem Weg in das Interview mit den Baden Racing Leuten und vor allem. Der Highlight 2020. Ja, der letzte Renntag schon, meine Damen und Herren, hier in dieser Saison 2020 in Efezheim auf der Galopprennbahn Baden-Baden von Baden Racing. Es war ein eigenartiges Jahr, das muss man sagen. Ein schwieriges Jahr für den gesamten Rennsport. Aber es war trotzdem ein Jahr voller Höhepunkte, voller Highlights, voller Emotionen und natürlich auch voller schöner Bilder. Und die schönsten Bilder, die Highlights der Rennsaison 2020 hier in Efezheim, die haben wir für Sie nochmal vorbereitet. Meine Damen und Herren, im Namen von Deutscher Galopp und im Namen von Baden Racing. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Efezheim bei Baden-Baden. Wir haben einen tollen Sport gesehen, tolle Sieger gesehen, sehr, sehr spannende Rennen, ausgeglichene Felder. Auch wenn sie nicht immer so groß waren, wie wir uns das wünschen. Aber ich bin immer froh, wenn der Renntag zu Ende ist und alle Pferde und alle Menschen gesund zurückgekommen sind. Insofern sind wir sehr zufrieden. Großer Preis der badischen Wirtschaft ist gestartet. 2200 Meter die Distanz. Quest the Moon ist vorne, Durance an der Außenseite. Quest the Moon oder Durance. Quest the Moon oder Durance. Durance Quest the Moon. Quest the Moon oder Durance. Ich glaube, René hat gewonnen. 150. Casino Baden-Baden. Goldene Peitsche in diesem Moment gestartet an der 1200 Meter Marke. Namos ist vorne, Namos. Vorher außen Sunday Star 4K Club Majestic Cold. Deutschlands Ausnahmesprinter gewinnt die goldene Peitsche mit Wladimir Panov. Namos, dann war es Majestic Cold. Ja, also wir sind so dankbar und herzlichen Dank an Longines, die uns in so schweren Zeiten die Treue gehalten haben. Für den 148. Longines, großer Preis von Baden, haben sich die Boxentüren geöffnet an der 2400 Meter Marke für dieses Europa. Gruppe 1-Rennen. Barney Roy ist vorne vor Communiqué. Jetzt kommt Torquato, Tarsu, aber das ist zu spät. Es gibt den Godolphin-Hattrick im Longines, großer Preis von Baden. Barney Roy gewinnt gegen Communiqué. Da hat man also nochmal die Hand. Wer uns in diesem Jahr haut uns gerade, bin ich mir ganz sicher auch zu. Liebe Grüße an dich, lieber Philipp. Er ist ja wieder auf dem Weg der Besserung. Das freut uns auf jeden Fall. Gute Besserung an dich. Ja, Baden Racing 2020. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ein eigenartiges Jahr. Das gilt ja nicht nur für uns hier. Das gilt ja momentan auf der ganzen Welt. Aber auch wir müssen da natürlich durch. Und umso wichtiger ist es, dass man halt eben Mitarbeiter hat, ein Team hat, das dann komplett zusammenhält. Und das ist der beste Beweis, dass das bei Baden Racing so eingetreten ist und dass man damit auch manche schwierige Situationen gemeistert hat. Aus persönlicher Erfahrung kann ich ja sagen, Mandy Wolf ist eine Mitarbeiterin, die wirklich ganz, ganz Großes leistet. Ich hatte ja die große Ehre, bei der großen Woche auch ein, zwei Tage selbst als Gast da zu sein, hatte dann einen Platz. Und dann habe ich den am Anfang selber gar nicht gefunden. Und dann musste die Mandy mir den zeigen, weil der doofe Moderator halt so blöd ist, seine Platzkarte zu lesen. Also von dem her, ihr fangt dann schon auch so viel ab, wo auf einmal eigentlich die ganzen Aufgaben, die sonst auf ganz viele Leute verteilt sind, dann bei einer Person hängenbleiben. Aber das schafft ihr alles irgendwie dann, weil man halt eben muss. Ja, natürlich. Das schaffen wir. Und wir sind da auch mit Herzblut dabei. Aber es ist ja schon so, ihr habt ja natürlich auch alle private Verpflichtungen. Da tut sich ja dann bei dem einen oder anderen privat auch irgendwie was. Dann ist dann auch mal Nachwuchs da und so weiter und so fort. Hups, habe ich was verraten. Ja, und trotz allem muss man dann Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel die Akkreditierungen etc. Also das heißt, man muss sich da auch viel Neues einstellen dann auch. Ja, vor allem dieses Jahr natürlich. Also ich stand heute auch am Haupteingang und habe sehr viele Aktive und Ticketkunden akkreditiert, weil wir natürlich auch manche Gäste kennen und dann keinen Personalsatzweis verlangen müssen. Aber es verlangt schon Flexibilität dieses Jahr. Wie stolz sind Sie auf Ihr Team, Frau Hofmeister, besonders in diesem schwierigen Jahr? Ja, Sie haben das Wort schon genannt. Ich bin sehr, sehr stolz, weil gerade in diesem Jahr, wo wir auf alle Aushilfen und viele, viele Unterstützer haben verzichten müssen, der Notgehorchen hat dieses Team und auch meine Mädels hier an meiner Seite wirklich absolute Flexibilität bewiesen. Also von Boxen einstreuen, über Pferdeweg entwässern, über Akkreditieren, über Platzanweiser. Also das ganze Team war sich für keine Tätigkeit zu schade. Und das hat auch zusammengeschweißt, muss ich wirklich sagen. Und wir sind ein bisschen stolz, dass wir trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen jetzt heute beim letzten Renntag stehen und eigentlich uns auch so ein bisschen freuen können, dass es trotz allem ganz gut geworden ist. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an alle Mitarbeiter von Baden Racing. Natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht hier im Führing stehen, sondern die irgendwo hier auf der Rennbahn verstreut sind und die ganzen Aufgaben mit übernehmen. Und das gilt, würde ich mal sagen, für alle Mitarbeiter im gesamten Galopp-Rennsport, ob es bei den Rennvereinen ist, beim Dachverband, bei Deutscher Galopp und natürlich auch in den Rennstellen. Das ist ja ein ganz besonderes Jahr, wo eben jeder mit anpacken muss. Also von dieser Stelle hier nochmal von uns ganz lieben Dank, stellvertretend jetzt mal an euch beide. Und wenn Sie die zwei Damen sehen und haben irgendein Problem auf der Rennbahn, ansprechen, die wissen alles. Ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Rennen. Dankeschön nochmal an alle Mitarbeiter. Und wir haben damit jetzt auch schon unsere achte Prüfung hier in Ife-Zeim. Preis der Ife-Zeimer Industrie, Handel und Handwerk. Ein Ausgleich. Zwei ist das über 2200 Meter und das sind ihre Starter. Die Nummer eins ist Luciani mit Andra Starke. Die Nummer zwei La Pradera, Maxim Pescheur. Die drei ist Wachmann mit Wladimir Panoff. Die vier Northern Rock mit Sibylle Vogt. Die fünf Narello mit Clément Lecoeuvre. Die Nummer sechs Anna Leon mit Baujan Mursavajev. Die Nummer sieben Alenca mit Miki Kadedu. Und die Nummer acht ist der Favorit. Das ist Wild Papillon mit Martin Seidel. Ja, das ist also das achte Rennen des Tages. Preis der Ife-Zeimer Industrie und Handel und Handwerk. Interessanter Ausgleich zwei über die Distanz von 2200 Meter. Und favorisiert ist die Acht. Das ist Wild Papillon mit Martin Seidel. Für Erika Meder und für den Stall Fürstenhof. Wild Papillon hat hier zuletzt während der großen Woche gewonnen. Davor auch in Düsseldorf. Der Hattrick also im Bereich des Möglichen. Dann haben wir bei 5,3 Anna Leon. Ein absoluter Bahnspezialist, für den man heute Burjan Mursavajev verpflichtet hat. Letzte Laufen aus Lyon, Paris-Li. Können Sie, glaube ich, getrost streichen. Dort fand Anna Leon nie eine Bindung zum Rennen. 6,5 gibt es für Wachmann. Wachmann wird geritten von Wladimir Panoff. Für Stefan Richter. Diese Kombination war heute schon erfolgreich. Wachmann hat sehr leicht gewonnen gegen Pretorius in Berlin. Und ebenfalls noch stark beachtet ist die 1. Das ist Luciani mit anderer Starke für Dominik Moser und für das Gestüt Haus Ittlingen. Daniel, ein relativ undurchsichtiges Rennen, auch wenn Wild Papillon klar favorisiert ist. Ich erinnere mich dunkel, dass Erika Meder nach dem letzten Sieg gesagt hat, das ist ein Pferd, mit dem ich nächstes Jahr mal ein Lissenrennen mitmischen will. Sie hat also eine sehr hohe Meinung von diesem Dreijährigen. Ein Pferd, das sich immer wieder gesteigert hat im Sommer, auch wegen der Bodenverhältnisse, weil es doch sehr trocken war, nicht gelaufen ist. Interessantes Pferd mit Perspektive nach oben, aber für 1,80 Euro, wie er im Moment am Toto steht, gehe ich auch nicht an den Schalter. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Und die Alternativen sind eigentlich dünn gesät. Wachmann hat sich das ganze Jahr über verfolgt. Die Frage ist, ob er nun gleich noch nachlegen kann. Es hat ein bisschen gebraucht, bis er ein Rennen gewonnen hat. Dafür gab es, ich rechne mal gerade nach, immerhin 3,5 Kilo Aufgewicht. Das finde ich relativ viel für die heutige Zeit. Aber gut, das ist eben so beim Handicap. Wenn man ein Handicap gewinnt, muss man beim nächsten Mal vergleichsweise mehr Gewicht tragen. Bodenverhältnisse sind perfekt für ihn. Er braucht ein bisschen weichen Boden. Es ist ja der Bruder des guten Wonnemond, dieser Wachmann. Also ein nicht ganz uninteressantes Pferd, aber wie gesagt, ob er dann zum Seriensiegel wird, muss man sehen. 8 Euro im Moment die Quote. Anna Leon, du hast es schon gesagt, ein Bahnspezialist. Er hat einen super Schnitt hier in Uffitzheim und natürlich auch im Moment den richtigen Mann an Bord. Klar, er läuft nicht so ganz häufig in Deutschland, aber die letzte Form aus Baden-Baden, das war allerdings mit einem Erlaubnisreiter. Sean Byrne war gut genug. Ja, wen gibt es noch als Alternativen? Sascha Smotsek hat zwei Pferde im Rennen. Das ist La Pradera in den Formen von Manfred Schneves-Schmelzer, der Besitzer auch von Nobel Heidi. Stute hat man zuletzt mal in einem Listenrennen aufgeboten. Das war eine Nummer zu groß für sie. Sie hat vorher gewonnen hier in Uffitzheim, allerdings ein relativ übersichtlich besetztes Altersgewichtsrennen, ein kleineres Rennen. So ganz einfach ist sie im Handicap nicht einzustufen. Und es gibt noch Northern Rock, einen ehemaligen Seriensieger, der immer nie seinen Boden angetroffen hat. Den hat er heute. Und Boden heißt, er braucht es ein bisschen weich, wenn nicht gar schwer unter den Hufen. Das ist vielleicht so ein interessanter Außenseiter hier in diesem Rennen. So, das sind so meine unmaßgeblichen Anmerkungen zu diesem Rennen. Ja, Alexander Fanke ist zusammen mit Erika Meder. Und ich meine, dass Erika eben gesagt hat, das ist ein richtig gutes Pferd, der vielleicht mal in den Listenrennen laufen kann. Wie stellt sie sich heute zu dieser Aussage? Ja, ich habe versucht, Erika Meder so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich habe auch gesagt, zwei Euro für einen, das ist ja schon eine ganz klare Favoritenrolle. Aber den Optimismus, den kann man dir nicht nehmen, Erika. Nein, er ist ein Spätsünder, aber ein gutes Pferd. Wir meinen, dass der Vierjährig sich ein ganzes Stück verbessert. Ausgleich zwei müsste er sowieso können. Wir haben immer gesagt, er braucht weichen Boden oder schweren Boden. Das haben wir heute das erste Mal. Und ich bin selber gespannt, wie er damit zurechtkommt. Eigentlich familiär gesehen müsste es ihm liegen. Aber Rennen sind Rennen. Jedes Rennen muss gewonnen werden. Und wir sind aber trotzdem sehr optimistisch. Das könnte ja auch sein mit den Vorformen auf jeden Fall. Ja, wir haben es gesagt, noch nie auf dem Boden gelaufen. Aber diese Wilds, die können das eigentlich alle ganz gut. Nichtsdestotrotz ist ja auch immer so ein bisschen die Tagesform dann entscheidend. Wie ist er denn heute drauf? Ja, eigentlich gut. Er hat gut geschlafen, nach meiner Meinung. Er hat gut gefressen. Er ist ein sehr ruhiges, ausgeglichenes Pferd. Und er war sehr gut gereist. Meine Futtermisterin hat ihn betüttelt, wie immer. Und ich glaube schon, dass es sehr gut läuft. Hals und Bein Erika Meder. Für den Favoriten für Wild Papillon. 2,30 Euro für einen gibt es jetzt. Dankeschön. Optimismus pur bei Trainerin Erika Meder bezüglich der Chancen von Wild Papillon. 2,3. Die dennoch sehr, sehr kurze Quote. Ja, Daniel, du hast Northern Rock angesprochen. 12,5. Für die Dreierwette mit Sicherheit ein interessantes Pferd auf diesem Boden. Pferd hat natürlich noch nicht einen Roten Heller gewonnen in diesem Jahr, muss man auch mal sagen. Aber wie gesagt, die Bodenverhältnisse sind optimal für ihn. Ein Wort noch zu einem Pferd, das hier gewonnen hat bei der großen Woche. Das ist Narello, die Nummer 5. Pferd war bei Hans-Jürgen Gröschel im Training. Ist dann zu Toni Potos gewechselt. Er ist gesprungen worden in der Arbeit. Man hat ihn mal über ein paar Hindernisse geschickt. Und ja, das hat er ganz gut umgesetzt. Hat hier einen Ausgleich 3 gewonnen. Anschließend allerdings mit Sean Byrne in Köln. Doch ziemlich schwach gelaufen. Streicht man das mal und sieht man nur diese Form hier aus Iffezheim. Dann ist er nicht ganz aus der Welt, zumindest für die Quoten, für die Zweier- oder Dreierwette. Und ganz oben haben wir Luciani. Immerhin einen frischen Sieger. Er hat in München gewonnen gegen Wachmann. Die Gewichte haben sich nur so unwesentlich zu Ungunsten von Wachmann geändert. Aber Luciani, ein frischer Sieger. Immerhin sieben Rennen hat er schon gewonnen. Mit anderer Starke an Bord. Also das Rennen ist offener, als man es, glaube ich, vom Toto her sagen kann, wo Wald Papillon auf 2,30 Euro steht. Es gibt doch drei, vier Pferde, die ein solches Rennen auch gewinnen können. Ja, und das werden wir uns jetzt anschauen, denn es geht in die Box hinein. Achtes Rennen des Tages. Preis der Iffezheimer Industrie, Handel und Handwerk. Steht an, favorisiert kochend heiß. Das ist Wild Papillon mit Martin Seidel für den Steifhörstenhof. Und Erika Meder bei 2,4. bum that will be Meadow Ich bin ja. Uwee Und da, wie wie viel hm Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Ausnahme von La Pradera sind bereits alle Pferde auf ihren Startplätzen. La Pradera wird jetzt quasi rückwärts in die Box geschoben von vorne, das hat geklappt. Preis der Effizheimer Industrie, Handel und Handwerk. Ausgleich 2 über 2200 Meter, alles ist startklar. Und Boxentürner auch für unser 8. Rennen. Ja und die 8 Kandidaten, die sind auf der Reise, es darf auch applaudiert werden. Meine Damen und Herren, wo die Pferde zum ersten Mal an ihnen vorbeikommen. Northern Rock übernimmt die Spitze vor White Papillon. Vor Luciani an der Außenseite, dahinter ist das La Pradera, begleitet von Alenza. Dann sehen wir Analeon von Narello und letztes Pferd ist zunächst einmal Wachmann. So geht es durch den Effizheimer Bogen mittlerweile hindurch und Northern Rock zeigt den Weg, führt mit gut zwei Längen Vorteil vor Luciani. Dahinter den Favoriten, White Papillon. Dann sehen wir außen galoppierend Alenza, an der Innenseite ist das La Pradera. Zwei Länge dahinter Analeon, der wird begleitet von Narello. Und am Ende des Feldes, da schaut sich das Wladimir Panov alles zunächst einmal ganz entspannt an mit Wachmann. Mit Beginn der Gegenseite geht es gleich unterhalb des Effizheimer Emblems weiter. Und Narello zeigt nach wie vor den Weg, führt vor Luciani, der ist ein bisschen näher herangerückt. Dann White Papillon, dahinter dann innen La Pradera vor Alenza, vor Analeon, vor Narello und vor Wachmann. Es hat sich eigentlich seit dem Start so gut wie gar nichts getan, bei nach wie vor gleichmäßigem Tempo mit der Gegenüber. Northern Rock zeigt nach wie vor den Weg vor Luciani, La Pradera, White Papillon. Dahinter Alenza, an der Innenseite Analeon, dann ist es Narello und dann Wachmann, der so langsam ein bisschen näher herangeführt wird von Wladimir Panov. Durch den Schlussbogen geht es mittlerweile hindurch. Northern Rock kann nach wie vor schalten und walten, wie es Sibylle Vogt möchte. Vor Luciani, La Pradera liegt auf der Lauer, genauso wie White Papillon. Analeon an der Innenseite, dahinter Alenza, dann Wachmann und Analeon am Ende des Feldes. Jetzt gibt es gleich den Sprint über die letzten 450 Meter und jetzt schwärmen sie natürlich wieder alle breit aus. Wer ist vorne? Northern Rock ist sofort gestellt und womöglich auch geschlagen. Außen Wild Papillon, Luciani, dann an der Innenseite La Pradera und ganz an der Innenseite auch Analeon. Vorne ist es Luciani mit Wild Papillon, muss sich strecken. Northern Rock reagiert auf die Hilfen von Sibylle Vogt und ganz innen kommt der Champion mit Analeon angeflogen. Wer ist denn vorne? Immer noch Wild Papillon, innen kommt der Champion, Borjan Mursabaev mit Analeon vom fast letzten Platz. Vierter Tageserfolg, zweiter Wild Papillon, dahinter Northern Rock mit der dritten, mit der vierten Luft gegen La Pradera. Alenza meilenweit zurück, dann Wachmann, Luciani und Narello. Untertitelung des ZDF, 2020 Vorläufiger Einlauf für das achte Rennen des Tages, Preis der Üffelzeimer Industrie und Handel und Handwerk. Siegreich war die sechs Analeon, Borjan Mursabaev, zweites Pferd, die acht Wild Papillon, Martin Seidel und drittes Pferd war die vier. Northern Rock, Sibylle Vogt. Vorläufig heißt das sechs, acht, vier. Noch auf dem Geläuf, da sehen wir den vorläufigen Sieger. Es gibt einen Heimsieg für den Stall von Conny Whitfield. Sie ist verantwortlich für den sechsjährigen Sunday-Break-Zone Analeon. Besitzer ist der Stall Hayley. Ja, und wer außer ihm ist gleich im Siegerinterview. Vierter Tageserfolg. Absolut Wahnsinn, was er heute hier reitet. Der Champion des letzten Jahres, der Champion des Jahres 2020, Borjan Mursabaev. Und kurz noch, es gibt eine Überprüfung durch die Rennleitung auf den Plätzen. Also, richtet sich nicht gegen den Sieger die Überprüfung durch die Rennleitung. Bauschane ist schon mal sicher. Nochmal zugeschlagen. Gratuliere dir. Jetzt habe ich ja eigentlich gedacht, ihr tendiert alle nach außen, dass alle außen kommen an den Rails. Aber in dem Fall hast du jetzt mal doch eine innere Spur gewählt. Das ging trotzdem. Ja, heute nur ein Renntag, das ist kein Meeting. Ich denke, das ist in den Boden auch immer gut. Also, von dem her ist dieses Thema Spurensuche heute gar nicht so wichtig. Sondern man guckt einfach, wo es geht und dann einfach durchziehen. Genau. Ich denke, wo ist Platz, da kannst du gehen, dass alle Bahnen stoppen. Jetzt ist es ja so, du hast ja jetzt schon wieder auf einem Pferd von einem anderen Trainer gewonnen. In dem Fall von Conny Whitfield. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt schon mal für sie geritten bist. Wie suchst du dir die Ritte aus? Oder rufen die dich an und du kannst dich entscheiden, wie funktioniert das? Ja, ich habe einen guten Manager. Der ist ein alter Ex-Jockey und der kann auch nicht. Aber diese Fert habe ich für zwei Jahre schon reiten, aber immer nicht gepasst. Aber heute hat es geklappt und gewinnen, alles super. Heute hat alles gepasst. Gratuliere dir, Bauschane. Und bis gleich bei der Siegerehrung. Bauschane gewinnt auf Anna Leon. Gratulation. Danke dir. Danke euch. Wie ist der Nummer 6? Wie ist denn 6, 160? Ein nettes Pferd, ein altes nettes Pferd. Ja, und über den Walk of Fame geht es also zurück der Heimsieger Anna Leon für Conny Whitfield, für den Stall Hayley und für Burjan Morsabaev. Und jetzt werden wir uns das Rennen nochmal in der Wiederholung anschauen. Und das Schöne, Burjan Morsabaev hat gerade seine Brille zu einem kleinen Jungen geschmissen und der freut sich riesig. Ich glaube, für ihn ist der Tag heute gerettet. Tolle Szene gerade. Ja, Daniel. Zunächst mal Northern Rock vorne. Das ist ja seine Taktik und er hat seit vielen Monaten mal wieder eine tolle Form gezeigt. Der einstige Seriensieger, der eben auf dieser Bahn, auf diesem Boden sehr gut klarkommt. Den späteren Sieger sehen wir jetzt ja an vorletzter Stelle, drittletzter Stelle in. Ja, lag noch weit zurück. Interessantes Rennen auf jeden Fall, weil Sibylle Vogt das Tempo ja auch nicht so schnell gemacht hat an der Spitze. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum White Papillon vielleicht nicht gewinnen konnte, ist aber auch in der Niederlage toll gelaufen. Ja, und es ist schon faszinierend, wie Burjan Morsabaev von Sieg zu Sieg eilt. Immer noch ein relativ, nicht langsames, aber ein normal gelaufenes Rennen, aber es wird dann eben ein Sprint. Und für ein Pferd wie White Papillon, was vielleicht auf Dauer etwas weitere Distanzen bevorzugt, ist zwar das eben nicht so ganz günstig. Es geht dann bei den Plätzen, da behackeln sich die, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, beide Smirczek-Pferde so ein bisschen. Ob das jetzt ein Rennen entscheidend war, werden wir gleich sehen. Ich bin ganz entscheidend oder ganz stimmbar, das, glaube ich, alles nicht. Wir werden es sehen. Also vorne noch Northern Rock, der, das ist eigentlich typisch bei ihm, eigentlich hat man den Eindruck, dass er immer geschlagen ist, aber er zieht immer wieder an. Burjan nimmt jetzt die Spur in der Mitte der Bahn, die scheint im Moment, da ist er auch mit Pritipi gekommen. Das scheint eigentlich eine ganz gute Spur zu sein. So, jetzt sieht man außen, White Papillon macht einen ganz guten Eindruck, aber jetzt hängt er so ein bisschen auf dem anderen Pferd drauf. und hat dann auch vielleicht nicht so die Schnelligkeit, um dann wieder beschleunigen zu können. Ich höre gerade das Glockenzeichen im Hintergrund, also es bleibt also bei dieser Reihenfolge. Die beiden Smirczek-Pferde sind so ein bisschen gegeneinander gerasselt, aber das war nicht rennentscheidend. Northern Rock vor La Pradera. Wir gucken uns das auch, glaube ich, nochmal von vorne an. Da kann man auch diese Situation, die die Rennleitung sich ebenfalls nochmal angeschaut hat, noch einmal erkennen. Mit Anna Leon, der ist jetzt ganz rechts zu sehen, hat das gar nichts zu tun. Sondern hier Northern Rock geht so ein bisschen in die Spur von La Pradera rein, aber das war, wie gesagt, absolut nicht rennentscheidend. Ja, Pferde sind durch und wir geben ab zu Alexander Franke. Die Siegtrainerin steht nämlich gerade neben mir und wir haben uns gerade nochmal darüber unterhalten, weil ich mich vorhin ja gefragt habe, saß Bauschand schon mal auf einem Pferd von dir und du hast mich da korrigiert, der saß schon ein paar Mal da und es lief auch bislang schon immer ganz gut mit ihm. Ja, also er hat hier im Frühjahrsmeeting die Auenzense geritten, war knapp geschlagener Zweiter und sonst hat er dann auch noch ein, zwei Mal vor uns geritten. Was soll ich sagen, er ist im Moment der Jogge der Stunde, jeder setzt ihn gerne drauf und wenn das passt, dann, wenn man ihn haben kann, dann soll man ihn nehmen. Das auf jeden Fall, aber es ist halt nicht ganz so leicht, ihn zu bekommen. Heute ja auch für dich ein toller Tag, zwei Starter, Ausbeute, phänomenal. Ja, kann ich besser gehen, im siebten Rennen, der Sieger, der war nicht zu schlagen und ja, er ist der Zweiter, besser kann es nicht gehen. Trainiert hier in Iffezheim, acht Pferde momentan im Stall, da können noch ein paar dazukommen. Mach mal ein bisschen Werbung für deinen Stall. Ja, wir haben jetzt Corona-bedingt auch schon zwei Boxen frei. Wir haben jetzt ja bald die neue Bahn in Iffezheim und dann hoffen wir, dass es sicherlich aufwärts gehen wird, wenn wir noch bessere Trainingsbedingungen haben. Der Vorteil ist eben, dass wir Frankreich direkt vor der Haustür haben und gerne nehmen wir noch mehr Pferde dazu. Jetzt darfst du aber erstmal zu deiner Siegerehrung. Gratuliere dir und ja, man hat ja gesehen, es hat ja bislang auch schon ganz gut funktioniert und mit dieser Ausbeute von heute, da kann also wirklich niemand meckern. Wir gratulieren für diesen Iffezheimer Erfolg und das passt ja auch ganz gut zum Renntitelpreis der Iffezheimer Industrie, Handel und Handwerk. Stellvertretend für die ganzen Partner dieses Zusammenschlusses wird Herr Osa samt Familie die Ehrenpreise übergeben. Ich glaube, jeder, der hier in Iffezheim schon mal irgendwie zu Gast war, hat schon mal bei Osas eingekauft. Also von dem her freut uns das, dass wir Herr Osa heute hier begrüßen dürfen. Anna Leon hat gewonnen in den Farben des Stalles. Heidi für Conny Whitfield mit Baujan Mosabajew. Ehrenpreise werden jetzt übergeben von der Familie Osa, gemeinsam mit Jutta Hofmeister von Baden Racing. Und das ist natürlich toll, wenn so ein Rennen dann tatsächlich auch hier vor Ort bleibt. In Iffezheim gibt auch einen großen Korb mit Leckereien zu trinken und zu essen. Also da ist alles mit dabei. Ich glaube, die eine oder andere Sache, die ich da im Korb sehe, die sollte die Kleine lieber nicht trinken. Aber das ist in dem Fall zumindest schon mal für die Eltern, glaube ich, ganz in Ordnung, was da alles drin ist. Wir freuen uns. Anna Leon hat gewonnen. Baujan Mosabajew. Der Stall Hayley ist das. Conny Whitfield. Ein Iffezheimer Erfolg. Und dafür einen großen Iffezheimer Applaus. Und ich denke mal, Ergebnis und Quoten werden uns auch schon vorliegen. Wir haben den endgültigen Einlauf für Sie für das achte Rennen. Siegreich war die sechs Anna Leon, zweites fährt die acht Wild Papillon. Dritter war die vier Northern Rock, vierter die zwei La Pradera und fünfter die eins Luciani. Auf Sieg gab es vier Euro zwanzig für Anna Leon, ein Euro dreißig, ein Euro fünfzig, ein Euro neunzig. Die Platzquoten, die Zweierwette sechs vor acht, 13 Euro dreißig und die Dreierwette sechs, acht, vier, 94 Euro neunzig. Alles für einen Euro Grundeinsatz. Ganz lieben Dank, Daniel Delius für die Quoten. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns jetzt gleich erwartet. Ich habe mir hier gerade schon mal das Rennprogramm aufs Handy gezogen, um die genauen Zahlen vorzulesen, was uns jetzt gleich erwartet in unserem Viererwettenrennen. Das ist die absolute Mega-Chance des Jahres. 60.000 Euro garantierte Gewinnausschüttung. Das heißt, wenn Sie der Einzige sein sollten, der diese Viererwette trifft, und das ist ja ganz gut möglich, dann sind es 60.000 Euro für Sie. Mindestens. Ich denke, es werden sogar ein bisschen mehr sein. Wenn zwei treffen, dann mindestens 30.000 und so weiter und so fort. Und jetzt diese Zahl, die ist die ganz entscheidende und interessante. Ein Jackpot von 32.603,90 Euro ist hier mit drin. Das heißt, die Quote, die wird richtig gut sein. Es ist ein schweres Rennen, es ist ein offenes Rennen. 18 Pferde, wir freuen uns unheimlich drauf. Und für diejenigen, die gar nicht wissen, wie so eine Viererwette wirklich funktioniert, aber ums große Geld mitfeiten wollen, wir haben mal für Sie was vorbereitet, wie diese besondere Königswettdisziplin überhaupt zu spielen ist. Und heute stelle ich kurz und knapp für die Einsteiger die Viererwette vor. Die Viererwette ist sowas wie die Königsdisziplin beim Pferdewetten. Bei ihr versucht man mit einem Grundeinsatz von 50 Cent den Einlauf der ersten vier Pferde in korrekter Reihenfolge vorherzusagen. Um die Gewinnchancen zu erhöhen, greifen viele Wettfreunde auf die Möglichkeit zurück, die Viererwette in Kombination zu spielen. Das bedeutet, man schließt quasi für jede Reihenfolgenvariante des Einlaufs eine Wette ab. Durch die Mehrzahl der hier gespielten Wetten erhöht sich die Gewinnchance, aber auch der zu spielende Einsatz. Auch deswegen nutzen sehr viele erfahrene Revetter die Möglichkeit, Pferde zu stellen. Das bedeutet, dass man sich auf den exakten Einlauf eines oder mehrerer Pferde festlegt und den Rest der Einläufe dann miteinander kombiniert. Hier ein kurzes Beispiel von mir. Die 6 ist klarer und auch berechtigter Favorit. Sie wird von mir auf den ersten Rang gestellt und bei den Pferden dahinter, bin ich mir nicht so sicher, das werden dann aber zum Beispiel die Pferde 3, 4 und 5 unter sich ausmachen. Diese werden auf den Rängen 2 bis 4 untereinander kombiniert und von mir zur Kombiwette gemacht. Hierdurch wird die Anzahl der gespielten Wetten verringert und somit auch der notwendige Einsatz. Beim Stellen und Kombinieren von Pferden sind der Fantasie im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Man darf in jedem Rang stellen, man darf in jedem Rang kombinieren. Wichtig ist nur, dass man seinen Wetteinsatz im Auge behält. Bei einem oder mehr Nichtstartern bekommt man, was in der Vergangenheit nicht immer so war, seinen Einsatz nach Bekanntgabe der Quoten wieder zurück. So, ich hoffe, dass ich euch nicht näher bringen konnte und wünsche euch nun ganz viel Spaß und auch Erfolg beim Ausprobieren. Habt noch einen wunderschönen Renntag und ich sage bis bald! Preis der Gemeinde Iffesheim, die Wetten, dass 2.0 Mega Viererwette der Woche ein Rennen über 1600 Meter. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, wir haben jetzt schon einen Umsatz von über 85.000 Euro in der Viererwette. Also, das heißt, diese garantierte Gewinnausschüttung, 60.000 Euro, da sind wir jetzt schon mal 25.000 Euro drüber. Also, da ist richtig großes Geld zu holen. Das ist ihr Starterfeld. Die Nummer 1 ist Star Gypsy mit Mike Riel. Die Nummer 2 ist Al Moutana mit Fabian Weißmeier. Die 3, Duchess of Avon mit Wladimir Panov. Die 4, Ferragosta mit Jean Byrne. Die Nummer 5 ist Anderson mit Alexander Peach. Die Nummer 6, Gainsborough Head mit Maxime Pescheur. Die 7, Kiki D, momentan favorisiert mit Leon Wolf. Die 8, Ninara, Clement Lecoevre. Die Nummer 9, Safira Dream, Baujan Mosabajev. Die Nummer 10, Apple Valley mit Micky Cadedu. Die Nummer 11 ist Highly Favored mit Josef Beuco. Die 12, Nero de Avolo mit Miguel Lopez. Die 13, L'Utopie mit Lucas de Lusier. Die 14, Feuerblume. Hier sitzt Sibylle Vogt im Sattel, gerade in diesem Moment zum neuen Favorit geworden. Die Nummer 15 ist Benoer mit Alexander, nein, mit Andreas Helfenbein. Der sitzt hier im Sattel. Die Nummer 16 ist Sissicam, Eva-Maria Geisler. Die 17, Innuendo, Martin Seidel und die 18, Laura's Legacy mit Lili Marie Engels. Ja, Daniel, es ist das Rennen mit der Mega-Vierer-Wette. Wetten das 2.0-Mega-Vierer-Wette. 60.000 Euro Garantieauszahlung inklusive Jackpot von über 32.000 Euro. Deshalb würde ich dich gleich gern mit dazu holen. Wir haben 18 Kandidaten, über die wir sprechen müssen. Ein wahres Wett-Rätsel favorisiert ist Kiki Die, die aber hier schon gewonnen hat in Liffitzheim. Das Gemeine ist ja, dass die Verantwortlichen für diese Wette immer Rennen aussuchen, vor denen man vielleicht doch besser einen Würfelbecher aus dem Schrank holt und dann mal auswürfelt, wer da gewinnt. Das heißt, es sind extrem schwierige Rennen. Es gibt ja nicht mal Nicht-Starter in dieser Prüfung. 18 Pferde am Start, einen Ausgleich 4, das heißt Basissport. Kiki Die ist Favoritin, eine Tochter des berühmten Kultpferdes Overdose. Ich hatte immer den Eindruck, dass 1.600 Meter vielleicht ein Tick zu weit für sie sind. Aber wenn man sie geschickt aus der Reserve reitet, und das hat Leon Wolf auch beim letzten Mal hier in Liffitzheim gemacht, dann schafft sie das, die 1.600 Meter. Es wird natürlich nicht einfacher. Sie hat jetzt zwei Rennen hintereinander gewonnen, steht vom Gewicht her doch etwas höher. Klar, es gibt nochmal 5 Kilo Gewichtserlaubnis, aber sie hat nochmal 3 Kilo bekommen auf Gewicht für den letzten Sieg. Aber die Form ist da. Sie ist noch relativ wenig gelaufen in ihrer Karriere, erst sechs Mal. Und deshalb ist mit Sicherheit ein gutes Laufen zu erwarten. Favoritin ist jetzt wieder Feuerblume, die Nummer 14. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Mumm. Das Pferd hat zwar noch nie gewonnen in ihrer Karriere. Sie war zu Beginn im Schleusnerstall, steht jetzt bei Pavel Wovchenko, eine Vierjährige, die mehrfach sehr gut gelaufen ist. Sie war hinter Kiki Die, ein Hals, das sind also wenige Zentimeter, und steht eben vom Gewicht her deutlich günstiger. Letzte Form war nicht so ganz glücklich in Hannover. In einem ähnlichen Rennen, da liefen auch 15 Pferde. Also für mich ist das so ein bisschen so das Bankpferd, das Stellpferd in der Viererwette. Das heißt also ein Pferd, was in jedem Fall unter die ersten vier kommt. 4,20 Euro im Moment die Quote. Das sind auch die beiden, nein, es gibt noch ein drittes Pferd, was unter 10 steht. Das ist die Nummer 9. Das ist Safira Dream. Aber das sind eigentlich die beiden am stärksten gewetteten Pferde. Feuerblume, Kiki Die. Und nach dem letzten Badenerlaufen tendiere ich eher zu Feuerblume. Ja, aber bei 18 Pferden eine Viererwette zu basteln, das ist natürlich nicht leicht, aber der Anreiz ist groß. Und Alex, du hast einen Interviewpartner, glaube ich. Ja, um ganz genau zu sein, habe ich sogar zwei Interviewpartner, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich will einfach nur eine ganz schnelle Information abgreifen. Wir haben den Bürgermeister der Gemeinde Iffezheim, Herr Schmid hier. Wir haben Frau Hofmeister hier von Baden Racing. Und die haben sich gemeinsam auf ein schönstes Pferd geeinigt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, weil es ist ein ganz, ganz offenes Rennen, schwer zu lesende Formen. Da ist ja vielleicht die Optik einfach manchmal so ein bisschen entscheiden. Wer ist denn das schönste Pferd? Ja, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben uns aber für die Nummer 5 entschieden. Die Nummer 5, das ist wer? Wie heißt der nochmal? Schaue ich gerade auch nochmal ins Rennprogramm. Das ist Andersson. Ach, vom Stall Brasilien. Also das sind ja hier auch so halbheimische Interessen. Frau Hofmeister, mit der Entscheidung kann man leben. Kann man sogar sehr gut leben. Da waren wir einer Meinung. Und wir haben hier ein schönes kleines Geschenk für den Pferdeführer. 100 Euro als Anerkennung und eine Flasche Sekt dazu. Natürlich nicht hier zu trinken, ganz klar. Aber vielleicht dann zu Hause drauf zu feiern, dass sie das Pferd so schön hergerichtet haben für das heutige Rennen. Ganz lieben Dank Ihnen beiden. Vielleicht hilft Ihnen das ja so ein bisschen für Ihre Wettempfehlungen. Also das Pferd war wirklich sehr, sehr schön vorbereitet. Und ganz lieben Dank an die vielen Pferdepflegerinnen und Pferdepfleger, die sich wirklich so rührend um unsere Galopper kümmern. Mit Herzblut für Vollblut, sagen wir immer. Und das wird absolut gelebt bei uns im Sport. Damit gebe ich jetzt nochmal ab an die Jungs, die vielleicht ja jetzt auch mit anderen als zusätzlicher Information die passende Wette basteln. Ich hoffe es mal, Daniel und Marvin. Ja, ich bastel hier gerade was an einer kleinen Viererwette auf meinem Laptop, auf der Wettstar-Seite. Ja, Andersson, guck mir das Pferd nochmal an. Der ist natürlich, inzwischen steht er sehr, sehr günstig im Handicap. Er war mal ein sehr gutes Pferd und hat da ewig nicht mehr gewonnen, im Ausgleich auch noch nie. Jetzt gucken wir uns mal den Wettschein hier an. Das reicht hier gerade noch. Das wäre ein 3-Euro-Wettschein. Das heißt, Feuerblume muss das Rennen gewinnen. Ferragosta, das ist ein interessantes Pferd aus dem Stall von John Hillis. Muss zweiter, dritter, vierter sein. Zweiter, dritter oder vierter. Eine Stute, die, ich gucke mir nochmal die Formen an, zuletzt in München gelaufen ist vor einer Woche. Da war sie dritte. Ich zeige das Pferd hier mal. Das ist die Nummer vier mit Sean Byrne. Wenn Sie hier dann auf Ferragosta drücken, dann können Sie auch den Formguide sehen. Sie sehen, dass dieses Pferd am 11. Oktober in München dritter war. Davor am 29. August dritter. Also Sie sind hier sehr gut informiert bei Wettstar. Wenn Sie nicht genau wissen, um was für ein Pferd sich handelt, dann können Sie hier wunderbar reinklicken. Also das ist das Pferd, was zweiter, dritter, vierter werden muss. Dann habe ich Kiki Di noch dabei. Safira Dream, zu der kommen wir gleich. Das ist das Pferd von Burscha Mozabaev. Und vielleicht nehmen wir noch einen Außenseiter mit hinein. Lutopie. Das ist eine Stute aus dem Stall von Sarka Schütz. Das ist jetzt meine Wette, meine Viererwette. Die kostet neun Euro. Also Feuerblume muss gewinnen. Ferragosta, zweiter, dritter, vierter. Und dazu müssen unter die ersten vier laufen Kiki Di, Safira Dream und Lutopie. Wettschein abgeben, Wettschein bestätigen und dann schließen. So, das war die Viererwette. Ja, wir wollen gleich nochmal über ein paar Pferde reden. Wir haben noch zwei Minuten bis zum Start. Aber ich gebe erstmal ab zu Sandy Franke. Michael Figge steht neben mir, Safira Dream, ganz interessantes Pferd. Zum einen ja hier zuletzt zweiter gewesen auf diesem Kurs und dann natürlich noch mit dem Formenjockey im Sattel mit Burscha Mozabaev. Ja, Micky, was kann man erwarten? Ja, ich hoffe, dass sie um den Sieg mitfeiten kann. Wir haben schon Mumm, weil die letzte Schwarm war echt stark und da war sie nicht mehr sehr glücklich. Und sofort am Tag der Nennungen hat sich der Burscha angeboten. Und wenn sich der Champion im Meeting ein Pferd unbedingt reiten möchte, dann sagt man natürlich gerne ja. Ja, Hals und Bein, das war auf jeden Fall nochmal eine hilfreiche Information. Michael Figge. Ja, diese Safira Dream, die ist ein einziges Mal gut gelaufen und das war zuletzt hier in Lüffezheim, wo sie Zweite war. Und da waren zum ersten Mal Scheuklappen drauf und das könnte so ein bisschen das Geheimnis zum Erfolg gewesen sein. Denn vorher hat sie eigentlich gar nichts gezeigt. Immer schwach gelaufen, aber mit Scheuklappen plötzlich ist da der Knopf aufgegangen. Also ganz sicherlich auch ein Pferd, was hier in die engere Wahl kommt. Ist ja auch die dritte Favoritin hier in diesem Rennen. Nach Feuerblume und nach der Nummer 7, nach Kiki Di. Ja, wen kann man noch empfehlen, Marvin? Was meinst du? Dani, ich glaube, da gibt es so viele Pferde in diesem Rennen, die man empfehlen kann. Es ist ja schon schwer, ein Pferd nicht zu erwähnen. Star Gypsy, so etwas wie ein Kultpferd des Galopp-Club Wumble. An einem guten Tag ist der immer gut genug für ein solches Rennen. Startplatz 13 macht die Sache nicht ganz einfach. Aber wenn der einen guten Rennverlauf bekommt, ist der nicht uninteressant. Ein Pferd, was wir uns, glaube ich, bei der großen Woche mal aufgeschrieben haben, war Almuthana. Die Programm Nummer 2 war da zwar nur siebte, wenn ich es richtig sehe, aber lief gar nicht so verkehrt. Und auch das Laufen in Köln war nicht schlecht. Jetzt läuft man zum ersten Mal im Handicap. Fabian Weißmeier reitet. Vielleicht für eine ganz lange Quote einfach mal mit auf den Wettschein nehmen. Absolut, sehe ich ähnlich. 63 Kilo sind natürlich auch ein Wort zum Sonntag. Aber das Pferd ist nicht uninteressant. Zum ersten Mal mit Schollklappen gelaufen zuletzt hier in Deutschland. In einem relativ qualitativ, relativ übersichtlich besetzten Rennen ein interessantes Pferd. Also im Nachhinein muss ich sagen, er hätte auch in meine Viererwetter mit hineingehört. Bei Star Gypsy muss man berücksichtigen, positiv sicherlich der Boden. Er mag diesen etwas durchlässigen Boden, ist allerdings am Mittwoch noch gelaufen. Bei Kiki D. ist zu erwähnen, dass sie die Startbox 16 hat. Das muss eigentlich inzwischen mit dem fortgeschrittenen Nachmittag kein Nachteil sein, weil die Pferde ja doch ziemlich weit außen kommen und sie dann ja automatisch schon relativ weit außen liegt. Feuerblume hat die Startbox 4. Das ist natürlich sehr viel günstiger, auf dem Papier jetzt erst mal. Aber dann wird wohl Sibylle Vogt Mitte der Zielgeraden, also in der Mitte der Geraden angreifen. Aber das war eigentlich auch heute eine gute Spur. Ja, Ferragosta habe ich schon erwähnt. Ninara, vielleicht noch eine Stute aus dem Stall von Toni Potos. Dritte zuletzt hier in Efezheim, über 1400 Meter. Pferd hat noch nie gewonnen, aber knabbert so ein bisschen am ersten Erfolg. Das ist auch ein Pferd, was eigentlich so ein bisschen mit in die Viererwette hineingehört. Und auch ein interessantes Pferd hier in diesem Rennen. Ja, ein wahres Wetträtsel, aber wir freuen uns drauf. Wer diese Viererwette trifft, der wird mit ganz viel Geld nach Hause gehen oder sein Wettkonto dann im Internet mit ganz vielen Euros bestückt sehen. Wir sind bei 114.000 Euro Umsatz im Moment in der Viererwette. Das kann man im Übrigen auch auf der Wettstar-Seite sehr gut sehen. Dann wird immer eingeblendet, wie gerade der laufende Umsatz ist. Und ja, zwei Minuten haben wir noch Zeit. Und viele Wetter tätigen ja doch erst in letzter Sekunde ihre Wette. Von daher gesehen wird es also ein richtig fetter Pott werden, der hier zur Verteilung kommt. Und 114.000 Euro ist ja auch schon eine stolze Summe. Ja, und jetzt geht es gleich in die Boxen hinein für die Wettschance des Jahres. Preis der Gemeinde Ifitzheim wetten das. 2.0-Mega-Viererwette der Woche. 60.000 Euro Garantieauszahlung, 32.000 Euro Jackpot. Und eines muss man ja auch mal sagen, das war eben eine ganz tolle Aktion dort im Führing für die Pflegerinnen des am besten herausgebrachten Pferdes. Und ich kann Ihnen sagen, diese Dame, die freut sich unendlich. Die hüpft hier schon die ganze Zeit über den Rennplatz in Ifitzheim und ist einfach nur total glücklich, dass sie gleich einen kleinen Ehrenpreis bekommt. Vielleicht hilft es ja auch, dass Andersson schnell läuft für den Stall Brasilien mit Alex Pietsch im Sattel und für Helga Deweyth als Trainerin. Also, es geht los mit dem Einrücken in die Boxen für Preis der Gemeinde Ifitzheim. Die wetten das. 2.0-Mega-Viererwette der Woche. Ja, und das sind alles so erfahrene Pferde. Das ging richtig zügig in die Box hinein. Es geht richtig zügig in die Box hinein. Sissi Kamm fehlt noch. Hat hier gewonnen in Ifitzheim für Gerald Geißler und den Stall Herrnstein heute mit der Ehefrau, mit Eva-Maria Geißler im Sattel. Benöhr kommt in diesem Moment heran. Mit Andreas Helfenbein ist startklar. Inuendo soll folgen mit Martin Seidl und dann warten wir nur noch auf zwei. Auf Sissi Kamm und auf Highly Favoured für den Stall von Elisabeth Storp. Sissi Kamm als letzter Kandidat. Alles ist startklar für den Preis der Gemeinde Ifitzheim. Dann Box und Türen auf für unser neuntes Rennen. 1.600 Meter die Distanz. Und jetzt in der Startphase natürlich zunächst einmal, wer sichert sich eine gute Lage? Gainsborough Head mit Lutopie, mit an der Innenseite auch Apple Valley, an der Außenseite Star Gypsy und auch Benöhr wollen sich gleich hier im Vorderfeld eine Position sichern. So sortieren wir mal. Gainsborough Head, Lutopie, an der Außenseite Star Gypsy, dann Apple Valley, dann Benöhr. Dann sehen wir die Farben von Loras Legacy, außen begleitet von Kiki D. Heute sehr offensiv dort geritten. An der Seite von Saphira Dream, innen ist es Inuendo, dann Nero Davolo. Vor Feuerblume, an der Außenseite ist es dann Minara, innen ist Anderson. Vor Ferragosta, dann Sissi Kamm, Almuthana. Dahinter galoppiert Highly Favoured und letztes Pferd ist Duchess of Avon. So geht es bereits den langen Einlauf hinunter. Ja, und Star Gypsy hat mittlerweile die Spitze übernommen. Star Gypsy für den Galopp-Club Wumble. Vor Gainsborough Head, vor Lutopie, vor Benöhr. Loras Legacy, dann Apple Valley. Inuendo macht an der Innenseite Bodengut, an der Seite von Kiki D. Aber Maike Riel hat mal vier Längen geklaut. Mit Beginn der Zielgeraden. Star Gypsy marschiert dort an der Spitze. Star Gypsy vor in zweiter Position. Gainsborough Head, dann Inuendo. An der Außenseite Lutopie. Ganz an der Außenseite Kiki D. Und dann macht auch Loras Legacy Bodengut. Immer noch ist Star Gypsy vorne. Aber jetzt kommt Kiki D. Außen mit Leon Wolf. Immer noch Star Gypsy. Dann Kiki D. Außen innen. Andersson kommt angeflogen. Vom letzten Platz und noch weiter innen. Ferragosta. Star Gypsy. Kiki D. Außen Andersson und Ferragosta. Kiki D. Ist vorne. Wie bei der großen Woche. Kiki D. Gewinnt. Dahinter ist es auf Platz 2 Star Gypsy. Dritter wird Andersson. Vierter wird Feuerblume oder Highly Favoured. Dann Ferragosta, Nero Davolo und der Rest bis hin zu Duchess of Elven. Aber gewonnen hat Kiki D. Mit Leon Wolf für Waldemar Hicks. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war ein wirklich tolles Rennen. Preis der Gemeinde Ifezeim, die wetten das. 2.0 Mega-Vierer-Wette der Woche. Der vorläufige Einlauf siegreich war die 7. Kiki D, Leon Wolf, 2. Pferd die 1, Star Gypsy, Maike Riel. 3. Pferd die 5, Anderson, Alex Peach. 4. Pferd war die 14, Feuerblume, Sibylle Vogt. Vorläufig heißt das 7, 1, 5 und die 14. Und die vorläufige Siegerin, die sehen wir hier auf Zielhöhe. Die vierjährige Overdose-Tochter Kiki D. Während der großen Woche hier schon erfolgreich gewesen. Und also auch nun hier während des Sales & Racing Festivals. Für den Stall goldener Stern. Waldemar Higgs ist der Trainer im Weidenpescher Park in Köln. Und es war in diesem großen Rennen ein wirklicher Glanzritt. Er hat nie die Nerven verloren. Er wusste ganz genau, was dieses Pferd kann. Bravo, Leon Wolf. Bravo, Leon Wolf. Da kann ich mich den Worten von Marvin nur anschließen. Ja, Kiki D und du, ihr seid so ein richtiges Traumpaar, kann man sagen, oder? Gut, wir haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Das ist natürlich auch nur zu dem Verdanken, dass ich das Vertrauen von den Besitzern und von den Trainern bekommen habe. Und dafür nochmal vielen Dank. Das ist immer ganz wichtig, dass man jungen Leuten wie dir einfach so eine große Chance dann auch gibt. Denn das war ja schon ein besonderes Rennen jetzt. Das ist die Wettchance des Jahres, kann man sagen. Über 100.000 Euro in der Viererwette und vor allem 17 Kontrahenten. Auf was achtet man da so im Rennen? Also schaut man da von Anfang an, was für eine Position man bekommt? Wo sind die anderen? Schaut man vielleicht noch auf andere gefährliche Gegner? Oder wie geht man so ein Rennen mit so vielen Pferden an? Gut, mit 17 Pferden ist es immer nicht leicht, eine perfekte Position zu bekommen. Gerade wie wir jetzt sind von fast ganz außen gestartet. Und dann hat man hinten die Ecke, die ist relativ scharf. Und da gibt es dann schon immer ein paar Positionskämpfe, wo man die Gegner im Aube behalten muss. Wer geht noch gut, wer geht noch nicht so gut. Aber das haben wir geschafft. Das habt ihr geschafft und vor allem als Erste geschafft. Und insgesamt 17 Pferde hinter euch gelassen. Das ist ja was ganz Besonderes. Und damit sehen wir uns gleich bei der Siegerehrung. Leon Wolf, Gratulation. Kiki, die hat gewonnen, meine Damen und Herren. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Viererwette getroffen wurde. Also dass es nicht wieder einen so riesigen Jackpot gibt. Schade eigentlich für nächstes Jahr. Ja, aber wenn die zweite Favoritin gewinnt und die Favoritin vierte wird, dann wird diese Wette wohl getroffen sein. Ja, ich habe gerade kurz mit Waldemar X gesprochen. Sagt, das ist eine Stute, die sehr spät ins Training gekommen ist und die immer ihre Probleme gehabt hat. Aber jetzt richtig Spaß macht, drei Rennen hintereinander zu gewinnen im Handicap. Das ist eben auch nicht so ganz einfach. Und ja, Leon Wolf ist gleich mitgegangen. Es sah lange nach Star Gypsy aus. Marvin, die Mike Riegel hat, ist sehr offensiv geritten. Und ja, das ist wirklich ein treuer Bursche, der immer sein Bestes gibt. Ja, absolut. Eingangs der Zielgeraden hat sie einen großen Vorteil gehabt. Und wie du sagst, es sah lange danach aus, als ob Star Gypsy davon leben könnte. Aber ich glaube, da ist man super, super zufrieden im Team von Pascal-Jonathan-Werning mit Star Gypsy. Ja, Kiki, die Rennverlauf ein bisschen anders als bei der großen Woche. Aber Leon hat das absolut gut gemacht. Ja, das ist ein Pferd. Gut, wir sind im unteren Handicap. Aber das ist sicherlich ein Pferd, das noch das eine oder andere Rennen gewinnen wird. Sehr stark läuft Andersson. Der sieht eben nicht nur gut aus oder ist gut herausgebracht. Der lief auch sehr stark. Erinnerte sich wirklich wieder seiner besten Form oder seinen besten Form. Man sieht ihn jetzt an der Innenseite. Alex Pitsch hat einen guten Moment mit ihm. Und wir sehen, ganz, ganz außen kommt Kiki Di. Und ja, Leon musste schon ein bisschen zureiten. Feuerblume tut sich sehr schwer bei ihrem Angriff. Ich dachte im Moment, sie kommt noch weiter nach vorne. Aber das schafft sie nicht ganz. Und Ferragosta, ganz innen läuft ein starkes Rennen. Ich hatte ja so ein bisschen Mumm auf sie. Und auch erst ganz am Ende für einen besseren Platz geschlagen. Safira Stream konnte die Form aus dem Sommer nicht ganz bestätigen. Aber ein sicherer Sieg für Cliff, für Cliff, für Kiki Di unter Leon Wolf. Respekt, der Junge hat das alles, hat alles richtig gemacht. Ja, und ein Wettumsatz. Ich sehe das gerade in der Viererwette von ungefähr 135.000 Euro. Das war heute mit Sicherheit ein Rekord für dieses Jahr. Ich denke es mir jedenfalls. Das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Aber so ein Jackpot gibt es eben auch nicht jeden Sonntag. Ich bin ja auch nicht jeder, ich bin ja auch nicht jeden Tag. Ich glaube, dass das immer noch haben. Waldemar Hicks ist bei mir, der Siegtrainer von Kikidi. Ja, Waldemar, jetzt musst du leider auch auf den etwas weicheren Boden, aber das müssen die Pferde ja da draußen auch. Hat das auch eine Rolle gespielt, dass Kikidi am Ende dann ganz vorne gewesen ist, dass der Boden einfach dann irgendwo auch passend war? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man bedenkt, der Vater könnte den Boden und die mutterliche Seite auch. Also mit Boden habe ich keine Bedenken gehabt. Das Einzige, wo ich Gedanken gemacht habe, Außenbox, dass er nicht außenrum segelt, aber der Leon Wolf hat das super gelöst. Wie gesagt, er hat eine super Lage gehabt, sich nicht beeilt, auf Warten geritten, im richtigen Moment die Stute gebracht. Also alles gut. Also alles richtig gemacht. Dein siegreiches Team steht schon bereit. Du kannst schon in Richtung Sieger-Ehrung gehen. Dankeschön, Waldemar Hicks. Ja, der großartige Vater, den er angesprochen hat, den haben wir hier in Iffezheim übrigens auch gesehen. Kikidi ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein Sohn von Overdose. Also von diesem absolut wunderbaren Pferd aus Ungarn, wo immer so ein bisschen unterschätzt war und am Ende dann zu einem der besten Flitzer überhaupt wurde. Ja, die Ehrenpreise im Preis der Gemeinde Iffezheim werden logischerweise von Christian Schmid übergeben, dem Bürgermeister der Gemeinde Iffezheim. Wir gratulieren dem siegreichen Team. Waldemar Hicks hat gerade eben seinen Ehrenpreis bekommen. Er ist der Siegtrainer von Kikidi. Wir hatten vorhin ja auch schon den Siegreiter im Interview Leon Wolf und wir gratulieren ganz recht herzlich dem siegreichen Besitzer. Der Stallgoldener Stern ist hier zum Sieg gekommen und jetzt gibt es einen großen Applaus für das siegreiche Team und natürlich auch für das Pferd, für Kikidi. Ich denke mal, die Quoten werden wohl noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Das ist ja immer so in diesen großen Viererwettenrennen, wo es dann auch die großen Jackpots gibt. Entsprechend wollen wir uns schon mal so ein bisschen um das nächste Rennen kümmern, meine Damen und Herren. Das ist ja schon wieder ein ganz besonderes Rennen, wo es um den Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mühlen-Stiftung geht. Das große Finale steht an. Wir hatten hier in Iffezheim ja schon viele wirklich hoffnungsvolle, tolle Nachwuchsreiterinnen und Reiter gesehen in diesen Wertungsläufen. Und wir haben nochmal die Highlights davon für Sie zusammengefasst. Bitteschön. Die Mehl-Mühlen-Stiftung hat auch 2019 wieder den Nachwuchsfest im Blick gehabt mit dem Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mühlen-Stiftung 2019. Vier Rennen insgesamt auf den Rennbahnen Köln und Baden-Baden. Im Mittelpunkt aber nicht nur die Ergebnisse im Rennen selbst, sondern eine Jury hat wie jedes Jahr auch das Auftreten vor, während und nach dem Rennen bewertet Und das größte Augenmerk galt natürlich vor allen Dingen der Reitweise. Auch hier gab es wichtige Punkte. Und wir wollen heute zur feierlichen Siegerehrung schreiten. Wir gratulieren unseren Siegern 2019. Cecilia Müller, Helen Böhler und Sarah Bisset. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Lauf fand statt am 19. Mai in Köln. Cecilia Müller hat sich dort gleich einmal den Sieg geschnappt. Das Ganze vor Helen Böhler, also bereits dort ein echter Zweikampf. Für den Stahl Colonia marschiert Lock-In an der Spitze vor Star Gypsy, vor Juniperus. Jetzt versucht Nackti hier in der Bahnmitte Boden gut zu machen. Dahinter ist es auch Landkönig, aber immer noch außen in Front. Das ist Lock-In, der ist klar und deutlich vorne. Lock-In vor Juniperus, vor Nackti. Dann ist es Landkönig, der macht jetzt ebenfalls hier spürbar Boden gut. Und immer noch ist außen, Lock-In vorne, Lock-In jetzt der innere Flügel. Juniperus ganz innen, Dolokov, Nackti und ganz außen Landkönig. Juniperus ist vorne, Juniperus vor innen, Dolokov. Natürlich gab es für beide auch noch bei der Reitweise entsprechende Punkte. Cecilia sicherte sich fünf Punkte und Helen vier in diesem Rennen. Im zweiten Lauf, das war der 3. Juni in Baden-Baden. Auch dort erneut Cecilia Müller mit einem Volltreffer vor Helen Böhler und Sarah Bisset aus München. Sie wurde in diesem Rennen vierte. Contended und Snowdrop an der Innenseite. Das Gidens ist geschlagen, La Tendres kann nicht zulegen. Hidden Oasis an der Außenseite. Maison Bleu geht nach vorne. Maison Bleu mit Snowdrop an der Innenseite. Dann Contended. Taron versucht nochmal nachzusetzen, aber Maison Bleu mit Cecilia Müller geht 200 Meter vor der Linie nach vorne. Und das konnte man schon zu Beginn der Zielgeraden sehen, dass hier da regelrecht die Züge geplatzt sind im positiven Sinne. Maison Bleu ein perfekter Ritt, so kann man es absolut sagen. Maison Bleu spielt mit den Gegnern, dahinter ein starker Lauf von Taron mit Helen Böhler. Snowdrop wird dritter vor Contended. Selbstverständlich gab es auch noch ein Tipp. Cecilia Müller mit fünf, Helen Böhler mit drei Zählern. Und Sarah sicherte sich noch einen Zähler. Der dritte Lauf dann in Baden-Baden erneut. Der 25. August. Und da schlug die große Stunde von Sarah Bissei. Kometic Star mit Lady Vivian. Thunderlight, dahinter bleibt Jack on the Rocks noch einigermaßen prominent mit dabei. Bindling Gari macht Bodengut vor Theodosia. Kometic Star ist aber vorne. Kometic Star marschiert an der Spitze. Lady Vivian jetzt in der Bahnmitte. Greift aber an Lady Vivian. Gibt es den ersten Sieg für Sarah Bissei im Rennsattel. Außen kommt jetzt Bindling Gari angeflogen. Vorne ist Lady Vivian. Bindling Gari an der Außenseite. Innen bleibt Kometic Star mit dabei. Immer noch Lady Vivian. Lady Vivian. Bindling Gari an der Außenseite. Innen Kometic Star kommt nochmal wieder. Aber heute gewinnt Sarah Bissei ihr erstes Rennen im Rennsattel mit Lady Vivian. Auf Platz drei Cecilia Müller, die für die Reitweise auch noch vier Zähler abstaubte. Der große Endlauf dann am 19. Oktober in Baden-Baden. Und da war es Helm Böhler, die sich den Sieg schnappte. Tintoretto innen, aber der äußere Flügel, da müssen wir hingucken, womöglich mit Pass Sina. Jetzt Pass Sina außen, innen Tintoretto. Dann Shoemaker, Scherkan zwischen den Pferden und außen kommt jetzt Assonto ins Rollen. Aber es könnte vielleicht wieder zu spät sein. Assonto an der Außenseite. Jetzt findet er Flügel. Pass Sina, Tintoretto und Scherkan. Jetzt kommt der außen angeflogen Assonto. Aber Tintoretto ist innen immer noch vorne. Tintoretto mit Helm Böhler. Tintoretto kommt auch nach Hause gegen Assonto. Der verliert wieder unglücklich dahinter, Scherkan, verpasst Sina. Cecilia Müller auf Rang 3. Und für beide gab es natürlich auch noch Punkte bei der Reitweise. Die Gesamtwertung. Cecilia Müller siegt beim Nachwuchsförderpreis der Mähmühlenstiftung 2019 mit insgesamt 31 Punkten. Helen Böhler auf Platz 2 mit 24 Punkten. Und Sarah Bisset holt sie den dritten Platz mit 10 Zählern. Jetzt geht es dank der Mähmühlenstiftung nach Newmarket zur dortigen englischen Jockeyschule, der British Racing School. Wir sind uns sicher, dass es dort noch ganz viele spannende Einblicke für alle drei geben wird. Und freuen uns auf den Nachwuchsförderpreis in diesem Jahr dank der Mähmühlenstiftung. Ja, ich stehe hier jetzt im Führing mit zwei Teilnehmerinnen an diesem Wertungslauf, an dem Finale jetzt. An der gesamten Serie habt ihr teilgenommen. Ja, Cecilia Müller, letztes Jahr gut abgeschnitten, sehr gut abgeschnitten, perfekt abgeschnitten. Und deshalb hätte es eigentlich ja nach Newmarket gehen können, wo die Jockeyschule auf einen wartet. Das ist so der große Preis. Das hat jetzt wegen Corona irgendwie nicht geklappt. Ja, das war sehr schade. Wir hatten uns alle darauf gefreut. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr nachgeholt wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und genau aus dem Grund habe ich mir Maike Riel einfach mal dazu geholt. Weil Maike war ja schon mal mit der Jockeyschule in Newmarket, hat sich das Ganze schon mal angeschaut. Was passiert da so? Also wie kann man sich das vorstellen? Für diejenigen, die sich jetzt überhaupt gar kein Bild machen können. Sitzt ihr dann wirklich da alle und vorne ist ein Lehrer und ihr müsst da mitschreiben und dürft nicht abschreiben? Oder was passiert da? Nee, also das ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiges Training, beziehungsweise ein vielseitiger Lehrgang. Da geht es halt auch um so Sachen wie Ernährungspläne. Also wir hatten auch einen strikten Essenplan, sage ich mal. Dann sind wir morgens im Training mitgeritten. Das war auch wirklich sehr interessant, weil wir dann auch gelernt haben, so nach Zeit zu reiten. Und ja, Startmaschine haben wir auch geübt. Und ja, nachmittags ging es dann auch so um das Konditionstraining. Das heißt, wir waren auch laufen und haben Krafttraining gemacht und natürlich sehr viel auf dem E-Fair trainiert. Also mit anderen Worten kannst du wirklich sagen, nächstes Jahr wird das ein schöner und toller und lustiger und spannender Aufenthalt. Ja, wir wollen natürlich auch nochmal darüber sprechen. Ich habe ja mitbekommen, es gibt dann immer Punkte danach, wie weit vorne wart ihr am Ende im Rennen, aber wie war auch der Reizstil etc. Ihr bekommt auch immer nochmal so ein bisschen Feedback von den Herren, die damit entscheiden dürfen. Ja, natürlich. Ich finde das auch sehr gut, dass die das halt so entscheiden. Und ich hatte halt, ich glaube, mehr wie zehn Punkte Vorsprung nachher. Jetzt wollen wir natürlich für die Wetter auch nochmal eure Chancen für das nächste Rennen abklopfen. Wie sind eure Chancen? Wen reitet ihr und mit welchem Mumm? Ich reite Yes or No. Er war letzten Start dritter und wir hoffen uns unter den ersten drei wieder zu sein. Ja, ich reite Lacrimosa, war beim letzten Start zweiter, steht am Toto sehr niedrig und ja, Attacke. Attacke. Hals und Bein euch beiden und Hals und Bein natürlich auch euren Kolleginnen und Kollegen in diesem spannenden Rennen. Wir sind Ihnen noch den endgültigen Richterspruch schuldig für das neunte Rennen. Siegreich war die Sieben-Kiki-D. Zweites fährt die Einstar-Gypsy, dritter die Fünf-Anderson und vierter die Vierzehn-Feuerblume. Fünfter war die Elf-Heidi-Favoured. Auf Sieg gab es 5,90 Euro, die Plätze 1,80 Euro, 2,60 Euro, 2,60 Euro, 1,40 Euro. Die Zweierwette 83,90 Euro, Dreierwette 7,15 Euro, 1588,80 Euro. Und die Viererwette, wie ich schon sagte, natürlich getroffen, 12.411 Euro, 30 Euro für einen Euro Grundeinsatz. Man tippt das ja in der Regel mit 50 Cent. Also da gab es 6.000 Euro für diejenigen, die getroffen haben. Das waren dann natürlich auch mehrere. Zwei aus vier, die Quote noch nachzureichen. 5,70 Euro. Der Preis der Mühlen-Stiftung, der Endlauf über 2.800 Meter. Und das ist ihr Starterfeld. Die Nummer 1 ist Next Wave mit Robin Hedens. Die Nummer 2 ist Diokletian mit Rebecca Wagner. Die Nummer 3, La Valle d'Or mit Lillip Bux. Die Nummer 4 und die 5 sind Nicht-Starter. Die Nummer 6, das ist Lacrimosa mit Michael Riel im Sattel. Die hatten wir ja gerade im Interview. Die 7 ist Queen, Lily-Marie Engels. Die Nummer 8, Next Dawn mit Sarah Bisset. Die Nummer 9 ist Yes or No mit unserem zweiten Interviewgast von vorhin mit Cecilia Müller. Die Nummer 10 ist Epatante mit Nancy Luft. Ganz wichtig, hier gab es also den Reiterwechsel. Nancy Luft hier, die Reiterin. Und die Nummer 11, das ist Medaillon mit Leon Wolf im Sattel. Ja, Pferde verlassen schon fast den Flüring für unser zehntes Rennen. Vier Rennen haben wir noch hier im wunderschönen Iffezheim. Wir haben leider zwei Nicht-Starter jetzt in dieser Prüfung. Die 4 und 5 nehmen nicht am Rennen teil. Können sie beide streichen, Asmara und Steppel. Favorisiert ist die 1, das ist Next Wave aus dem Stall von Axel Kleinkorris. Für den Stall GHB reitet Robin Hedens 3-Kilo-Erlaubnis-Reiter. Und dieser Next Wave hat zuletzt wirklich beeindruckend gewonnen auf dem Grafenberg in Düsseldorf. Unter anderem gegen Yes or No und gegen Next Dawn, die auch heute zu den Gegnern zählen. 3,4 für den Stall California, für Lakrimosa. Die Besitzer sind extra aus Hannover angereist, haben wir vorhin schon gesehen. Pavel Wovchenko ist der Trainer und Mike Riel, wir haben es gerade schon gehört, sitzt im Sattel von Lakrimosa. Eine Stute, die eigentlich nur selten enttäuscht. Leider hat sie jetzt sehr lange nicht gewonnen. Vielleicht klappt es heute hier in Iffezheim. Bei 6,4 dann, sehr, sehr gut gewettet, ist Medaillon mit Leon Wolf im Sattel. Medaillon braucht eigentlich vieles passend, um nach vorne zu laufen. Auch Ewigkeiten nicht gewonnen. Also die Quote schon sehr, sehr kurz. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass Leon Wolf hier wirklich in toller Form reitet. Daniel, ein interessantes Rennen. Ein Nachwuchsförderpreis der Mähmühlen-Stiftung. Eine Favoritengruppe, aber es ist mit Sicherheit noch der eine oder andere Kandidat, der bei, der durchaus in die Wette laufen kann. Ich gehe mit Next Wave noch einmal, auch wenn er 3,5 Kilo Aufgewicht bekommen hat für seinen Sieg. Einzige Fragezeichen ist, er ist so ein Pferd, das so ein bisschen angefasst werden muss, braucht eigentlich einen starken Reiter. Das haben Borscher, Mozart, Baif und Steffen Hellin zuletzt mehrfach sehr gut gelöst. Aber Robin Hedens ist kein schlechter Junge. Der ist ja seit einiger Zeit in Mülheim tätig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf 2.800 Meter bei dem für ihn passenden weichen Boden durchaus noch mal gewinnen kann. Lacrimosa, ja, auch alles nicht so aufregend, die Form von ihr. Aber das ist immer ein Pferd, das hieß immer, sie braucht dringend weichen Boden zur Bestform. Ist aber auch mehrfach jetzt auch auf guter Bahn gut gelaufen. Also ganz logisch, das sind schon die beiden Pferde in diesem Rennen. Aber gucken wir uns dann noch mal ein paar andere an. Wir haben zwei Dreijährige hier. Das ist Queen, die Nummer 7, auch aus dem Stall von Pavel Wovchenko mit Lili Marie Engels. Das Pferd läuft zum ersten Mal im Handicap. 2.800 Meter für so eine Stute ist natürlich schon eine Macht. Die ist dreimal gelaufen, dreimal eigentlich schwach gelaufen. Next Dawn, der war gestern oder vorgestern auf der Auktion hier in Iffezheim, ist dann für 10.000 Euro nicht verkauft worden. Was mich doch etwas gewundert hat, denn ganz viel hat er noch nicht geleistet in seiner Laufbahn. Es ist ein gut gezogenes Pferd, das zuletzt immerhin Fünfter war in diesem Rennen, das Next Wave gewonnen hat und in dem Yes or No Dritter war. Aber so ein bisschen mehr sollte er eigentlich doch können, dieser Next Dawn, heute mit Sarah Bisset unterwegs. 11 Euro im Moment die Quote für ihn. Aber es konzentriert sich schon auf die Favoriten, auf die Eins und die Sechs. Und beim Medaillon, da gehe ich mit dir konform. Ich glaube, dass er gewettet ist, weil eben Leon Wolf hier mit 48 Kilo ins Rennen reingeht und er in der kleinen Gruppe der deutschen Nachwuchsreiter halt im Moment ganz oben steht. Ein Pferd, was zuletzt einen Ansatz gezeigt hat und den wir hier während der großen Woche auch mal kurz erwähnt haben, ist Yes or No. Ich fand das Laufen in Düsseldorf gar nicht verkehrt und während der großen Woche hat er hier so ein bisschen Pech mit dem Rennverlauf gehabt. Und in solchen Rennen Cecilia Müller eigentlich auch immer eine Macht, oder? Nicht uninteressant. Es wird nicht die Welt verlangt hier in diesem Rennen. Und deshalb nach dem letzten Laufen, wo er doch überraschend gut gelaufen ist, dieser Yes or No. Ein sehr spätreifes Pferd, ist erst siebenmal gelaufen in seiner Karriere, ist ja auch mit fünf Jahren auch nicht mehr der allerjüngste, aber gehört schon in die engeren Wahl. Die Quote ist ganz attraktiv, 12,60 Euro im Moment, vielleicht auch ein Pferd für eine Platzwette. Oben haben wir noch Diokletian, ein Pferd, das immerhin schon einige Male platziert war in diesem Jahr. In Saarbrücken über 3.000 Meter zum Beispiel im August. Auch die letzten Formen waren nicht so ganz schlecht. Also auch vielleicht ein Pferd, was ein bisschen nach vorne laufen kann. La Veldor, Reiterin, ist glaube ich zum allerersten Mal im Sattel. Ich bin da nicht so ganz im Thema. Pferd hatte hier Pech in Iffesheim im Mai. Das Reiter losgeworden, kommt aus einer sehr langen Pause. Also das ist wohl eher ein Pferd zum Vernachlässigen hier in diesem Rennen, wenn man von der Wetterseite aus hier geht. Next Wave weiterhin der Favorit, 2,50 Euro. Lacrimosa, 3,50 Euro. Und dann ist Medaillon der dritte Favorit. Aber ich finde, Diokletian ist vielleicht ein Pferd, das hier nach Gesamtform eine kleine Chance hat auf einen Platz von den übrigen Kandidaten hier in diesem Rennen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe soeben eine Nachricht bekommen von einer Wettgemeinschaft hier aus Iffesheim, die die Viererwette eben getroffen hat. Da wollen wir doch natürlich auch auf diesem Wege noch mal gratulieren. Also hier in Iffesheim wahrscheinlich heute Abend eine riesige Party. Eine Wettgemeinschaft hat hier auf der Bahn die Viererwette getroffen und die zahlte ja stolze 120.000 für 10. Also das hat sich richtig gelohnt. Das können wir erwähnen, weil wir einfach noch Zeit haben, weil die Pferde am Start kreiseln für das 10. Rennen. Aber es soll zeitnah in die Box hineingehen. Wir sind pünktlich favorisiert. Es ist mittlerweile Lakrimosa. 2,3. Also da ist extrem viel Geld unterwegs auf den Schützling, auf die Vertreterin von Pavel Wovchenko. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. 3,2 Next Wave und 8,4 für Medaillon mit Leon Wolf. Viel Ausdauer gefragt. Boxentür auf für den Nachwuchsförderpreis der Mühl-Mühlen-Stiftung. Da wurde am Start Queen gewaltig Maß genommen. Von Epaton ist aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Wer übernimmt die Spitze Diokletian? Mit Yes or No an der Innenseite, mit Epaton, mit Queen, mit Medaillon an der Außenseite. Dann Lacrimosa, Lavaldor, Next Dawn und Next Wave. So geht es in durchaus zügigem Tempo für diese weite Distanz. Zum ersten Mal die Zielgerade hinunter. Epaton hat die Spitze übernommen, führt gleich mit gewaltigem Vorteil. Kaum zu regulieren dort von der Reiterin. Ob das gut gehen kann, werden wir in einer kompletten Runde wissen. Zweiter ist dann Yes or No, Diokletian, Next Dawn. Dann ist es Queen vor Lavaldor, vor Medaillon, vor Lacrimosa und vor Next Wave. So ging es unter ihrem Beifall am Zielpfosten mittlerweile vorbei. Höllische Fahrt vorgelegt dort von Epatons Reiterin. Zehn, zwölf Längen. Dahinter ist es Yes or No mit Cecilia Müller. Die will dieses Tempo natürlich nicht mitgehen. Dann Diokletian, Queen an der Innenseite von Next Dawn. Dahinter ist es dann Lavaldor, begleitet von Lacrimosa, von Medaillon und von Next Wave. Mit Beginn der Gegenseite ist der Vorsprung noch nicht geschmolzen. Epaton hat nach wie vor zehn Längen Vorteil vor Yes or No, vor Diokletian. Dann haben wir dreieinhalb, vier Längen dahinter. Galoppieren Queen an der Innenseite, außen davon Next Dawn. Dann die Gruppe mit Lacrimosa, mit Lavaldor. An der Außenseite Medaillon und Next Wave. Und Robin Hedens zunächst einmal am Ende des Feldes. Ja, so ging es unterhalb des Iffezheimer Emblems weiter. Der Schritt von Epaton, der wird schon ein wenig kürzer. Der Abstand ebenfalls vier Längen. Mittlerweile nur noch vor Yes or No, vor Diokletian innen. Dann wiederum der gleiche Abstand bis zu Queen mit Lily Engels. Außen davon Next Dawn, dann Medaillon, Lavaldor, Lacrimosa und Next Wave. So schließt jetzt alles ausgangs der Gegenseite mittlerweile deutlich enger zusammen. Epaton scheint mit den Lateinen bereits am Ende zu sein. Yes or No ist an seiner Seite. Dann ist es Diokletian, außen Medaillon vor Next Dawn. Dann ist es Innen Queen. Dann macht außen Next Wave Boden gut, mittlerweile so langsam. Und dann Lavaldor vor Lacrimosa. Da wartet Mike Geriel noch auf ihre Chance. Durch den Schlussbogen geht es hindurch. Epaton hat sich nochmal wieder ein bisschen gefangen. Wieder anderthalb Längen vor Yes or No. Vielleicht mit dem zweiten, mit der dritten Luft. Dann ist es Diokletian, dann Medaillon. Next Wave macht Boden gut. Queen an der Innenseite, dann ist es außen Lavaldor und dann Lacrimosa. Jetzt fächern sie alle breit auf. Und Robin Hedens will sich den Siegespfad hier womöglich sichern. Dort ganz an der Außenseite mit Next Wave ist schon klar und deutlich voraus. Auch wenn an der Innenseite Medaillon und Lacrimosa alles versuchen. Aber Next Wave auf den letzten 150 Metern vor Lacrimosa und vor innen dann Medaillon. Aber Next Wave ist vorne, auch wenn Lacrimosa angeflogen kommt. Aber das ist viel zu spät. Next Wave hatte den ersten Lauf und gewinnt mit Robin Hedens vor Lacrimosa, vor Medaillon, Next Dawn, Diokletian, Epaton, Yes or No, Queen und Lavaldor. Next Wave is an der Außenseite. Next Wave is an der Außenseite. Vorläufiger Einlauf, zehntes Rennen des Tages, Nachwuchsförderpreis der Mähemühlen-Stiftung, der Endlauf. Siegreich war die Eins, Next Wave, Robin Hedens. Zweites Pferd, die Sechs, Lacrimosa. Maike Riel, drittes Pferd war die Elf, Medaillon, Leon Wolf und vierter die Acht, Next Dawn, Sarah Bisset. Vorläufig heißt das Eins, Sechs, Elf und die Acht. Ja, und hier. Auf Zielhöhe kommt er bereits zurück, der vorläufige Sieger im zehnten Renn, Nachwuchsförderpreis der Mähemühlen-Stiftung. Der Sieg geht nach Mülheim an der Ruhr auf den Raffelberg in den Stall von Axel Kleinkorris. Er ist verantwortlich für den vierjährigen Gentle Wave-Zone Next Wave. Besitzer ist der Stall GHB und der Siegjockey, der ist seit wenigen Monaten in Mülheim beheimatet, allerdings am Quartier von Marian Weißmeier und das ist Robin Hedens. So, noch nicht das Geläuf verlassen bitte, sondern einmal zum Interview kommen, an die Pflegerin. Das ist nichts Neues, nicht das Geläuf verlassen. Alex, du schmunzelst schon, also viel Spaß. Das Schmunzeln kannst du aber nicht gesehen haben da oben unter meiner Maske, aber man hat es, glaube ich, etwas gehört. So, Robin, gratuliere. Deutsch, Englisch? Englisch, okay. Congratulations on the win. Was that your first win here in Germany this year? This year, yes. Two years ago I won in Düsseldorf with Russian Ranger and it was my second, my first win in Baden-Baden. First win in Baden-Baden. Baden Racing, Baden-Baden-Iffertsheim, the most prestigious race course in Germany, so it's very special to win a race here in Baden-Baden. So, how does it feel? Well, it feels amazing to win in this nice race course. I looked forward to ride this horse because I saw last time in Düsseldorf he ran really good at Steffen and I was really looking forward to ride this horse in this race. And you did it very, very well. Congratulations and we see you in the winner's circle. Ja, Robin Hedens, ein großen Applaus mal, sein erster Sieg hier dieses Jahr in Deutschland. Sein erster Sieg überhaupt in Iffertsheim und er hat es ja gerade eben auch gesagt, das ist eben was ganz Besonderes auf diesem Kurs hier zu gewinnen. Er hat sich sehr auf diesen Ritt gefreut, hat beim letzten Start in Düsseldorf schon gesehen, dass das ein Pferd mit Potenzial ist auch für dieses Rennen hier in Iffertsheim. Und er hat es dann wirklich auch brillant umgesetzt, richtige Spur gewählt und deshalb zu Recht hier gewonnen. So, Robin, das ist jetzt nochmal dein Applaus vom Publikum hier aus Iffertsheim. Gratuliere, genieße es. Gratuliere, genieße es. Ja, jetzt haben wir lange Zeit für eine Analyse für dieses Rennen, aber es war eigentlich eine ziemlich logische Angelegenheit. Dieser Next Wave, 2800 Meter, man sah schon im Schlussbogen, dass er gut geht und Robin Hedens hat ihn super geritten. Man muss ihn unterwegs, also auch im Finish, immer so ein, zweimal ein bisschen anfassen und dann marschiert er weg. Das waren ja mal so ein bisschen meine Bedenken, weil dieses Pferd einen relativ starken Reiter braucht. Er war ja auch am Schluss Favorit, 2,60 Euro, Lacrimosa zweite Favoritin, läuft die Form sicherlich aus. Läuft ein gutes Rennen. Das war ein logischer Einlauf in diesem Nachwuchsreiten, das muss man so sehen. Ja, Medaillon als Dritter kompletiert dann eigentlich quasi diese Favoriten-Dreierwette, die es am Ende gab. Und es war wirklich ein guter Ritt, muss man sagen, von Robin Hedens, oder? Du hast es gesagt, Pferd ist so ein bisschen phlegmatisch, muss immer unterstützt werden, aber er hat das wirklich gut gemacht. Der Junge ist ja in Belgien, ist ja Belgier, hieß es schon, das ist der neue Christoph Soumillon, der ist ja auch Belgier. Er war der mehrfache französische Champion. Das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber er hat jetzt den Weg gewählt von Belgien aus nach Deutschland. Er reitet in Mühlein bei Marian Weißmeier und wird sicherlich seine Chancen bekommen. Gewichtstechnisch gesehen, ich habe vorhin gesagt, ich bin mit ihm eingecheckt, er ist relativ groß, aber 53 Kilo kann er reiten. Wenn es dabei bleibt, dann steht er sicherlich vor einer interessanten Zukunft. Ein guter Junge, ist mir schon in Belgien öfter mal aufgefallen beim Reiten, vor zwei, drei Jahren. Und dieser Schritt, den er gemacht hat, hier nach Deutschland zu gehen, das war für seine Karriere sicherlich sehr wichtig. Ja, vorneweg, das Tempo ist noch gut von Epatin, das ist der Halblüter, aber der verabschiedet sich dann doch nach hinten. Und man sieht dann, Next Wave an letzter Position galoppierend, aber der Reiter hat eben noch sehr viel in der Hand. Ja, macht dann Stück für Stück Boden gut. Lackring Moser auch am Ende innen auf dem Weg, den Burjan Moser-Beif er heute so oft gewählt hat. Ist noch sehr nah herangelaufen, war auch wieder eine tolle Vorstellung. Yes or no hat das nicht so ganz bestätigt, diese Düsseldorfer Form, die letzte. Nein, leider gar nicht. Und Next Dawn, da muss man auch fairerweise sagen, das Pferd hat nur sehr begrenztes Können. Queen hat es auch zu schwer gehabt beim ersten Handicap-Start. Ja, 2800 Meter für eine dreijährige Stute und das ist eben dann doch einfach nicht so ganz einfach. Man sieht jetzt an der linken Seite, am linken Bildrand, da geht Robin Hedens nach außen, sucht die Anlehnung. In Lackring Moser guten Moment gehabt, aber der Wallach aus dem Kleinkorrestal hat einfach den größeren Schwung und gewinnt dann noch sehr sicher. Bis zum nächsten Mal. Zehntes Rennen hier also gelaufen. Nachwuchsförderpreis der Mühlens Stiftung, der Endlauf mit dem Sieger der Nummer 1 Next Wave und Robin Hedens als Siegreiter, der hier seinen ersten Jahrestreffer in Deutschland verzeichnen konnte. In Frankreich aber ja schon einige Treffer hatte und vor allem in Belgien, wo er ja eigentlich herkommt, absolut feines Händchen. Mein Christoph Sommillon ist auch Belgier und da scheint er sich, was den Stil angeht, so ein bisschen was abgeschaut zu haben. Also ich denke mal, absolut ein Mann mit Zukunft, Robin Hedens hier mit Next Wave zum Sieg gekommen. Damit kommen wir jetzt also auch schon zur Siegerehrung für dieses zehnte Rennen. Nachwuchsförderpreis der Mühlens Stiftung, der Endlauf ist das. Ehrenpreise werden jetzt übergeben von Kai Schirrmann von der Jockey-Schule und von Frankdorf für die Mühlens Stiftung, für das Gestüt Röttgen, die ja gestern auch den Topseller auf der BBAG-Auktion mit Weston hatten, 75.000 Euro. Aber jetzt wollen wir uns erstmal voll und ganz um das Team, um Next Wave kümmern. Trainer Axel Kleinkorres, der Stall GHB und der Siegreiter, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist Robin Hedens. Gratuliere, ganz, ganz besonderer Moment natürlich auch für ihn und er hat das absolut verdient, dass gleich nochmal gemeinsam aufs Siegerfoto geschaut wird, dass Jutta Hofmeister, die Geschäftsführerin von Baden Racing, jetzt gleich anreicht. Und dann, meine Damen und Herren, es ist seine erste Siegerehrung hier in Iffezheim. Er hat es schon gesagt, er ist so stolz in Iffezheim, jetzt mal ein Rennen gewonnen zu haben. Und deshalb einen richtig großen Applaus auch für Robin Hedens. Gratulation. Und natürlich das gesamte Team von Next Wave. Axel Kleinkorres, der Stall GHB. Ja, für die Siegerehrung durften wir ganz kurz mal die Masken abnehmen. Ansonsten nochmal ganz kurz der Hinweis von den Ordnungsbehörden hier aus der Region, dass auf dem Rennbahngelände Maskenpflicht herrscht. Also bitte tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckungen auch auf dem Open-Air-Gelände hier in Iffezheim. Das nochmal als Hinweis. Ja, und dann wollen wir uns wieder dem Renngeschehen widmen und schauen jetzt nochmal gemeinsam auf den endgültigen Richterspruch und die Quoten. Das müsste jetzt beides auch schon vorliegen, denke ich mal. Das liegt beides vor, Alex. Vielen lieben Dank. Siegreich war die Eins, Next Wave. Zweites fährt die Sechs, Lacrimosa. Dritter war die Elf, Medaillon. Vierter die Acht, Next Dorn. Und fünfter die Zwei, Diokletian. Favoriten vorne, Quoten natürlich dann nicht ganz so hoch. Auf Sieg 2,60 Euro. Die Plätze 1,30 Euro. Nochmals 1,30 Euro, 1,60 Euro. Zweierwette 1,6 Euro. 5,70 Euro. Dreierwette 1,6,11, 29,20 Euro. Zwei aus vier, 1,30 Euro. Und die Reservequote glatt 1 Euro. Robin Hedens hat es ja gerade eben schon gesagt. Er ist so aufgeregt gewesen, dass er hier in Ifitzheim auf der Galopprennbahn Baden-Baden mal ein wirklich siegreiches Pferd reiten kann. Und vielleicht ja nochmal zum Sieg reiten kann. Hat er gerade eben geschafft. Hat es perfekt umgesetzt. Er hat also so richtig geschwärmt. Das ist wirklich immer was ganz Besonderes, wenn die Meetings hier anstehen. Saison Racing Festival dieses Jahr. Na ja, ein sehr dezimiertes Meeting, weil es eben nur einen Renntag gibt. Aber normalerweise ist das auch immer so ein bisschen die Zeit, wo man sich auch hier mal die Region anschauen kann. Die Umgebung anschauen kann. An einem rennfreien Tag vielleicht auch mal so eine kleine Fahrt in den Schwarzwald wagen kann. Und was diese Region hier, die Schwarzwaldregion, alles zu bieten hat, das haben wir für Sie in einem kleinen Filmchen mal vorbereitet. Damit Sie sich nochmal so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was Sie im nächsten Jahr dann hoffentlich mit viel, viel weniger Covid-19-Themen, aber mit viel mehr Freizeit erwartet. Musik 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 Und damit kommen wir jetzt auch schon zum elften Rennen des heutigen Tages. Wir haben aber insgesamt 13 heute. Sie haben noch dreimal die Möglichkeit, Ihre Wetten zu platzieren. Elftes Rennen ist die Wettstar Trophy über 2200 Meter. Ein Rennen mit folgenden Kandidaten, meine Damen und Herren. Die Nummer eins ist Lanchetti mit Alexander Peach. Die Nummer zwei ist Astor mit Maxime Pescheur. Die Nummer drei ist Lucky Punch mit Miguel Lopez. Die Nummer vier ist Norris mit Micky Cadedu. Die Nummer fünf ist North Soldier mit Luka Delosier. Die Nummer sechs wurde auf den Namen Domina getauft und wird von Lili Marie Engels geritten. Und die Nummer sieben ist Kevalu mit Martin Seidel im Sattel. Ja, das elfte Rennen des heutigen Tages steht bereits an. Wettstar Trophy, ein Rennen für noch sieglose Pferde. Sieben Kandidaten sind dabei. Favorisiertes North Soldier für White & Red Racing. Einer der Besitzer, der steht aktuell im Tor beim 1. FC Köln. Timo Horn kann das Rennen zwar nicht live mitverfolgen, aber wird mit Sicherheit kräftigst die Daumen drücken. 2,4. Das spricht eigentlich schon dafür, dass man gute Arbeitsleistungen zu Hause gezeigt hat. Vertrauen ist groß. Gegnerschaft vielleicht auch nicht übermäßig. Fährt sieht toll aus im Ring. Luka Delosier reitet für Jasmin Almenreda. Stark gewettet ist die zwei Astor. Der ist aber seit einem Jahr nicht mehr gelaufen. Dort war er Fünfter in Mülheim zu so tollen Pferden wie unter anderem Adrian Toscano war da noch mit dabei. Auch Legal Rights, den kennen wir. Die Pause wird er nicht freiwillig gemacht haben, aber er wird gewettet. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er sich zu Hause angeboten hat. Bei 5,4 dann Norris. Der hat sich nicht wirklich weiter gesteigert. Er lief zuletzt in einem Auktionsrennen in Hannover, war dort Achter. Heutige Aufgabe ist natürlich einfacher, aber während der großen Woche war er hier auch nur Vierter und hatte nicht wirklich eine Siegchance. Ja, das große Fragezeichen ist mit Sicherheit Lanchetti in diesem Rennen. Das ist der erste Start für neue Interessen für den Stall von Helga Dewald. Pferde sind heute alle gut gelaufen, muss man sagen. Agent Axel und Andersson, also dürfen wir wahrscheinlich von Lanchetti ebenfalls ein gutes Laufen erwarten. Und der war zuletzt immerhin Dritter im französischen Claire Fontaine mit keinem geringeren als Pierre Charles Baudot. Also vielleicht ist das das Pferd, was hier allen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Wir sehen hier Alex Peach gerade groß im Bild. Ja, Daniel, ein relativ undurchsichtiges Rennen, aber 2,6 bei North Soldier, das ist mit Sicherheit schon ein Hinweis. Der Mitbesitzer ist auch gerade, glaube ich, nicht so ganz guter Laune, denn der FC liegt 0 zu 1 zurück gegen Eintracht Frankfurt. Aber deshalb wird er auch dieses Rennen nicht live beobachten können, der gute Timo Horn. Ich denke mir, dass Jasmin Almreder vielleicht auch gleich bei Sandy ist. Das Pferd war bei Markus Klug im Training, hat, wenn ich es richtig sehe, Horst Puttwill gehört und hat den Besitzer gewechselt. Und das ist ein etwas undurchsichtiges Rennen, wie die Sportwelt schon völlig richtig schreibt. Denn viele Pferde mit Fragezeichen. Astor war im Besitz von Eckhardt Sauren, ist dann aber wieder zurück nach Röttgen gekommen. Es gab wohl ein paar gesundheitliche Probleme bei diesem Pferd. Man hat ihn zum Wallach befördert und ja, auch etwas schwer einzuschätzen mit einem dicken Fragezeichen. Er hatte im letzten Jahr in Mülheim mit ganz guten Pferden zu tun. Aber da ist eben auch alles nicht so ganz rund gelaufen bei der Nummer 2. Norris hat eine ganz ordentliche Form gezeigt. Das war hier im September. Ich würde ihn nicht ganz abschreiben. Er lief dann im Auktionsrennen, was in Hannover und hatte dort keine bessere Chance. Aber es ist heute mal wieder deutlich leichter. Also durchaus ein Pferd, das man in die Wette mit hineinnehmen muss. Ja, Lanchetti wechselte eben von Waldemar Hicks zu Helga Deewald. Formen sind zum Teil ganz gut gewesen. Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich gestehen, bei diesem Rennen. Entscheide mich aber so aus dem Gefühl raus für die Nummer 4 Norris. Aber vielleicht ist eben North Soldier ein gutes Pferd und kann das sofort gewinnen. Wir werden vielleicht gleich noch ein paar Informationen dazu bekommen. Die anderen drei Pferde doch wohl eher Außenseiter, Lucky Punch, eher im Handicap zu beachten. Das gilt dann auch für Dominar. Die aber ganz ordentlich lief zuletzt in Hannover, da war sie fünfte und Kevalu ein Pferd, das zum ersten Mal für Lenny Heimer-Hansen läuft. Und zweimal bisher am Start war, zweimal letzte war. Da wird man heute auch nicht die Welt erwarten. Und ja, jetzt hat sich, glaube ich, Alexander Franke, Jasmin Almräder geschnappt. So, genau. Jetzt hört man uns auch. Ja, wenn Daniel Delius dreimal sagt, ich soll zu Jasmin Almräder gehen, dann mache ich das natürlich auch. Wir müssen natürlich über deinen Starter sprechen. Ich habe mir die Abstammung gerade nochmal angeschaut. Prominent gezogen, Soldier Hollow. Und die Mutter war, glaube ich, das Pferd, das mal so richtig teuer verkauft wurde. Ich glaube, 600.000, 700.000 Euro war das. Also prominenter gezogen geht es ja eigentlich gar nicht. Da müsste doch jetzt eigentlich die Messlatte relativ hoch hängen und die Erwartungen hoch oben sein, oder? Ja, gut, ich verrundere mich ein bisschen über die Quote. Aber er ist natürlich schon ein talentiertes Pferd, aber es ist nicht ohne Grund, dass er halt spät läuft. Und das muss er jetzt auch erst mal im Rennen alles umsetzen können. Ich muss aber sagen, so rein optisch, tadellos, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, er hat auch sehr gut gearbeitet. Aber wie gesagt, erster Start, das ist immer vieles möglich. Also ein bisschen Optimismus können wir walten lassen, aber die Quote ist schon sehr, sehr niedrig. Was sagst du zu den Bodenverhältnissen? Das sollte er können. Okay, also doch, am Ende dann nochmal der optimistische Satz, den ich als Wetter von deinem Pferd dann doch erwartet hatte. Hals und Bein dafür, Jasmin Einreder. Ja, es wird auch nicht die Welt verlangt. Deshalb sicherlich North Soldier durchaus mit sehr guten Chancen unterwegs. Sandy Frank hat es schon gesagt, ein sehr gut gezogenes Pferd. Hat ja auch nicht ohne Grund ein bisschen Geld gekostet bei der Auktion. Von daher gesehen ist es ein nicht unlogischer Favorit. Aber es ist doch, ja, es ist ein etwas schwierig zu wetten, das Rennen, denke ich mir. Und ich habe es schon gesagt, ich habe mich für die vier in Norris entschieden. Fünf Euro im Moment die Quote. Aber Astor ist natürlich auch gut möglich. Die Reiterverteilung bei den Pferden von Markus Klug ist nicht immer unbedingt so, dass man sagt, der hat jetzt den ersten Ritt oder die erste Wahl und der die zweite Wahl. Das kommt immer darauf an, ob die Jockeys schon mal die Pferde geritten haben oft. Und liegt also eben völlig im Ermessen des Trainers. Und bei Norris ist es eben so, dass bei den letzten Starts Micky Katedu drauf saß und der reitet dieses Pferd eben noch einmal. Der Sportwelt TV-Wettcheck Astor kommt zwar aus einer Pause von fast einem Jahr, doch des Juni-Sohn galt in seinem Stall einmal als Kandidat für bessere Aufgaben. Nach der längeren Auszeit muss sich der Wallach hier erst einmal wieder vorstellen. Doch ohne Grund wird sein Trainer kaum mit ihm nach Ifitzheim fahren. Astor ist deshalb unser Tipp im elften Rennen des Tages. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 So, es geht gleich los. Die letzten Kandidaten kommen heran. Astor als letzter Kandidat ein C-Uni Sohn, alles startklar für Wettstart-Trophy Boxen-Türnau von der 2200 Meter Marke das Feld formiert sich einige Positionskämpfe hier gleich nach dem Start Dominan der Innenseite will das Rennen dominieren vor Astor außen dahinter ist es Lanchetti mit an der Innenseite Lucky Punch dann Kevalu vor North Soldier und vor Norris so geht es durch den Bogen mittlerweile hindurch durch den Ifezeimer Bogen und dort hat Astor mittlerweile das Sagen, Astor führt vor Dominar vor Lanchetti in dritter Position galoppierend jetzt zweites Pferd, dann Lucky Punch innen begleitet von Kevalu dahinter dann North Soldier und dann ist es Norris so geht es in der Gegenseite mittlerweile weiter Astor mit gespitzten Ohren zeigt den Weg hier führt mit Maxime Pescheur vor Lanchetti Alex Peach dann an der Innenseite Dominar mit Lili Engels Kevalu, Martin Seidel dann Lucky Punch Miguel Lopez außen ist es Norris Micky Cadedu und dann North Soldier mit Luca Delosier Mitte gegenüber bei nach wie vor gleichmäßigem Tempo geht es weiter Astor hat noch keinen Gegner gesehen führt vor Lanchetti vor an der Innenseite galoppierend Dominar dann Kevalu Lucky Punch dahinter dann Norris und dann North Soldier ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile weiter da hat sich wenig getan im Feld wo es durch den Bogen hindurch geht Lucky Punch ist der erste Kandidat der sich ein bisschen reiten lässt Astor hat zweieinhalb Längen mittlerweile Vorteil vor Lanchetti in zweiter Position dann Dominar Kevalu lässt sich reiten Norris dann außen North Soldier muss viel Boden gut machen und geht natürlich jetzt auf weite Wege weil er hier an Norris und vor allen Dingen auch an Lucky Punch vorbei muss und Astor hat diese Chance natürlich zunächst einmal genutzt dort Maxime Pescheur und ist klar und deutlich voraus jetzt kommt innen Lanchetti und an der Außenseite dann North Soldier der natürlich dann auch noch weite Wege geht Astor marschiert an der Spitze Astor vor Lanchetti an der Innenseite dann Norris und dahinter dann erst North Soldier Astor marschiert immer weiter aber Lanchetti ist jetzt da und innen Norris greift ebenfalls an hier vier Pferde noch mit Siegchancen wer ist denn vorne Astor mit Lanchetti mit Norris an der Innenseite da wird es eng dann für Lanchetti Norris innen geht nach vorne Norris ist vorne vor Astor und Norris gewinnt vor Astor dahinter dann Lanchetti dann ist es North Soldier vor Lucky Punch vor Kevalu und vor Domina vor Astor vorjächst vor Jungs bei Amerisk vorjächst und vor Jungs vorjächst 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 Untertitelung. BR 2018 So, Sie hören die Sirene der Rennleitung, das heißt die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens, werfen Sie keine Wettscheine fort, das sollten Sie grundsätzlich nie tun. Vorläufiger Sieger ist die 4, Norris, Miki Kadedu, zweites fährt die 2, Astor, Maxim Pescher und dritter die 1, Lanchetti, Alex Piech. Ja und das Ganze auf allen Plätzen, dementsprechend müssen wir uns natürlich zurückhalten mit dem Feiern des vorläufigen Siegers in der Wettstar Trophy, den sehen wir hier auf Zielhöhe, aber wie gesagt, alles, alles unter Vorbehalt, denn die Rennleitung muss sich und will sich das Ganze nochmal anschauen. Der vorläufige Sieger ist der dreijährige Kamelotsohn Norris für den Stall, Helena, Markus Klug, Ehen Holmer ist der Trainer und der Siegjockey. Wenn alles dabei bleibt, bleibt es Miki Kadedu. Zumindest auf dem grünen Rasen ist er mal der sichere Siegjockey am grünen Tisch, werden wir gleich mal sehen. Es gibt Überprüfungen durch die Rennleitung, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was da oben passiert ist. War ein bisschen eng vorne. Ich weiß es nicht, ich kann mir von hinten schwenken ein bisschen nach rechts, aber ich habe immer noch so diese gute Länge, wo ich sage, der andere kann mich eigentlich nicht schlagen. Eindeutig ist es so, das waren natürlich Dreijährige, die sind noch ein bisschen unerfahren. Ich habe gemerkt, Mitte der Gerade, dass er schon wackelt, dachte ich mir, ich versuche nicht zu früh vorne zu sein. Genau so ist es passiert, dass er auch dann zum Pferd ging. Aber auch der andere kam zu mir, muss ich so von meinem Bauchgefühl sagen. Am Ende des Tages spricht der Ziel und die Rennleitung, mal gucken, was die entscheiden. Ich hoffe, dass das für ihn jetzt geklappt hat, weil es nicht so einfach für ein Pferd jetzt in die Jahreszeit, Sieger zu finden. Du hast es jetzt schon mal so schön aufgesagt, genau dasselbe. Erzählst du gleich Frank Becker und der Rennleitung und dann schauen wir mal, ob wir uns bei der Siegerehrung wiedersehen. Norris, Miki Kadedu und dann mal schauen, wie es da ausgeht. Wie gesagt, Überprüfung durch die Rennleitung und das Ganze auf den ersten drei Plätzen, so wie ich das mitbekommen habe. Also auch der Sieger steht noch nicht 100 Prozent fest. Also das ist ja echt der Vorteil, den wir jetzt durch diese neue Art der Berichterstattung haben. Überleg mal, jeder, wir wissen... Tja, da wird die Rennleitung ein bisschen was zu tun haben, das auseinanderzudröseln. Und am Ende des Tages sind ja auch zwei Pferde von Markus Klug aneinander gerasselt in der Zielgeraden. Und so ein bisschen der Leidtragende war Lanchetti. Wir werden das gleich sehen, Marvin, im Finish. Und ja, als erster hat zumindest Norris die Ziellinie überquert. Ich hatte so ein bisschen Mumm auf ihn. Ich fand es eigentlich das solideste Pferd im Rennen, obwohl er auch sehr früh unter Druck war. Und der Favorit North Soldier, sehr grün und auch mit sehr weicher Hand geritten hier von Lucca Delosier. Ja, hast du eigentlich schon fast bestens zusammengefasst. Ich glaube, man wird nicht ganz glücklich sein über den Ritt. Ja, Norris, ja, er musste sich anfassen lassen, aber reagierte dann auf die Hilfen. Du hast es gesagt, Lanchetti war eigentlich derjenige, der dann am meisten dort irritiert wurde. Aber das muss alles die Rennleitung entscheiden. Das liegt Gott sei Dank nicht in unserer Macht. Lucky Punch, schließlich früh anfassen, war am Ende dennoch fünfter. Domina und Kevalu, ja, doch schon sehr deutlich geschlagen dann. Genau, im Moment ist es noch Astor, der das Tempo macht. Man sieht eben North Soldier an letzter Stelle hier liegend im Fahrwasser von Norris. Lanchetti geht lange sehr gut. Der Pferd ist ja noch nicht so lange bei Helga Deewald und hatte sich wohl auch verletzt und deshalb hat man ihn bekommen. Aber er gibt hier einen sehr guten Einstand für den neuen Stall, muss man so sehen. Und auch Astor nach der langen Pause hatte das alles seine Ordnung. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir sehen ganz links auch North Soldier, der eigentlich immer noch sehr gut geht. Zumindest fordert ihn sein Reiter nicht besonders hart und wird jetzt ganz nach außen genommen. Auf den vermeintlich besseren Boden, aber er verliert da doch sehr an Schwung. Gut, er läuft zum allerersten Mal in seinem Leben, kommt noch gut ins Bild, also ganz darf man ihn nicht auslassen. Und so, in diesem Moment würde ich eigentlich gar nichts mehr auf Norris gegeben haben. Aber er zieht dann wirklich unter den Hilfen von Micky Caredo nochmal an. Und die beiden nehmen Lanchetti, also die beiden Klugväder so ein bisschen in die Zange. Und zum Schluss geht auch Lanchetti auch nochmal so ein bisschen auf Astor drauf. Wir werden das von vorne sicherlich noch sehr gut sehen können. Und im Windschatten von den dreien kommt eben auch North Soldier noch auf den vierten Platz. Jetzt sehen wir es noch einmal von oben. Das hilft uns ja nicht sonderlich weiter. Es war alles nicht so schlimm. Und man sieht eigentlich auch, dass Alex Pitsch zumindest mit den Händen weiter reiten kann. Aber das Pferd verliert natürlich schon ein bisschen an Schwung. Am Ende sind es so zwei, zweieinhalb Längen. Hinter Astor ist er dritter. Gucken wir uns das jetzt doch noch einmal von vorne an. Da sehen wir es. Jetzt kommt gleich die Situation, wo Lanchetti in die Zange genommen wird. Bewegung geht von, ja, ein bisschen von Astor aus. Aber die Lücke ist eben auch sehr gering. Und jetzt kommt es noch einmal zu diesem leichten Aufeinanderprallen zwischen Norris und Astor. Alles keine ganz große Sache. Ja, wir geben noch einmal ab zu Alexander Franke, der mit Markus Klug im Führing steht, im Absattelring steht. Ja, Markus Klug hat sich gerade eben das Rennen natürlich auch noch einmal, wie wir alle von vorne, von der Seite, von oben, von hinten angeschaut. Also ich würde mal sagen, der Siegtrainer wirst du auf jeden Fall bleiben, egal wie die Entscheidung jetzt ausgeht, der Rennleitung. Wie hast du das Rennen gesehen? Ja, also ich habe, wenn ich jetzt das gesamte Rennen sehe, Astor ist vorne in Ruhe galoppiert, Norris ist ein phlegmatisches Pferd. Hat mich eigentlich nicht gewundert, dass er immerhin ein bisschen reiten musste. Er war bis jetzt bei jedem Start so, packte dann zum Schluss immer gut an. War auch heute so. Astor hat, als er es in die Gerade reingeging und er ihn nach außen genommen hat, hat man gemerkt, dass er noch ein unreifes Pferd ist. Ich glaube, wenn er mehr Erfahrung gehabt hätte, wäre da heute keiner mehr hingekommen. Ja, Norris unter den Hilfen vom Jockey packt er an, wie immer. Ja, und dann wurde es halt so ein bisschen eng. Tja, es ist eine schwierige Situation. Lanchetti war ein bisschen der Leidtragende, klar. Aber er war drei Längen dahinter am Ende. Tja, es ist schwer zu sagen, was die Rennleitung macht. Also ich würde es fast so belassen. Du würdest es so belassen, weil es natürlich auch eine komfortable Situation ist, wenn du Erster und Zweiter bleibst. Wenn du Chef der Rennleitung wärst, wie würdest du den dann entscheiden? Frag mal mal so rum. Zum Glück bin ich es nicht. Ja, es ist eine schwierige Sache. Er muss ja jetzt erstmal sagen, mit Lanchetti ist es schwierig. Aber die neue Regel besagt ja, hätte der Behinderte, also wenn es nicht passiert wäre, vor dem, der behindert hat, sein können. Die Regel haben wir ja seit ein paar Jahren. Und dann muss ich klar sagen, nein. Und dann müssen sie es eigentlich so belassen. Dann gibt es vielleicht noch eine Situation. Norris gegen Astor, kurz vorm Ziel. Das weiß ich nicht. Das müsste ich mir vielleicht jetzt nochmal angucken. Aber die Rennleitung wird es jetzt hier ein paar Mal anschauen und dann werden wir sehen, was passiert. Dankeschön, Markus Klug. Wir geben natürlich sofort Bescheid, sobald wir eine Information von der Rennleitung haben, was das endgültige Ergebnis dann angeht und was die Entscheidung angeht. Also das war das akustische Zeichen. Es bleibt bei der Reihenfolge Norris vor Astor und Lanchetti. Die Rennleitung hat das gerade so entschieden. Die Rennleitung hat das gerade so entschieden. Die Rennleitung hat das gerade so entschieden. Das elfte Rennen des heutigen Tages ist gelaufen und es bleibt dabei, das haben Sie gerade eben schon gehört. Die Wettster Trophy über 2200 Meter geht an Norris. Die Ehrenpreise werden jetzt übergeben von der German Toad Service und Beteiligungs GmbH. Stefan Kretschmer gemeinsam mit Jutta Hofmeister von Baden Racing hier also mit den schönen Ehrenpreisen für das siegreiche Team um Norris. Der Stall Helena ist hier also in dem Fall als Besitzer eingetragen. Markus Klug, der Siegtrainer, den hatten wir gerade eben ja noch im Interview. Und Micky Kadedu ist ein strahlender Siegreiter, jetzt natürlich auch nachdem er die Gewissheit hat. Und zusätzlich gibt es auch nochmal 3000 Euro Sonderbonus von der Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Norris war ein Angebot der BBAG-Auktion und ist anrechenbar bei einer der nächsten Auktionen, Frühjahrsauktion, Jährlingsauktion oder der Herbstauktion beim Sales & Racing Festival. Carola Ortlieb und Klaus Eulenberger von der BBAG übergeben jetzt hier also diesen symbolischen Scheck über 3000 Euro. Und daran sieht man nochmal, dass man bei der BBAG also wirklich tolle Pferde und Sieger kaufen kann. Die Ehrenpreise sind übergeben und jetzt nochmal einen großen Applaus für das siegreiche Team, für das Team um Norris. Und dann schauen wir uns gemeinsam Ergebnis und Quoten an. Die liegen jetzt nämlich ganz sicher vor und damit gehen wir schon mal ab zu Marvin. Wir haben den endgültigen Einlauf für das elfte Rennensiegreich, war die vier Norris, zweiter die zwei Astor, dritter die eins Lanchett, die vierter die fünfe North Soldier und fünfter die drei Lucky Punch. Sieg 5,20 Euro, die Plätze 2,30 Euro, 1,70 Euro, die Zweierwette 11,80 Euro und die Dreierwette für die Reihenfolge 4,21, 42 Euro, 30. Welcher Band? So, Markus Klug steht neben mir. Ja, wir wollen einfach auch mal kurz zeigen, was es da so alles gibt, wenn man so ein Rennen gewinnt. Wir haben ja einmal diesen 3000 Euro Scheck symbolisch. Das ist doch mal ein sinnvoller und schöner Ehrenpreis, oder? Da kann man was mit anfangen. Da hast du auch, glaube ich, schon ganz andere bekommen, oder? Was war so das Gruseligste, was du je bekommen hast? Oh je, das waren so viele, da muss ich, das weiß ich gar nicht. Also irgendwie, man verbindet ja dann doch irgendwie ein Rennen damit und dann ist irgendwie alle Ehrenpreise schön. Ja, für den Besitzer ist es natürlich, ist echt verrückt. Er kommt ja hier aus der Gegend und war jetzt wieder nicht dabei, als ein Pferd in Baden-Baden gewonnen hat. Das war auch mit Satomi, als die Zweierwette hier das Auktion gewonnen hat. Das ist schade, aber man freut sich natürlich und ich werde ihn auch gleich anrufen. Und ein ganz besonderer Dank wollte ich noch an den Hufschmied, Norbert Huber, sagen. Norris hatte sich beim Sattel in Eisen abgetreten und ich kenne ja Norbert sehr gut aus der früheren Zeit hier in Iffesheim. Er war ja immer mein Schmied, schon vom Start weg. Und er hat eben dann zu mir gesagt, ich will ja mal wieder einen Sieger für dich auch beschlagen und es hat geklappt. Also danke von dieser Seite aus. Das heißt, bei dir ist schon diese Verbundenheit zur Region hier und zu Iffesheim als Rennorten ganz, ganz besondere, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn hier ein Meeting losgeht und ja, es ist ja schon meine Heimatbahn. Es ist dann, da kommt natürlich immer schon die Erinnerung an frühere Zeiten, wie man angefangen hat mit einem und zwei Pferden hier im Stall. Und ja, es waren auch schöne Zeiten. Heute ist es anders. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin sehr glücklich darüber. Und ja, aber es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Dankeschön, Markus Klug und danke auch für die schöne Überleitung. Er hat es gerade gesagt, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Also er war als Trainer quasi, konnte man so sagen, Amateur irgendwie und ist jetzt einer der besten Trainer, die wir in Europa haben. Und genauso ist das bei vielen Reitern ja auch, die als Amateur einfach mal anfangen, die einfach so ein bisschen ihre Freizeit dazu nutzen, um in den Sattel zu steigen, bevor sie dann irgendwann vielleicht dann auch mal Profi-Berufsrennreiterinnen und Rennreiter werden. Und die Amateur-Trophy ist da ein ganz wichtiger Bestandteil, um die Leute so ein bisschen zu formen und ihnen auch so ein bisschen Lust zu machen auf eine spätere Karriere im Rennsattel. Wir haben für Sie mal einen kleinen Beitrag über die Amateur-Trophy vorbereitet. Bitteschön. Und jetzt kommt Kölner Kimberley wird stärker, Woody dreht auf und Woody ist vorne mit Kölner Kimberley. Kölner Kimberley auf den letzten 100 Metern und Kölner Kimberley geht auf und da vorne an der Innenseite kämpft noch Shannon mit außen. Goodwill aber, Kölner Kimberley gewinnt vor entweder Shannon oder Goodwill, das muss der Richter entscheiden. Ratil mit innen, Duskydance, Ratil, Duskydance, Stanley Daly an der Außenseite mit Brown Beauty, mit Think Twice und dann kommt Ice Club vom letzten Platz angeflogen. Ratil ist vorne, Stanley Daly und Think Twice an der Außenseite, Ratil, Think Twice und Stanley Daly, Ratil an der Innenseite. Oder Think Twice, wer hat gewonnen? Ich glaube Ratil gegen Think Twice, gegen Stanley Daly und gegen Ice Club. Torkville führt aber noch mit Kölner Kimberley wird schon stärker, Kölner Kimberley an der Außenseite mit Torkville und ganz an der Innenseite Power General. Kölner Kimberley will Power General, Power General und Power General gewinnt das Rennen, Power General gewinnt vor Kölner Kimberley. Und jetzt kommt hier außen Herr Jürgensen, Herr Jürgensen, der tritt mal richtig an, Herr Jürgensen an der Außenseite und Herr Jürgensen, Sie brauchen, Sie brauchen nicht mehr unterstützt werden, denn Sie haben schon gewonnen. Der geht ja auf und davon hier mit Ronny Bonk, wie er will, der lässt ja alles stehen. Herr Jürgensen ist der Sieger, wer wird Zweiter? Mit Speed kommt er noch von hinten, Power General, spät angeschossen ist Zweiter und dahinter Nero Diavolo, Dritter, viertes Geld für Abangera. Ja, da hat Herr Jürgensen nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt in diesem letzten Lauf, das vor dem heutigen Finale angestanden hat. Jetzt hier also der T von Zastro Amateur Cup im Finale der Sportwelt Amateur Trophy, ein Ausgleich 4 über 1400 Meter. Wir haben für Sie das Starterfeld schon mal vorbereitet, die Nummer 1, das ist Race for Fame mit Vinzenz Schirgen. Da hat er uns vorhin am Fürzügel von Minotaurus schon ein bisschen was zu erzählt. Die Nummer 2 ist Treasure Quest mit Larissa Bies, die Nummer 3 CTD mit Laura Giesgen. Die Nummer 4 wird hier Ife Zeimer Interessen vertreten, Thymian ist das für den Stall Advokat der Familie Stüber. Berit Weber sitzt hier im Sattel, die Nummer 5 ist Bocelli mit Stefanie Rang, die Nummer 6 Porcupine Creek mit Olga Lasnowska. Die 7 Think Twice, Susanne Rose reitet hier, die 8 Ice Club mit Ulrike Timmermann. Die 9 Stanley Daly mit Luisa Steutle, die 10 Ratil, Janina Beusen sitzt hier im Sattel. Die 11 ist Galiva mit Sarah Scholl. Die 12 Brown Beauty, Helen Böhler, die Nummer 13 Decadent Times mit Michelle Blumenauer. Die 14 ist Alaris, hier gibt es einen Reiterwechsel. Hier sitzt also nicht Sascha Stepperts im Sattel, sondern hier wird Kevin Woodburn im Sattel sitzen. Das ist auch in der Grafik noch nicht aktualisiert. Also hier die 14 Alaris mit Kevin Woodburn, ganz, ganz wichtig, das bitte beachten. Die 15 ist Jungle Spirit mit Nancy Luft. Ja, Pferde verlassen bereits den Führing, Daniel, für T-Fanzastro Amateurcup-Finale der Sportwelt-Amateur-Trophy. Über 1400 Meter geht es. Wir haben einen relativ deutlichen Favoriten, das ist Thymian aus dem Stall von Manfred Weber. Berit Weber ist extra angereist. Mit Sicherheit ein Hinweis, das Pferd lief hier während der großen Woche schon richtig gut. Das war eine starke Form hinter CTD, die erneut am Start ist, aber vom Gewicht her natürlich etwas ungünstiger steht. Thymian sollte den Boden können. Berit Weber ist eine, ja doch auch international sehr erfolgreiche Reiterin, die mit Sicherheit nicht umsonst hier angereist ist. Also 4,50 Euro ist vielleicht etwas niedrig, muss ich sagen, für Thymian, aber durchaus ein Pferd, was hier in die engere Wahl kommt. Gucken wir mal ein bisschen durchs Feld, Race for Fame, das Höchstgewicht mit Vincent Schirgen, hat wieder eine gute Form gezeigt, Pferd hat ewig nicht gewonnen. Aber er kann den Boden und sollte eigentlich hier ein bisschen mehr als ein Außenseiter sein in diesem Rennen. Nicht ganz uninteressant, vielleicht auch die Nummer 2, Treasure Quest, war Zweiter hier in einem relativ schlecht besetzten oder mäßig besetzten Sieglosenrennen. Und die Form aus Hornsrat, die vergessen wir mal, das ist ja schon eine ganz spezielle Bahn. Also ich würde den nicht ganz auslassen, die Nummer 2, 1, 2 haben wir schon genannt, City, die frische Siegerin hier in Iffezheim lief dann etwas schwächer in Düsseldorf. Das war dann eben nicht mehr so ganz einfach, Thymian haben wir kurz geredet. Eisklapp, die Nummer 8, ist sicherlich immer interessant. Ein Pferd, das halt immer von hinten geritten wird, von hinten kommt, auf Speed geritten wird mit Uli Timmermann heute an Bord. Die hat dieses Pferd schon einmal geritten hier in Iffezheim am 11. September in diesem Rennen. Das haben wir auch eben auf den Monitoren gesehen, wo Rad Thiel Sieger war. Brown Beauty, die wette ich eigentlich immer ganz gerne mit Helen Böhler, die Nummer 12, 1400 Meter, das ist schon ihre Distanz. 10 steht sie, 9,90 Euro. Ist endlich mal wieder ein bisschen besser gelaufen, zuletzt in Düsseldorf. Ja, das sind eigentlich so die interessanten Pferde in diesem Rennen. Über Rad Thiel, glaube ich, müssen wir noch sprechen, oder? Ist auch der Tipp der Sportwelt. Pferd hat er hier gewonnen gegen Think Twice. Startplatz ist heute eigentlich optimal, Startplatz 3 für Rad Thiel. Das ist nicht so ganz zuverlässig, läuft nicht immer nach vorne. Ein Sieg in diesem Jahr war allerdings komischerweise nie platziert. Und war jetzt nochmal gerade letzter in Düsseldorf in diesem Rennen, wo Race for Fame Zweiter war. Also kann ich mich nicht so unbedingt für begeistern, muss ich ehrlich gestehen. Dafür ist mir dieses Pferd nicht beständig genug, die Nummer 10, die hier eine Quote von 11,90 Euro hat im Moment. Ja, Pferde sind mittlerweile am Start eingetroffen. Think Twice haben wir hier im Sportwelt-TV-Wertrack gesehen. War sehr, sehr gut dabei im von Rad Thiel gewonnenen Rennen. Am Ende gab es ja Platz 2 minimal vor Stanley Daly. Stanley Daly heute auch wieder mit dabei. Läuft hier eigentlich immer gut. Luisa Steutle sitzt heute im Sattel, 19,5. Mit Sicherheit auch eine interessante Quote. Ja, allgemein natürlich ein schwer zu lesendes Rennen favorisiert. Mittlerweile Eisklapp mit Uli Timmermann und Thymian mit Berit Weber bei jeweils 5,3 am Wettmarkt. Ja, Pferde laufen mal so, mal so. Die, die wir hier im Rennen haben, sind alle nicht so wahnsinnig beständig. Das muss man wirklich mal so sagen. Also man tappt da so ein bisschen im Dunkeln. 4,80 Euro im Moment für Eisklapp. Aber das Pferd hat natürlich auch schon länger nicht mehr gewonnen. Seit letztem Oktober nicht mehr. Das könnte hier gewesen sein in Uffezheim. Müsste ich noch mal nachschauen. Vom Termin her könnte das so gewesen sein, ja. So, geht jetzt auch in die Boxen hinein zu diesem Finale der Sportwelt Amateur-Trophy. Mit einem Favoriten namens Eisklapp vor einem Jahr hier in einem ähnlichen Rennen erfolgreich. Zweiter Favorit ist Thymian. Tja, und wenn Sie Außenseiter suchen, interessante Außenseiter, die 1 Race for Fame, die 2 Treasure Quest vielleicht. Und die Nummer 12 Brown Beauty in einem für diese Klasse angemessenen, offenen Rennen. Aber wir haben dann ja noch mal so ein Vierer-Wettenrennen mit 18 Pferden. Also es wird auch noch im letzten Rennen noch mal richtig Geld geben. Ja, ran an die Wettkassen. Oder geben Sie Ihre Wetten im Internet ab. Ein wirklich ganz offenes Rennen. Mit der Steilform im Rücken vielleicht auch Porcupine Creek nicht ganz uninteressant. Wir haben es ja heute schon gesagt, dass die Pferde von Helga Deewald alle durch die Bank richtig gut gelaufen sind. Vor einer Woche noch in München gelaufen. Da haben sie sich vielleicht alle noch mal den letzten Schliff geholt. Und heute hat das bis jetzt gut geklappt. Und Olga Lasnowska sitzt da im Sattel von Porcupine Creek, die er einmal in diesem Jahr bereits gewinnen konnte. Und das war in Köln. So, und die Starthelfer nehmen die Pferde jetzt mittlerweile auch in Empfang. Startzeit ist erreicht. Es geht also in die Boxen hinein für T von Zastro Amateurcup. Finale der Sportwelt Amateur-Trophy. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die ersten Kandidaten sind unter Status Order. Treasure Quest in diesem Moment eingerückt, Alaris kommt heran, hier ja der Reiterwechsel, Kevin Woodburn im Sattel, Alaris im Training bei Katja Gernreich, Decadent Times kommt heran, dann warten wir auf Galiva, auf Bocelli. Auch Thymian noch außerhalb der Maschine. Ja, drei Pferde noch außerhalb. Galiva, Thymian und Bocelli. Bocelli als letzter Kandidat kam heran, alles ist startklar für unser zwölftes Rennen. Boxentür auf an der 1400 Meter Marke und Treasure Quest hat einen fliegenden Start, übernimmt sofort die Spitze, wird aber natürlich dann unter Druck gesetzt. Von Decadent Times, von an der Innenseite Jungle Spirit, dann Ratil, Galiva, dann sehen wir an der Außenseite Bocelli vor Stanley Daly. In höllischer Fahrt geht es die Gegenseite hinunter hier, eigentlich optimal für die Speedfairer, aber das werden wir erst in gut 1000 Metern wissen. Vorne ist Decadent Times vor Treasure Quest vor Bocelli, dann Jungle Spirit, Ratil an der Innenseite, dann Außengaliva vor Stanley Daly. Race for Fame in einer optimalen Position dort mit Vincent Schürgen an der Innenseite Porcupine Creek. Dann sehen wir die Farben von CTD vor Außengalopp hier in Thymian, dann ist es Ice Club vor Brown Beauty vor Alaris und Think Twice am Ende des Feldes. So geht es gleich in die Zielgerade hinein, 600 Meter noch und Decadent Times marschiert an der Spitze, Decadent Times, aber jetzt kommen sie alle, jetzt stehen sie alle Schlange dort. Mit Beginn der Zielgeraden Treasure Quest, Stanley Daly, Außengal Spirit, dann macht Porcupine Creek in bestechender Haltung. Hier Bodengut mit Olga Lasnovska und ist sofort vorne, Porcupine Creek geht nach vorne, Porcupine Creek außen rollt jetzt aber Thymian hier heran mit Berit Weber. Und jetzt kommt auch Race for Fame und Think Twice, immer noch ist Porcupine Creek vorne, Porcupine Creek vor Thymian, vor Think Twice, vor Stanley Daly und Eisklub. Porcupine Creek gegen Think Twice, Porcupine Creek oder Think Twice, Kopf an Kopf ging es noch über die Linie. Aber ich glaube Olga hat das nach Hause gebracht mit Porcupine Creek, sensationelle Stallform heute von Helga Daly und dahinter war es dann eng. Think Twice, wie bei der großen Woche kommt der angeschossen, aber hat wahrscheinlich wieder nicht gewonnen. Ich glaube er hat es geschafft, Porcupine Creek mit Olga Lasnovska. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen lieben Dank. Vielen 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 Dank. Also, Also, wir gratulieren, ja, 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 schon zum Endstand zur endgültigen kleinen Siegerehrung der Sportwelt Amateur-Trophy 2020. Es ist ja so, dass heute nicht jeder hier mit dabei sein kann, der am Ende dann tatsächlich auch einen Preis gewonnen hat, was natürlich auch damit zu tun hat, dass heute ja nur diejenigen akkreditiert werden konnten, die sich entweder im Vorfeld ein Ticket gekauft haben oder die eben heute auch aktiv hier sind. Und es gilt ja auch die Vorgabe, wenn man keinen Ritt mehr hat oder keinen Starter mehr hat, dass man dann eben langsam aber sicher, damit nicht zu viele Leute auf dem Gelände sind, die Rennbahn verlassen muss. Also insofern denke ich mal, es wird gleich eine etwas dezimiertere Siegerehrung geben, wo nicht alle Beteiligten auf dem Siegerehrungspodest sind für die Sportwelt Amateur-Trophy 2020. Aber zumindest werden wir ein paar auf dem Siegerehrungspodest ehren können. Ja, Frank Fuhrmann sehe ich schon gerade am Absattelring. Der kann auch gleich mal zu uns kommen in den Absattelring. Und ansonsten würden wir uns jetzt freuen, wenn wir... Wer fehlt uns denn noch? Gunter Richter. Wenn der noch da ist, beim Rest weiß ich, dass sie entweder nicht da sind oder dass sie schon hier stehen. Und der Einzige, der da noch fehlt, ist Gunter Richter. Wobei ich auch nicht weiß, ob der da ist. Ich bezweifle es. Aber Frank Fuhrmann, den haben wir schon mal gesehen. Und dann können wir gleich zur Siegerehrung hier kommen für die Sportwelt Amateur-Trophy. Vielen Dank. Stellvertretend für alle Gewinner, die wir haben, haben wir jetzt hier schon mal so ein Paar versammelt und fangen dann, würde ich mal sagen, bei den Reitern an. Die besten Reiterinnen und Reiter sind wie folgt. Den ersten Platz teilen sich zwei. Der eine ist auch hier, den anderen habe ich vorhin auch gesehen, der muss sich aber, glaube ich, gerade schon wieder umziehen. Erster Platz geht an Vincent Schirgen und Kevin Woodburn. Gratulation und ein Applaus für die siegreichen beiden Reiter. Dann kommen wir zu den Trainerinnen und Trainern und hier haben wir insgesamt drei Sieger sogar mit 16 Punkten. Und zum einen ist das Ira Ferenczak und Frank Fuhrmann und Gunter Richter. Stellvertretend haben wir hier Frank Fuhrmann. Gratulation. Und der erfolgreichste Besitzer der Serie sei auch noch erwähnt, das ist der Stall Erzgebirge. Gratulation, ganz lieben Dank an den Verband Deutscher Amateurrennreiter, an die Sportwelt und natürlich auch an alle Rennvereine, die mitgemacht haben, dass wir diese tolle Serie hier austragen durften. Und wir genießen jetzt nochmal diese Bilder und kommen damit dann auch schon zu unserem 13. Rennen, meine Damen und Herren. 13. Rennen nochmal mit einer Viererwette. Garantieauszahlung 10.000 Euro. Ich denke, da wird es auch wieder einiges mehr im Jackpot geben. Und wir haben auch für Sie hier noch einmal das Starterfeld in unserem letzten Rennen. Die Nummer 1 ist Aquamaria mit Lili Marie Engels. Die 2 All About Me mit Kevin Woodburn. Wie gesagt, deshalb konnte er gerade an der Siegerehrung nicht teilnehmen. Die 3 Hard Ahead mit Sean Burns. Die 4 Wikileaks. Baujan Mosabajew. Die 5 Diva Hora mit Wladimir Panoff. Die 6 Burning Rose. Mike Riel. Die 7 El Commandante. Lucas Delusier. Die 8 Pissarro. Fabian Weißmeier. Die 9 ist Asifa mit Martin Seidel. Die 10 Dreamcatcher. Clement Lecoeuvre. Die 11 La Vida Loca. Andra Starke. Die 12 Girard mit Leon Wolf. Die 13 Convinza. Alexander Piech. Die 14 Irokanji mit Miguel Lopez. Die 15 Ossi Line mit Josef Boiko. Die 16 Pfingstrose mit Sibylle Vogt. Die 17 Opera Snow. Maxim Pecheur. Und die 18, das ist Iceman mit Andreas Helfenbein. Also nochmal viel Geld. Volles Starterfeld im letzten Rennen. Vorher, meine Damen und Herren, gibt es noch einmal für Sie die Bilder der Woche. Sie können uns ja Ihre tollste Schnappschüsse der Woche immer zukommen lassen. Socialmedia.atwetstar.de ist dafür die passende Adresse. Und schauen Sie mal, was wir in dieser Woche alles an Bildern eingesandt bekommen haben. Dankeschön an alle Einsender. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, letztes Rennen des Tages, meine Damen und Herren. Letztes Rennen des Jahres hier in Iffesheim steht an. Wir haben noch einen Reiterwechsel auf den Tisch bekommen. Und zwar bei der Programm Nummer 6 bei Burning Rose. Anstelle von Peri Ucaya reitet Maike Riel das also bitte für Ihre Wettdisposition. Ja, Pickepacke volles Feld. 18 Kandidaten im abschließenden Rennen des Jahres mit der Viererwette nochmal favorisiert ist. WikiLeaks hat hier während der großen Woche gewonnen. WikiLeaks ist ein absoluter Spezialist für durchlässigen Boden. Burjan Mosabayev reitet heute. Das sticht natürlich ins Auge für Sarah Weiß und für den Stahl Puritan. 5,3. Hier die Quote und lediglich ein einziges Kantenpferd noch im zweistelligen Bereich. Das ist Girard. Für Besitzerin Karin Brieskorn trainiert Stefan Richter in Dresden. Und Leon Wolf, der heute schon erfolgreich war, sitzt im Sattel von Girard. Girard, der hat beim drittletzten Start in Hamburg gewonnen, hat diese Form danach zweimal bestätigt. Unter anderem hier in Iffesheim zu Hardahead. Lief dort ein tolles Rennen und dieser Hardahead zählt ja auch heute mit Sean Byrne wieder zu den Gegnern. Ein bisschen Geld ist gerade gekommen auf El-Kommandante, notiert nun bei 9,6 am Wettmarkt. El-Kommandante wird von Sarka Schütz trainiert. Er hat heute schon einen Sieger vom Geläuf abgeholt. El-Kommandante steht nach zwei Ehrenplätzen eigentlich zum Sieg. Ja, Daniel, du hast es vorhin gesagt, Viererwetten mit 18 Pferden, das ist alles andere als leicht. Da müssen wir das Ganze jetzt nochmal versuchen mit 18 Pferden. Ja, das Gemeine ist ja, dass der Veranstalter dann eben mal nicht Rennen nimmt mit 10 Pferden, sondern mit 18 Pferden. Und zum Schluss gibt es ja nochmal ein richtig schwieriges Rennen. Schwierig ist etwas untertrieben gesagt. Ja, Wikileaks ist Favorit. Das ist ja das Pferd, das Andras Starke immer geritten hat. Bei den letzten Starts, ich merke, hat er schon drei Rennen in diesem Jahr gewonnen. Auf Sand, eins, und zwei auf Gras. Aber Andras ist natürlich engagiert auf dem Pferd von Henk Rewe. Das ist die Nummer 11, La Vida Loca. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eher eine Außenseiterin. Aber mit Bursan Maussabayev ist natürlich auch ein Topmann an Bord von Wikileaks. Ich habe es nochmal klappt. Der hat relativ knapp gewonnen hier gegen ein Pferd, das heute nicht dabei ist. Dritter war aus der Linie, Pizarro, Asifa, Opera Snow. Die waren auch alle in diesem Rennen. Die waren allerdings deutlich dahinter. Also klar, kann natürlich nochmal klappen. Ich habe mir noch so zwei, drei andere Pferde mal angeguckt hier in diesem Rennen. Ganz oben Aquamaria am Gestüt Brümmerhof. Stute hat ein Rennen gewonnen in diesem Jahr. Immerhin war das ein Ausgleich drei auf der Heimatbahn. Ist dann anschließend auch sehr anständig gelaufen mit Lili Engels heute im Sattel. Zwei Kilo Gewichtserlaubnis. Finde ich nicht ganz uninteressant, das Pferd. Dann habe ich die Zehen noch im Auge. Das ist Dreamcatcher aus dem Stall von Tony Potos. Pferd ist zuletzt etwas schlechter gelaufen. Oder was heißt schlechter? Er war Achter bei 16. Also in einem riesigen Feld. Und heute sieht es eigentlich ein bisschen einfacher aus für ihn, finde ich. Formen davor waren eigentlich ganz ordentlich. Und ich würde ihn nicht so ganz auslassen. Quote ist auch ganz attraktiv. 15,60 Euro. Die zwölf Jahre Girard mit Leon Wolf. Das war in Hamburg in Anführungsstrichen ein gutes Ding. Er ist auch zweimal anschließend sehr gut gelaufen. Gehört sicherlich auch in die engere Wahl. Ganz unten noch Opera Snow. Maxime Peschör kennt ihn gut. 31,90 Euro. Das ist natürlich ein bisschen was für Freaks. Er lief hier relativ schwach in Baden-Baden im September. Aber ich glaube, er ist ein bisschen besser, als er das gezeigt hat. Hans Rath ist auch mal außen vor, diese Form. Ja, und dann ein Pferd noch aus dem Stall von Horst Rudolf aus Mannheim. Der hier in Baden-Baden im September gewonnen hat. Ein internationales Amateurreiten. In Mannheim war er inzwischen wieder erfolgreich. Hat eine klasse Saison. Dieses Pferd steht eigentlich immer noch relativ günstig im Handicap. Das ist die Nummer 14. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Überblick über dieses Rennen. Bei El Commandante bin ich mir bei den Bodenverhältnissen nicht so ganz sicher. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass er vielleicht doch guten Boden braucht. Also abgetrockneten Boden. Tja, wer ist noch zu erwähnen, Marvin? Mal gut, man kann natürlich noch fünf, sechs Pferde nennen. Wir werden immer noch nicht schlauer aus diesem Rennen. Also ich habe mir eigentlich ein Pferd dick angekreuzt. Hier, das ist Streamcatcher, die Nummer 10. Alles andere ist natürlich wilde Spekulation in diesem offenen letzten Rennen des heutigen Tages. Ja, da sagst du es, Daniel. Das ist sein reines Rätselraten. Ich habe mir vielleicht noch Diva Hora angeschaut. Ich glaube, dass sie mit dem Boden zurechtkommt. Das stimmt, das ist richtig. Stute hatte ich hier mehrfach, vor allen Dingen im September hier auf dem Zettel. Da war sie nur neunte von elf. Hat eigentlich ein bisschen enttäuscht, war auch ein bisschen Geld unterwegs. Ja, so eine interessante Außenseiterin eigentlich in diesem Rennen. Auf jeden Fall gucken wir, was da passieren kann. Mit dem letzten Rennen des Tages, wir haben jetzt noch vier Minuten. Wir lassen sie jetzt ihre Wetten in Ruhe ausarbeiten, abgeben. Und dann hoffen wir, dass der richtige Sieger für sie natürlich gewinnt. Vielleicht sogar hard ahead, wer weiß das schon. Dann gibt es auf jeden Fall immer ein lustiges Siegerinterview, weil die Pflegerin danach nämlich keine Stimme mehr hat. Das geht innerhalb von ein paar Sekunden. Ist die Stimme einfach abgedreht. Aber es wäre lustig. Dann lassen wir uns überraschen. Also vier Minuten bis zum Start. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, letztes Rennen des Jahres hier in Ifezaim, RaceBets Podcast Rennen steht also an, 18 Kandidaten, spielen sie ihr Geburtsdatum, den Tag an dem sie ihre Frau kennengelernt haben oder was auch immer, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg in diesem wirklich offenen Rennen favorisiert ist, Wikileaks für den Stalpuritan, Dahinter steckt übrigens ein eingefleischter Fan des 1. FC Köln, harte Zeiten im Moment, aber vielleicht klappt es ja mit Wikileaks, mit dem Erfolg, nachdem es ja hier während der großen Woche schon einen Sieg gab. Köln hat 1-1 gespielt, höre ich gerade. Ja, vielen Dank für die Info, also ist die Laune schon mal besser als kurz nach Anpfiff. Und vielleicht wird sie gleich noch besser bei den Besitzern des Stahls puritan. 2000 Meter auf der neuen Bahn, 18 Kandidaten und wir drücken Ihnen allen die Daumen, dass Sie die Viererwette treffen und dass Sie richtig, richtig viel Geld gewinnen. So, zwei Kandidaten noch, Girard mit Leon Wolf und Wikileaks, der Champion, Burjan Mozabaev will den fünften Tageserfolg. Gelbe Fahne ging nach oben, letztes Rennen des Jahres hier in Iffezalm ist gestartet, 2000 Meter die Distanz. Convinza hatte gleich einen fliegenden Start übernimmt vor Irokanji. Die Spitze dahinter sehen wir Iceman, an der Außenseite ist auch Burning Rosum eine gute Position bemüht vor Aquamaria. An der Innenseite El-Kommandante, dahinter hat sich dann Asifa im Mittelfeld ein wenig verbessert, in äußeren Spuren Pfingstrose mit Girard und auch mit Wikileaks. Das Feld ist schon relativ weit auseinandergezogen, Alex Peach wählt eine etwas andere Spur dort mit Convinza, führt vor Irokanji, vor Burning Rose, Iceman, El-Kommandante. Dahinter dann die Farben von Asifa, dann Girard, an der Außenseite hat All About Me die Position ein bisschen verbessert, an der Seite von Wikileaks, dann innen Aquamaria, ganz innen Dreamcatcher. Dann La Vida Loca, Hardahead, noch weiter zurück im Feld ist Diva Hora, drittletztes Pferd ist Ossiline, vorletztes Pferd ist Pissarro und am Ende des Feldes dementsprechend Opera Snow. So, jetzt haben wir alle 18 Kandidaten uns einmal angeschaut, von allem unbeeindruckt marschiert Convinza dort an der Spitze. Convinza führt vor Irokanji, liegt auf der Lauer, drei Längen dahinter, Burning Rose, dann ist es Iceman vor Wikileaks, ist nicht weit zurück, El-Kommandante, Asifa Girard, All About Me, La Vida Loca lässt sich anfassen. Dreamcatcher wird näher herangeführt von Clement Lecovre, dann Aquamaria vor Fingstrose und dem Rest, Irokanji ist sofort an der Seite dort von Convinza und geht zunächst einmal nach vorne. Dahinter dann Burning Rose, dann Iceman, ganz behutsam führt Leon, Wolf, Girard näher heran, innen Wikileaks, dann Asifa El-Kommandante und dann Dreamcatcher und ganz innen kommt auch Diva Hora. Aber Iceman geht nach vorne, fällt der Toto um zum Abschluss des Jahres, Iceman ist vorne, aber jetzt kommt Wikileaks in der Bahnmitte, Wikileaks greift an, Iceman marschiert aber und kann die Attacken kontern dort. Iceman ist vorne vor Wikileaks, vor Dreamcatcher, vor Diva Hora, Iceman ist immer noch vorne vor Dreamcatcher, Iceman wird gewinnen, der Toto fällt um. Andy Helfenbein gewinnt zum Abschluss des Jahres in Iffelsheim gegen Dreamcatcher, gegen Wikileaks, gegen Harderhead, Diva Hora, El-Kommandante, Girard, Ossiline, Asifa, La Vida Loca, Fingstrose, dann Pissarro, Opera, Snow, Irokanji, Aquamaria, All About Me, Convinza und Burning Rose. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vorläufiger Einlauf, letztes Rennen des Tages, RaceBets Podcast Rennen. Siegreich war die 18, Iceman mit Andreas Helfenbein, zweites Pferd die 10, Dreamcatcher, Clement Lecovre, drittes Pferd die 4, Wikileaks, Burjan Mosabaev und viertes Pferd war die 3, Harderhead, Sean Byrne. Vorläufig heißt das 18, 10, 4 und die 3. Und damit gibt es also zum Abschluss des Rennjahres hier in Iffelsheim nochmal eine faustdicke Überraschung. 27,2 die Siegquote. Es war der erste volle Erfolg in seinem Leben. Die Rede ist vom 4-jährigen Adlerflugsohn, Iceman. Im Besitz des Stalles Kalima. Ja, Pawe Wovchenko in Bremen-Mahndorf ist der Trainer. Und der Siegjockey, wir kennen ihn alle bestens. Es gibt nur einen Spruch, der zu ihm passt. Willst du an der Kasse sein, dann setz dein Geld auf Andreas Helfenbein. Gratulation. Ja, Gratulation an die Helfenbein. Ich habe ja wirklich mit vielem gerechnet hier in diesem letzten Rennen. Aber dass ihr beide gewinnt im letzten Rennen, das war schon ein bisschen eine Überraschung. Für euch auch? Ja, also eigentlich habe ich eine Form gesehen von Magdeburg. Da ist er schon recht ordentlich gelaufen. Der Trainer hat mir die Order gegeben, ihn so zu reiten, wie er sich anbietet. Und dass er im Moment noch gar nicht so weiß, wofür er da ist. Aber das weiß er jetzt. Ich war normalerweise immer so ein Wetter, wenn ich gesehen habe, dass ein Reiter mehr Gewicht hat. Dann habe ich den ganz gerne dann besonders auf solchen Bodenverhältnissen einfach mal gestrichen. Ihr hattet ja auch ein Kilo mehr Gewicht jetzt. Das hat in dem Fall gar nichts ausgemacht. Naja, ich sage mal, ob die jetzt 52 tragen oder 53 in einem Ausgleich 4, das spielt nicht mehr die ganze große Rolle. Auf jeden Fall toller letzter Erfolg hier für dieses letzte Rennen. Ja, neunmal gelaufen, einmal platziert in Magdeburg und dann gleich ein Sieg in Baden-Baden. Aber fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich sehr gut an und anscheinend hat heute alles gepasst. Hat gepasst. Wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung für das letzte Rennen, Racebets-Podcast-Rennen. Ich denke mal, dass im Racebets-Podcast von Frau Kedelius dann auch über dieses Rennen nochmal besonders berichtet wird. Der letzte Sieger der Rennsaison 2020 hier in Elfitzheim auf der Galopp-Rennbahn Baden-Baden. Ja, das ist ein Pferd geritten von Andi Helfenbein. Gratulation! Ja, letztes Rennen des Tages, Daniel. Und es gab eine faustdicke Überraschung. Iceman gewinnt. Ja, ob das so eine Überraschung ist, ich weiß es gar nicht. Das Pferd ist sehr behutsam in die Handicaps hineingeführt worden. Wenn man mal seine letzten Starts oder die letzten, von den letzten vier Starts die ersten drei im Handicap nimmt, da war er immer Favorit in Hannover, in Hoppegarten, auch in Magdeburg. Er lief dann letzten Sonntag in Köln, auch aus dem Vordertreffen heraus. Da ist er sehr schwach gelaufen. Ich muss gestehen, ich habe das Pferd dann doch zwei, drei Mal gewettet. Aber nach der letzten Leistung, dann denke ich, nee, das muss ich mir nicht mehr antun. Und ich habe das Pferd auch gar nicht erwähnt. Also es war immer viel Mumm da und er ist mit viel Vertrauen gesattelt worden. Und der Trainer sagte mir die Tage noch, eigentlich hätte er schon zwei, dreimal gewinnen müssen, so ein Rennen. Heute hat es dann geklappt. Mein Tipp alt, Dreamcatcher ist sehr, sehr gut gelaufen, denke ich mir. Zweiter, das war in Ordnung in einem Feld wie diesem. Ja, gucken wir uns die vorderen Pferde nochmal an. Irokanji hatte lange wieder einen guten Moment, sah gut aus. Vorne Convincer mit Alex Pitsch, der ja immer so ein bisschen der Spurenfuchs ist. Aber auch der konnte zum Schluss nicht mehr richtig zulegen. WikiLeaks hat die Form auch bestätigt. Absolut, ja, ich meine, das Pferd hat drei Rennen dieses Jahr gewonnen. Und irgendwann ist mal eine Schicht, das ist ganz klar. Girard schien im Moment ein bisschen besser nach vorne zu kommen. Jetzt geht natürlich alles nach außen, das ist ja logisch im letzten Rennen des Tages. Und Andreas Helfenbein reitet eben Iceman aus dem Vordertreffen heraus und kann immer wieder zulegen. Innen kommt jetzt Dreamcatcher, das ist Clay Molly Coebre mit der gelben Kappe. WikiLeaks macht im Moment auch einen sehr starken Eindruck, scheint ranzukommen an Iceman, aber der mit dem leichten Gewicht vorne immer wieder zulegen kann. Und es ist dann eben ein Drei-Pferde-Rennen zwischen diesen dreien. Und es gibt eben den doch etwas, zumindest für den Toto etwas überraschenden Erfolg von Iceman vor Dreamcatcher und WikiLeaks. Harte Head hat noch viel Boden gut gemacht. Läuft ein anständiges Rennen. Vierter, die Vahora war fünfter. Mit Sean Byrne. Aber ich denke mir, dass die Viererwette getroffen worden ist. Es war möglich, aber gut. Vierter, die Viererwette getroffen hat. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Saisonabschluss. Ja, das war es in der Tat. Man hat gespürt, dass es doch noch mehr Menschen waren wie in der großen Woche. Das hat mich sehr gefreut. Die Sonne hier über Iversheim hat gelacht. Die Rahmenbedingungen haben gepasst. Wir haben 13 tolle Rennen gehabt und wie ich mir gewünscht habe, alles unfallfrei. Und wir haben nochmal einen tollen Umsatz hinbekommen, über 570.000 Euro Wettumsatz. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns mit ihren Wetten hier unterstützt haben. Also ich denke, wir sind glücklich und das Team hat insgesamt eine super Arbeit gemacht. Definitiv. Und vor allen Dingen, es gibt ja nochmal auch zum Saisonabschluss ganz positive Nachrichten. Die würde ich auch gerne nochmal einfließen lassen. Im Interesse der Trainingszentrale Iversheim. Es gibt eine neue Sandbahn demnächst. Die wird hochprofessionell angelegt. Da können wir auch nochmal gerade drüber sprechen. Ja, wir haben ein Investorenteam aus den Reihen der Boxenbesitzer gefunden. Und diese Woche konnten jetzt alle Verträge unterzeichnet werden, sowohl Baden Racing mit dem Investorenteam als auch die Gemeinde mit dem Investorenteam. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass mit privatem Invest hier die Sandtrainingsbahn komplett erneuert wird. Und jetzt auch hier hat Covid einige Verzögerungen verursacht. Ich hoffe wirklich, dass was zum Jahresende noch hinbekommen geplant ist, mit den Bauarbeiten noch im November zu beginnen und dann hoffentlich schon bis Weihnachten durch zu sein. Und dann können alle Trainer mit ihren tollen Pferden hier nochmal durchstarten. Da freue ich mich riesig drauf. Ich finde es ja immer, wenn so ein Saisonabschluss ansteht, so ein bisschen traurig. Und man muss auch schon sehr weit vorausschauen, weil man muss quasi schöne Weihnachten wünschen. Ostern kann man auch schon wünschen. Also das ist ziemlich schwierig, finde ich immer. Was wird denn das Team jetzt die nächsten Wochen machen? Beine hochlegen oder wahrscheinlich nicht? Weil es muss natürlich auch alles winterfest gemacht werden. Genau. Also erstmal müssen natürlich die Zahlen aufbereitet werden. Wie hat das Jahr jetzt geendet? Und dann haben wir natürlich auch entsprechende Gespräche, viele und gute Gespräche noch mit der Gemeinde zu führen, dass wir wieder einen guten Anfang hinbekommen ab 1. Januar. Da bin ich aber sehr optimistisch. Ja, und eigentlich ist das die Zeit, wo wir dann schon wieder das nächste Jahr vorbereiten, sprich Sponsoren suchen, Marketingkonzepte überarbeiten, all das machen, was wir dann nächstes Jahr ernten müssen. An dieser Stelle auch von uns, dem Team hier, das diese Rennen übertragen durfte. Vielen, vielen Dank an alle, die hier stehen. Ich glaube, ich spreche natürlich auch stellvertretend für die Stimmen, die Sie sonst so kennen. Und wir wollen uns natürlich noch verabschieden mit den Bildern des Tages. Und ich finde ja, all das, das wir dieses Jahr gemeinsam gemeistert haben, hier bei Baden Racing, haben wir unseren Zuschauern, haben wir den Wetterinnen und Wettern da draußen zu verdanken. Deswegen gibt es jetzt auf drei ein großes Dankeschön von uns allen gemeinsam. Und sobald wir uns bedankt haben bei Ihnen, wünschen wir Ihnen, dass Sie gesund bleiben, dass Sie natürlich weiter zuschauen, wenn wir an den kommenden Wochenenden wieder für Sie unterwegs sind. Und wenn wir uns dann gesund und munter wiedersehen, hier 2021 bei Baden Racing. Die Bilder des Tages sind schon startklar. Hier kommt unser Dankeschön in 3, 2, 1. Das heißt, danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020